wir haben ja gestern irgendwie zuletzt noch den hammer gefunden sind die komplett auf ja das kann natürlich sein ich habe ja gerade schon mal gesagt ich könnte mir teil 2 vorstellen ich glaube teil 1 ist ein bisschen zu kantig aufgrund des alters obwohl wir natürlich auch schon zack mccracken hier gespielt haben aber bei sierra adventures bin ich da ein bisschen vorsichtiger bei alten sierra adventures ist eine kräftige hitze ja genau wegen der textparsie vielfried dieser früher sierra diese früher sierra engine das das will man eventuell nicht mehr hey du bist ja schon da shadow du kommst gerade richtig ich habe gerade meinen ersten klick im spiel gemacht also das nichts verpasst alles super alles 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 auf anfang ohne lösung oder ohne hilfe aus dem chat aber ich kann ihn nicht öffnen solange der heizer dagegen lehnt ich will ihn nicht wecken er schläft wie ein baby wir haben ihn unter drogen gesetzt wir sehen wieviel hotspots ich heute verpasse heute sucht man hotspots mit dem wlan ich suche hotspots in point and click spielen aber der schrank ist jetzt gar nicht mehr aktiv okay das amobarbital im bier hat gewirkt zwischen den kohlen guckt etwas hervor was ist das denn ein kartoffelmännchen was haben wir da geholt körper einer puppe oh jetzt wird's creepy warum hat der hier einen körper einer puppe in den kohlen da war da war ein faden dran warum sagst du mir das nicht eine verdreckte stoffpuppe ähm der zweite teil von laura bow meinte meinte dr 8 bit ach da hast du schon geantwortet okay ein kräftiger faden eine wudepuppe aus monkey island ich hab auch im hinterkopf an wudepuppe gedacht tatsächlich aber es sah für mich aus wie so eine kartoffel aus der die so aussieht wie ein männchen im schnellen im ersten blick nicht dass wieder was auf dem schrank liegt wo ich das letzte mal hing war dass der hammer nicht zu erkennen war weil da war ja als sie den hammer gefunden haben beim letzten mal war ja relativ klar was wir machen mussten wieder schöne poster hat der hier ein poster der hat ein poster von key lago hier hängen ich werde bekloppt einer meiner lieblingsfilme ja mit humphrey bogart loren becall und edward g robinson eine alte öllampe und eine leere flasche billiger whisky nichts nützliches aber das poster nimm das poster mit das kannst du mir mal rüber rüberschieben ok dienstplan der ist wahrscheinlich wichtig viele alte zettel poster und zeitungsausschnitte der dienstplan ist wichtig der dienstplan von diesem rußgeschwärzten rüpel im moment hat er dienst deswegen darf er schlafen da ist ein schlüssel welche tür er wohl öffnet den stecke ich ein er wird sich bestimmt als nützlich erweisen eigentlich ist es kein point and click adventure eigentlich ist es ein diebessimulator also der hat überhaupt kein schlechtes gewissen wenn er die sachen einsackt alles im endeffekt stellt sich wahrscheinlich raus dass wir der böse sind und besessen sind und die ganze alles was wir hier machen führt zum weltuntergang die einzige frischluftquelle hier hier haben eh kein gewissen genau wie er sich auch gegenüber seinen äh angestellten verhält der hauptverteilerkasten den fasse ich lieber nicht an ach komm wir haben schon an zwei stromkästen rumgefummelt da kannst du den auch noch mitnehmen die ist wahrscheinlich verschlossen die tür richtig ich sehe kein schloss oh wir brauchen ne key code ist das jetzt auch wieder so ne sache ne es kommt auf jeden fall die 5 im code vor der code ist 5 im 5 weil das die abgenutzt nutzteste zahl ist wir brauchen erstmal ne schlüssel wie ich gerade ei sebo 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 super sebo ok gibt es gibt es irgendwo einen hinweis auf diesen code ich guck mal eben auf die pinnwand oh sprechanlage auch noch hier oh sprechanlage auch noch hier gibt es irgendwo so eine lieblingszahl von ihm da unten sind stecknadeln oh leute die hätte ich beinahe übersehen aber mir entkommt heute kein hotspot keiner ist sicher von mir du suchst einen code an der pinnwand genau da bewahrt man auch seine passworte immer auf oder im gebäude ist eine sprechanlage installiert bestimmt 1944 oder so das jahr in dem keylago rauskam das ist seine das ist seine sein sein code ach slash slash ich hab dich gar nicht erst erkannt in blau weil du das gleiche blau hast wie bestbroker hallo ich probiere es einfach mal aus mit der 5 okay so ganz brute forsten können wir das nicht key 3 sieht auch relativ viel benutzt aus aber egal bei 3 mal falsch gibt es gibt es alarm 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 können wir können wir bei der sprechanlage noch was machen die war noch aktiv ein kilo fleisch acht kilo fleisch wo kriegst du denn jetzt um die zeit noch acht kilo fleisch her beziehungsweise natürlich supermärkte haben noch lange auf aber okay wenn man den code nicht findet ist man blind ja ich bin ja halb blind das will ich ja nicht bestreiten ich hab meine brille nicht geputzt gilt das als Entschuldigung nein gilt nicht schade glimmerlicht hat gesagt das gilt danke hallo glimmerlicht dann schaue ich noch mal dass man irgendwas erkennen kann kann mich hier auf mein inventar die spitze ist so scharf wie die einer nähnadel machen wir nadel und faden die nadel erfüllt den zweck fast so gut wie eine nähnadel so nadel und faden ist schon mal dabei jetzt stricken wir was mit heißer nadel hier was nähen müssen später mal eine zwangsjacke zusammen nähen oder so ich weiß ja gar nicht aus wie viel stellen die die nummer besteht normalerweise sind es mal vier ich schaue jetzt noch mal 1918 ist der code ich glaube die 5 kommt auf jeden fall drin vor hast du das mit den nadeln nicht was meinst du mit den nadeln slash soll ich die nadel ins loch stecken eine verdreckte stoffpuppe steht irgendwo post it mit seiner nummer geht da was angekreuzt zum vorderen teil ich frag ihn mal kann ich ihm nicht was aus der tasche hast du 1918 schon mal ausprobiert ne ich dachte ich suche nach einer nummer die eine 5 beinhaltet klang plausibel dass die nadelgruppen der code sind ach so ich hab da eine nadel schon weggenommen von hier ne versuch mal 1918 vielleicht ist das mit der abgenutzten 5 ja nur ein fake out kleine ablenkung ach du meine güte tatsächlich das ist es ich hätte ja ich hätte das ja von kilago genommen aber nicht das sehr gut gut dass ich es doch noch ausprobiert hab ich hab um ich hab nach einer nummer mit 5 geschaut normalerweise upsie das war knapp beinahe hätte er mich gesehen ich muss ihn irgendwie aus dieser halle locken es gibt keinen anderen weg zu james zelle also normalerweise bei anderen point-to-click adventures ist es immer so man muss die zahlen suchen die am meisten die am abgenutztesten sind deswegen war ich eigentlich ziemlich sicher gewesen dass der code ne 5 beinhaltet aber naja okay wir sind jetzt hier bei äh sneak sneak es war zu einfach mit dem code ich hab's ja auch noch gesagt mit 1918 ich weiß nicht was ich sagen soll ich dachte ich könnte jetzt einen alarm auslösen oder so bist du gestern noch sehr weit gekommen ich weiß nicht wann du rausgegangen bist Jay aber wahrscheinlich eher nicht weil ich hab lange äh hab ich einen hotspot übersehen eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so und als der dann entdeckt wurde dann wurde es dann natürlich wieder einfach wie das immer so ist das ist so ein Kritikpunkt an dem Spiel ein wenig dass es halt sehr viel nur auf äh hotspotsuche geht und wenn man den hotspot gefunden hat hat dann spielt er sich von alleine okay wir haben hier einen Typen da draußen an dem kommen wir nicht vorbei du hast ein schönes Wunschspiel Sebo musst den Titel aber noch raussuchen ich muss zuerst diesen Arzt loswerden oh dann hast du einiges verpasst noch ja ja dann hast du noch einiges verpasst mit danach äh so viel ist gar nicht passiert aber wir sind jetzt quasi in dem Sanatorium was unserem Onkel Robert gehört und untersuchen gerade sein Verschwinden und das und wollen gerade herausfinden wie unser Halbbruder ne unser Onkel ist es ja eigentlich unser Halbonkel James hier entkommen ist aus dem Sanatorium das versuchen wir gerade herauszufinden das ist gerade meine Aufgabe noch keine weitere haben wir eine weitere Leiche gefunden nach dem Junge ich glaube nicht ne hier gab es noch keine Leiche außer die Leiche die wir gerade hier also wenn der wenn der Hausmeister hier jetzt allergisch auf das Schlafmittel reagiert dann wird keine weitere Leiche gesehen gucken mal ob ich den Raum verlassen kann also ich könnte ja noch mal zum Haupteingang gehen wenn heute Schwester sprechen dass die den Typen ausrufen lässt oder so kann ich mit Ihnen sprechen sicher wir haben den Dienstplan gesehen genau jetzt schicken wir sie dorthin und gucken sie wollte ja mal nachschauen ob er schläft oder nicht oder wie sieht das aus ja Dienstplan mir ist gerade ein Gedanke gekommen können sie mir vielleicht den Dienstplan von allen Mitarbeitern geben eigentlich nicht er darf nur Mitarbeitern des Sanatoriums zugänglich gemacht werden da sie aber mit Dr. Gordon verwandt sind kann ich eine Ausnahme machen denke ich vielen Dank ich weiß das sehr zu schätzen einen Moment hier haben sie ihn danke ich bringe ihn wieder wenn ich ihn nicht mehr brauche das ist nicht nötig die Woche ist fast schon um ich muss sowieso einen neuen schreiben ja das kann sein Orexus es kann eventuell vorkommen dass es Probleme mit der Lokalisierung gibt weil die anders belegt sind die Tasten bisher ist es mir noch nicht umgekommen und Pfeiltasten würde ich auch gerne nehmen aber dann fehlen einem so viele andere Tasten also bei ganz Oldschool Spielen geht das ja wenn man das erste Doom spielt dann reichen die Pfeiltasten eventuell aber da braucht man keine Hand an der Maus der erste Doom hat man ja ohne Maus gespielt aber man braucht ja mittlerweile so viele andere Tasten was haben wir jetzt bekommen den zweiten Dienstplan ein kompletter Dienstplan dieser Woche für das Ashbury Sanatorium ein kompletter Dienstplan auf jeden Fall ein richtiger Instinkt nochmal hierhin zu gehen sehr smart Forexos ja mich ärgere das immer dass ich aus Versehen auf der Tastatur auf dem Handy auf die englische Tastatur wechsel aber manchmal wenn ich das englische Wörterbuch brauche mache ich das denn auch englische E-Mails schreibe oder so ich bin Linkshänder auch übrigens ja das wisst ihr das war das teure hier meine Space Bügelmaus die hier die für Linkshänder zu bekommen das war gar nicht so einfach es gibt nicht sehr viele vertikale Mäuse für Linkshänder Logitech stellt zum Beispiel gar keine her keine vertikalen Mäuse für Linkshänder aber ich bin super zufrieden mit der ich habe jetzt von mit Kabel die ist zwar mit Kabel aber dafür ist sie auch zuverlässig und hängt jetzt auch am PC du kannst diese Maus nicht verstehen gewöhn dich einmal dran dann willst du nie wieder zurück sage ich dir Shadow Once you go vertical you never go back ich dachte irgendwie müssen wir das können wir da an dem Dienstplan denn jetzt achso wir haben den Dienstplan jetzt können wir den Dienstplan ausrufen im Gebäude ist eine Sprechanlage installiert im Gebäude ist richtig Dr. Smith kommen Sie bitte in die Halle was kann man nur um diese Zeit von mir wollen verdammt ich muss wohl hingehen ja beeil dich bloß noch Mülleimer der nix bringt komm show me the money nee leer Eingangshalle da wollen wir ja nicht hin Zelle alle Zellen sind abgeschlossen das ist nicht die von James hängt irgendwo ein Schlüssel an der Wand als Linksländer ist alles schwerer aber lustige Story ich hatte mein Leben lang eine alte Brotschneidermaschine aus den 70ern perfekte Maschine super als wir dann eine neue wollten ist aufgefallen dass es eine für Linkshänder war aber ich war so gewöhnt daran dass es für mich normal war Maschine für Rechtshänder war dann krass Umgewöhnung ja ist okay ich hab's ja angeschnitten das Thema hast du dir die apropos angeschnitten Thema hast du die irgendwann mal auch geschnitten an der Maschine so eine Brotschneidermaschine ist ja saugefährlich und wenn die irgendwie auf einmal invertiert ist dann kann das ja gefährlich werden wer ist da die Binz der Sam ich muss etwas sagen bevor er mich verrät Doktor ich heiße Samuel ich heiße Ralph ich wollte lügen eigentlich nicht zu lange reden okay Ralph ich kenne auch einen Samuel aber nicht sehr gut warum können wir nicht reden Samuel Tja wir können aber wir müssen leise sprechen oder noch besser flüstern in Ordnung leise sprechen Samuel ich muss etwas wissen willst du mir helfen ich die Schwester sagt ich bin brav aber jetzt bin ich ganz traurig ich werde dir helfen wenn ich nicht traurig bin okay und warum bist du traurig die Puppe ist weg wegen Mr. Bubby wer ist Mr. Bubby hat er dir etwas angetan nein Mr. Bubby ist ganz lieb er ist mein Freund aber jetzt ist er weg und ich weiß nicht wo vielleicht habe ich ihn irgendwie geärgert und wie sieht er aus dieser Mr. Bubby vielleicht kann ich ihn wieder einfangen er ist kein Tier er ist ganz schlau oder ich muss ihn noch herstellen redet mit mir und wie sieht er aus er ist nicht groß wie wir er ist klein ja aber er sieht sehr gut aus oh okay wenn ich ihn für dich finde hilfst du mir ja ja hoffentlich hat er sich nichts verlaufen du suchst nach ihm ja Samuel keine Sorge ich finde ihn wahrscheinlich ist es ein Spielzeug wo könnte er ihn verloren haben in der Kohle danke Broker fürs fürs Modden der Körper reicht wahrscheinlich nicht ne wir müssen ihn wahrscheinlich echt nachbauen also der reicht jetzt noch nicht oder wo ist er geht's ihm gut zeig ihn mir Samuel ich glaube es geht ihm im Großen und Ganzen gut oh aber das kann nicht sein Mr. Bubby ist krank das ist schlimm ganz schlimm jemand hat ihm wehgetan kannst du ihm helfen Samuel machst du das gib ihn mir zurück Ralph also Nadel und Faden haben wir schon müssen wir nur noch den Kopf annähen oder so in Ordnung ehrlich ja mach das Pfadfinder Ehrenwort ich komme wieder wenn Mr. Bubby wieder heil ist Mr. Bubby Mr. Bubbles da muss ich jetzt an äh Bioshock denken Mr. Bubbles ich hab mal ein super super tolles ähm Big Daddy Cosplay gesehen das war echt fantastisch was gar nicht so einfach ist wegen der ganzen Masse nichts was mich interessieren würde ein bisschen Wasser er führt kein Wasser endlich mal in einem Mülleimer was drin komm zeig's mir nur Müll der dritte Mülleimer wo nix drin ist darf doch wohl nicht wahr sein hier gibt's hier noch weitere Ausgänge nope äh ich vielleicht nee das ist ja kein Knopf hier sonst hätte ich ihm das als Augen angenäht stopp Hammer Time ja was ist das Shadow der Mülleimer hat ja noch einen Hotspot let's see ach den darf man zweimal anklicken no shit ich habe keine Verwendung für Müll haha nur Müll ja was denn jetzt ich habe keine Verwendung rechte Maustaste Moment da ist etwas ach das gibt's doch nicht ein Puppenkopf ey das ist so ein Bullshit mit der rechten Maustaste manchmal hallo Python weil ich habe dreimal mit der linken Maustaste geklickt und manch diese rechte rechte Maustaste ist auch gar nicht so zu definieren was die wirklich macht Ray Matter ist genauso na wunderbar so aber da hat man den Controller da kann man schneller alle Buttons drücken also Ralphs Mr. Bubby ist jetzt heil ich verstehe es halt nicht wie die da sowas designen konnten da haben die schon einen Klick Steuerung und verkomplizieren die noch mit der unterschiedlichen Funktionen der rechten Maustaste naja genug gerantet jetzt jetzt genießen wir wieder das schöne Spiel weil sieht ja echt schön aus ich bin so froh dass er wieder bei mir ist Mr. Bubby sagt er ist auch glücklich danke Samuel du bist ganz lieb zu uns ich muss jetzt mit Mr. Bubby reden ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen Moment Ralph du hast versprochen mir zu helfen wenn ich Mr. Bubby für dich finde aber jetzt will ich mit Mr. Bubby allein sein naja nicht immer also das kann man nicht nicht unbedingt hundertprozentig schönreden das User Interface hier weil manchmal nimmt der auch Sachen auf mit linker Maustaste statt mit rechter also aufnehmen ist dann links ist aufnehmen untersuchen hingehen und rechts ist dann eventuell benutzen wenn man Glück hat oder Details finden vor allen Dingen du klickst ihn an du klickst ihn dreimal an und er sagt ach da ist nix da ist nix da ist nix nummel dann klickst es einmal mit der rechten Maustaste an ach da ist ja doch was das ist das das ist das was mich wo ich mich beschweren würde dass das die die rechte Maustaste ist die ach da ist ja doch noch was Taste ralph mr bubby ist traurig dass du mir nicht helfen willst frag ihn ja mr bubby sagt dass wir dir auch helfen ich und mr bubby ralph kennst du jemanden namens james james ist auch mein freund er und mr bubby ich muss wissen in welchem zimmer er wohnt er wohnt nebenan gleich die nächste tür aber james ist jetzt nicht da ich weiß hast du gesehen wo man den schluss klingt wie honeylein von hp kerkeling ist er irgendwo in der nähe vielleicht in einem schrank nein ist er nicht echt total smith bewacht uns und er hat alle schlüsse weißt du das mit sicherheit ja wenn wir in den flur heißt er also gelandet er die tür für uns alle aber ich glaube nicht dass er dir den schlüssel leit er ist sehr streng oh macht nichts mist smith kommt zurück wir sollten uns nicht länger unterhalten vielleicht später vielleicht später ok samuel also hat der arzt die schlüssel wie komme ich da ran sneak 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 mein lieblingsgenre schleichspiele ja oder beziehungsweise das lieblingsgenre von alex ne hallo alex splinter cell ne sag ich nur splinter cell splinter cell dass es honeylein ist ne ja du liebst schleiche schleiche spiele die zelle ist abgeschlossen ist der arzt denn jetzt wieder im vorderen teil er hat ja gesagt der ist zurückgekommen rechte maustaste ach da ist noch was taste braucht man im echten leben braucht man die dringender als die speichertaste ich würde etwas versuchen aber im moment führt dieses kabel strom wie was will er denn versuchen mit dem kabel samuel was hast du vor würdest du mich bitte in deinen plan einweilen also ich hätte gerne quicksave funktionen im leben ja und eine f1 taste in hilfefunktion und irgendwie nochmal ein echtes richtiges rollensystem rollspielensystem mit punkten dass man da sicher sein kann dass man schlauer geworden ist plus 2 auf intelligenz hätte ich gerne mal gerade ja was hast du denn hier vor ok jetzt ist kein strom dran machst du es jetzt ok ok ich spiele das jetzt einfach mal mit du verrätst mir nachher was du vorhast ok ins kabel wollen wir hier einen selbstmord vortäuschen mit dem kabel noch ein kabel achso das kabel das hängt noch an der wand deswegen kann ich es nicht ins inventar stecken womit befestigen wir das denn mal der zelle das reicht doch nicht das reicht doch nicht nein 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 ein zaun ich habe eine idee ok verrat es mir doch mal ich muss nur den schalter betätigen das hat er vor will er das ganze unter strom setzen ich muss irgendwie aufmerksamkeit erregen in den brunnen und deinen strom an genau und dann toaster reinwerfen was ist eigentlich wenn sich jemand eldenring als wunschspiel wünscht der peißen dann sind wir die nächsten 200 stunden beschäftigt glaube ich weil ich spiele es ja eh und es gibt einen ganz schlimmen schlangenboss auch im spiel aber den habe ich anscheinend noch nicht gefunden da habe ich nur von gehört und es gibt einen einen der stärksten menschlichen gegner den man dort findet heißt miriam miriam ist gerade leider nicht da aber miriam kann ich habe miriam doch nochmal runtergerungen aber miriam war echt stark im spiel es gibt eine illusion die 20 hits benötigt das ist ja cool das ist ja cool aber das ist ja ich finde das doch das finde ich eigentlich ganz cool wenn sie optisch eventuell zu erkennen ist dann finde ich das ganz gut weil die sind ja optisch schon mal zu erkennen doch das ist cool da sind auch ich habe auch so viele gebiete entdeckt wo ich dachte da kommen bestimmt so viele leute gar nicht hin das ist so riesig ich höre schon auf zu schwärmen ich glaube schwärmen für eldenring könnte woanders hören aber da will ich euch jetzt nicht die ohren voll nicht auch noch das loblied auf das spiel singen ist nicht zu erkennen der übliche bullshit bisher habe ich die aber alle die ich gesehen habe die ich gefunden habe die konnte man gut erkennen also erahnen wo man sagen würde als designer hätte ich da eventuell was gemacht und eine mine heißt auch irgendwie die abgesiegelte mine da muss man ganz viele von den wänden finden so wackel mal am zaun das kann natürlich sein das kann natürlich sein dass ich die noch nicht gefunden habe die finde ich dann nur mit wiki also okay kann ich nach vorne gehen ich kann nicht zurück der arzt könnte kommen okay dann ist das unser aufgabengebiet jetzt hier wir müssen aufmerksamkeit ersorgen ich weiß gar nicht was er vor hat was hat er vor will er sehen ob er hier wir wollen ja rausfinden wie James hier entkommen ist gehört das hier jetzt zum plan weiß es nicht ja vielleicht vielleicht als ablenkungsmanöver der zaun ist sehr stark mit bloßen händen kann ich nichts ausrichten okay habe ich irgendetwas ach mein multifunktionales taschenmesser hier das messerchen das messerchen wie immer ne nicht das messerchen ich glaube ich kaufe erst morgen ein ja mach das morgen ganz entspannt heute kriegst du auch nur noch das restliche gammelfleisch was noch eher den ganzen tag schon in der sonne lag morgen gibt es frisches fleisch ach Moment ich habe doch die säure hier bitte komm nimm die säure die löst Metall auf möchte jemand ein cooles spiel mit einer tödlichen AI Enhanced was meinst du Alex was komisch denn ich gucke mal gerade was ich noch für Hotspots habe hier das Kabel ist keins mehr der Button ist keiner mehr die Zelle ist noch eins die Zelle ist abgeschlossen die Zelle ist abgeschlossen wer mir das Spiel sagen kann kriegt kriegt es sofern er es noch nicht hat achso du hast gerade äh äh Portal 2 Portal 1 ich dachte gerade das wäre irgendwie so ein allgemeiner äh Kommentar Sebo liegt richtig System Shock aber das Original System Shock wie weit ist denn die eigentlich mit dem mit dem Remake das ist gar nicht mehr verfolgt Feuerzeug also was sagt er mir hier mit bloßen Händen kann er nichts ausrichten jetzt gibt es bei mir im Stream schon was zu gewinnen und ich habe nicht mehr was damit zu tun das ist ja super das Remake ist noch nicht draußen okay da ist ziemlich viel also wenn es das nicht ist Moment jetzt vielleicht noch ein Hotspot am Rand irgendwo guck mal gerade einen kleinen Hotspot noch am Rand übersehen habe bis 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 es muss irgendwas hier sein oder im Inventar weil raus geht es nicht mehr was machst du nicht ich kann nicht zurück der ist ja auf dem Wagen noch was drauf was ich übersehen habe das ist James James Zeller es muss was im Inventar sein Schraub ist los mit der Münze ich muss gerade gucken ob ich die beiden beeinigen kann die Enhanced Edition ist gut Spiel ich habe vor zwei Jahren selber gespielt ich glaube die habe ich auch die Enhanced Edition ich habe es auch mal nochmal versucht bin aber nicht so weit gekommen als ich da habe ich aber die Originalversion gespielt vor ein paar Jahren mal das ist schon sehr komplex für die Zeit das ist dann sieht man wirklich was das für ein Vorreiter war das Spiel ok da sind wir wieder und stehen hier wieder vor einem Hotspot der nicht reagieren möchte der Zaun ist sehr stark mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten ja die bloßen Hände können ersetzt werden durch also ich finde die Säure halt super aber ich weiß gar nicht er hat ja jetzt was hat er gemacht er hat das Kabel von der Lampe an den Zaun an den Zaun dran gefriemelt ganz höchst professionell dann hat er mir gesagt dass er eine Idee hat die wollte er mir aber nicht mitteilen Warren Spector war ein Gott in letzter Zeit hat er leider ziemliches Pech wo arbeitet was macht er denn gerade ich weiß dass er jetzt korrigier mich bitte aber war Warren Spector nicht auch an diesem Mickey Mouse Spiel beteiligt gewesen was ziemlich gefloppt ist ja genau ich weiß es gerade nicht war er glaube ich dieses Kreativspiel wo man irgendwie alles machen konnte das Versprechen gab man konnte dort alles machen ich mach nochmal hier einen Gang mit der Maus durch die hotspot anzeigen da unter der unter irgendeiner Fliese was versteckt nein ist es doch dann kann es nur ein Inventarrätsel sein ja bei Underworld Ascendant dabei und bei System Shock 3 was aber wohl nie erschienen ist weil das natürlich übel aber Underworld Ascendant ist ja ziemlich untergegangen ne das äh Mickey Epic das meine ich genau danke danke Broker genau das hat da hat das wurde damals auch so stark beworben und äh die Lizenz war wahrscheinlich auch sauteuer beziehungsweise da wurde viel reingesteckt und ist das Spiel so gefloppt das hatte einen richtig miesen Start ja ich hab die Tests auch nur gelesen interessiert hat es mich nämlich auch ich mag Dungeon Crawler gerne ich spiel auch aktuell noch sowas wie Legend of Grimrock hab ich gerne gespielt die beiden Teile ich hab sogar auf der Switch irgendwie dieses äh Monkey Tavern gespielt und ich hab mir ein paar gekauft aber ich glaub so äh Dungeon Crawler sind nicht so spannend äh wenn die gestreamt werden ich hab jetzt nämlich noch ein paar Legend of Grimrock were awesome ja wie stehst du Teil 1 oder Teil 2 wovon bist du der größere Fan ich fand Teil 2 das haben sie nochmal ordentlich aufgebrezelt für Teil 2 das Ganze guten Abend Dummy moin moin der Zaun ist sehr stark mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten kannst du nicht am Kabel ziehen hier muss ich die Säure im Inventar mit was anderem benutzen also diese Säure war ja die eine starke konzentrierte Säure die Richard mir gegeben hat damit haben wir das Schloss geknackt von dem äh Grab in Wales Teil 2 hast du nicht so viel gespielt aber fand ich super war sehr komplex Teil 2 und ich fand das mit der Oberwelt super schön ich fand Teil 1 war natürlich sehr äh ein bisschen mehr äh fokussiert weil es nur die Dungeons gab aber die Grafik mit der Oberwelt die war so schön bei Teil 2 vielleicht ja spielen wir doch nochmal irgendwann sowas wer weiß ja quasi ist Teil 2 das Elden Ring der Dungeon Crawler so jetzt habe ich es dir gegeben können wir da mit das Schloss knacken bin da schon ruhig vielleicht auch nicht macht das Schloss auf also wir sollen ja auch Aufmerksamkeit erregen sollen wir vielleicht irgendwas mit dem Ausgang machen wo habe ich denn meine Triller pfeife ja ich schicke dir gleich Patches vorbei wenn du nicht aufpasst der tritt dich dann in den Abgrund habe ich irgendwas um hier wir werfen die Münze in den vorderen Teil das ist doch du bist nie auf Patches reingefallen du bist so smart hast du eine Menschenkenntnis jetzt ist die Frage welchen Teil hat man zuerst gespielt aber im Endeffekt wird der ja immer ein guter Händler also ob man ihn töten sollte ist immer so eine andere Frage habt ihr eine Idee was man hier machen kann ich weiß ja nicht mal was er vor hat also Zaun hängt an dem Stromkabel der aber kein Hotspot mehr ist mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten bloße Hände hohe Gewalt wird niemals siegen ja lieber Alex ich glaube damit musste ich jetzt abfinden ich glaube der Elden Ring Hype wird nie abflachen weil die haben jetzt auch angekündigt dass sie die Marke weiter ausbauen wollen das heißt da können eventuell weiß ich nicht Animes Comics Spin-Offs alles mit dazukommen Kannst du den Wagen kannst du den Wagen noch anfassen ich habe schon versucht hier alles abzusuchen Evil Bloodborne 2 spielen sagt Alex ja kann aber gut sein also ich frage mich auch wie sie in der Zeit geschafft haben so ein Spiel wie Elden Ring rauszuprügeln das ging auch wirklich nur weil sie Assets aus alten Spielen übernommen haben und die Engine schon hatten sonst wäre das gar nicht möglich gewesen so ein Riesenspiel zu machen ne ist nix ne hier hinten vielleicht ich suche jetzt nochmal alles ab gehen wir hier weg die Säule irgendwie noch was und hier unser Freund ist auch ruhig ne wenn du diesen Stream ab diesem Zeitpunkt ohne Elden Ring Erwähnung auskommst dann gebe ich zwei Keys aus Deal schauen wir mal ich werde mich bemühen wenn ich es wenn ich meine Gedanken auf was anderes lenken kann ich gieße mir mal ein bisschen Getränk nach damit ich ein bisschen besser nachdenken kann da oben die Lampe selber ich habe noch nicht an der Decke gesucht fällt mir gerade auf ich muss gleich mal die Decke absuchen beim Torteitis der Hemmel fällt uns auf den Kopf das heißt ihr könnt mich jetzt auch triggern dann gewinne ich keine Keys von Alex Irgendwas hier da ging das Kabel ja her es ging hier runter dann hat es hier runter geführt und man sieht es leider nicht wo es festgemacht hat der Zaun ist sehr stark mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten ja ja das weiß ich der Ollopäder will alles für sich haben ja ich habe es falsch verstanden wir können die auch gerne beide in den Chat schmeißen heute habe ich die Spendierpumphose an ich habe ja auch noch ganz viele Keys zu verschenken weil die Keys sind eigentlich gedacht das mache ich beim nächsten Jubiläum das nächste Jubiläum steht ja kurz bevor mit 350 auch oder das nächste Twitch-Jubiläum ist erst im November also möge sich der Hotspot bitte melden oder no 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 was machst du ich muss mich verstecken was zur Hölle ey was ist da drüben los wollen wir ihm Stromstoß geben oder was haben wir da jetzt vor also warum haben wir das Kabel da festgemacht was ist mit dem soll er da stolpern oder es darf doch nicht wahr sein jetzt haben wir unsere Leiche tot durch Strom ich glaube es nicht Gewalt ist doch eine Lösung hoffentlich habe ich ihn nicht verletzt weiß er nicht ja das gerätet das mal ruhig ein der Schalüssel die Schlüssel zu allen Zellen ich glaube er wird wieder das ist keine Rücksicht auf Verluste ich glaube ja wirklich er ist von irgendwann besessen so verhält sich doch kein Mensch der macht doch nicht sowas wirklich ohne Gewissen hat er ihn da geschockt ein furchtbarer Ort kein normaler Mensch würde auch nur einen Monat lang hier drin überleben ich sollte die Zelle untersuchen der Kalaken der Kalaken was war das für ein Audio Cue ich wollte speichern ich wollte speichern bevor ihr nochmal alles im Bach runter geht jede Zelle ist glücklich in der ich bin ja irgendwie das ist doch nicht normal so in der Toilette ist immer was versteckt widerlich das sind ja grauenhafte Zustände dafür ist die Familie verantwortlich ich glaube ich möchte nicht wissen was da drin ist das ist das Piss Jar Seiten aus Büchern sogar aus der Bibel einige Absätze sind durchgestrichen andere wiederum unterstrichen wen hat er denn hier gemalt das ist äh Skeletor mit Kuchen angefertigte Zeichnungen von verängstigten Gesichtern verängstigte Gesichter na ich weiß ja nicht so wirklich eine der seltsamen Zeichnungen aus James Fantasie immer noch was hier eine der seltsamen diese Zeichnung ist zerknittert als hätte sie jemand weggeworfen und dann wieder an die Wand gehängt ich werde versuchen sie zu entfernen da ist der Fluchtweg sie kleiden hallo Jumpscare angenehm Ralph kannst du mich hören ja Samuel ich kann dich hören gut können wir jetzt reden du hast Mr. Bubby für mich gefunden du bist jetzt mein Freund ich mag meinen Freund richtig gern weißt du das ähm ja und worüber willst du mit uns reden Samuel ja war alles erzähl mir von James weißt du warum er weggelaufen ist hm ich glaube er mochte es hier nicht mehr und er hat auch Angst wovor hatte er Angst hier kann ich sagen du sagst es nicht weiter oder nein mache ich nicht Ralph er hatte Angst vor dem Chefarzt ich habe auch Angst vor dem Chefarzt aber James hatte richtig Angst warum hatte er vor ihm Angst er er kam einmal zu James mitten in der Nacht und sie sie haben ganz lange geredet ich ich habe sie belauscht durch dieses Loch der Chefarzt hat James angeschrien hast du gehört worüber sie gesprochen haben vielleicht ich weiß nicht du musst doch etwas gehört haben nur ein paar Worte ehrlich nur nur ein paar etwas von einem William und einem Schloss mehr weiß ich nicht mehr ich ich hatte Angst ok Ralph Robert hat sich wahrscheinlich mit James gestritten über seine Rückkehr zum Schloss aber warum wollte Robert ihn nicht entlassen ich jetzt neben den Erhüllungen komme ich echt nicht drüber weg dass der echt wie Honeyline klingt ich denke immer gleich kommt irgendwie was Mama das Meerzwandchen ist tot die Melanie hat das mit ihr sein Cat Guy überfahren ähm äh wirklich das ist wirklich Uncanny du hast gesagt du hast Angst vor dem Chefarzt ja große Angst er ist kein guter Mann Samuel warum hast du Angst vor ihm er er schreit uns oft an und er ist sehr streng aber am am meisten fürchte ich mich nachts vor ihm sein Vampir manchmal besucht er unsere Zimmer und dann dann passieren Dinge was für Dinge einmal kam er mich nachts besuchen er gab mir Medizin und danach war mir ganz schlecht er sagte wenn ich es weiter sage muss ich noch mehr davon nehmen du du sagst ihm nicht dass ich dass ich es dir gesagt habe oder Samuel ich werde ihm gar nichts sagen ich glaube nicht dass ich noch mehr Medizin aushalten würde wann hast du den Chefarzt das letzte Mal gesehen ich glaube es war damals als er James angeschrien hat ich habe ihn in der Nacht danach nicht gesehen und auch nicht heute ich hoffe er bleibt ganz lange weg warum hat Robert nachts heimlich Medikamente verabreicht er muss etwas verheimlichen no shit ich hoffe mal es wird nichts ja ich hoffe es sind nur irgendwelche Experimente mit Blut oder so nichts Schlimmeres ein paar Stifte und einige leere Papierbögen nichts von Interesse das war sein letztes Kunstwerk kenne ich diesen Ort Samuel müssen wir jemanden nach befragen zu Hause haben wir alles gesehen glaube ich doch noch nicht der Fluchtweg ist doch noch nicht ganz klar wie ist er hier rausgekommen schieb mal das Klo zur Seite wir sind doch hier hier ums rauszufinden ich weiß nicht worüber wir reden sollten komm ich schicke ihm die Münze rüber das große Poster zur Seite machen die die haben ja gesagt er ist über die Kanalisation entkommen das würde ja bedeuten vielleicht sieht man es im Dunkeln beim Hellen er ist kaputt die einzige funktionsfähige Lampe ist die über der Tür ok die Glühbirne geht nicht irgendwo im Boden irgendwie eine lose Fliese aus der er gekommen ist oder reicht ihm das schon als Information das Bild und die Information dass es irgendwas mit mit Robert nicht stimmt ich dachte wir müssen jetzt hier irgendwie noch die Stelle finden oder wo er sich wo er entkommen ist da war doch gerade noch was da war es der Ausgang aber ich kann gleich mal probieren rauszugehen normalerweise sagt er wenn etwas fehlt geht er einfach noch nicht wir nehmen eine Kakerlake mit so als Snack für unterwegs ok ich versuche mal zu gehen ich muss die Zelle gründlich durchsuchen ich kann noch nicht gehen seht ihr ja richtig smart fehlt noch was fehlt noch was der Fluchtweg nämlich es gibt keine zweite Ansicht der Zelle gehen wir zur Seite ich will mal die Fliesen hier untersuchen da gibt es an der Tür noch irgendwas nee das Bett hochklappen da da war was ein Loch in der Matratze da ist ein Loch in der Matratze hier zerfällt alles da ist was drin ein Stück Papier guckt raus ich werde versuchen es herauszuziehen gut gemacht Versuch macht klug und gibt Papier 25. Februar William muss erfahren dass ich wieder heil bin dass mir nichts mehr fehlt nur die Stimmen die verstehe ich nicht ich wünschte sie würden mich in Frieden lassen sie gehen mir nicht aus dem Kopf nicht einmal wenn ich sie anflehe abends male ich oft das hilft ihr Geflüster zu verdrängen meine Pinselstriche verschmelzen oft zu einem zusammenhängenden Bild ohne mein bewusstes Zutun es ist als ob jemand meine Hand führen würde 27. Februar irgendwie muss ich mich mit William treffen bevor ich hier völlig aufgesogen werde wenn wir uns sehen werde ich ihm alles sagen William muss von den bösen Dingen erfahren die Robert uns hier antut ich muss einen Weg finden einen Brief für William an dem üblichen Platz zu hinterlassen aber was ist wenn Robert meinen Brief findet ich muss sehr vorsichtig sein glücklicherweise fällt es ihm nie ein einen Blick hinein zu werfen nicht einmal wenn er vorbeigeht 2. März Robert ist heute gar nicht aufgetaucht Ralph hat ihn auch nicht gesehen das ist gut das ist sehr gut ich hoffe er bleibt weg wo immer er jetzt ist 8. März inzwischen sind 10 Tage vergangen seit ich meinen Brief dem alten Aufseher gab warum hat William noch nichts unternommen ob er meinen Brief bekommen hat ich weiß nicht wie lange ich diesen Ort noch ertragen kann also er sagte gerade was von einem geheimen Ort hier wo er die Briefe unterbringt äh und ein Brief an dem hier an dem äh weiß nicht üblichen Platz zu hinterlassen oh shit na also erwischt wusste ich doch dass jemand bei dieser Flucht geholfen hat hören sie mich ich bin gleich zurück und dann haben sie einiges zu erklären Mist der Arzt ist zu sich gekommen ich muss hier weg bevor er Hilfe holt ich möchte eigentlich nicht erklären müssen warum ich ihn betäubt habe also müssen wir den Fluchtweg finden speichern falls es wirklich eine Timingsache ist hätte er ihn doch getötet wäre er mal wirklich gründlich da reingegangen ähm Flucht aus dem Sonner Zaba unter dem WC hätte ich auch gedacht das Klo zur Seite schieben ne ok vielleicht ist die Tür ja einfach offen vielleicht ist er so doof und die Tür offen gelassen die Tür ist zugeschnappt von hier aus kann ich nichts machen auf dieser Seite der Tür gibt es nicht mal hast du einen Gesteinsamer ja letztes Mal habe ich einen gefunden aber er hat gesagt er hat eine übliche Stelle die er benutzt hat die er dem Wärter geben konnte ich dachte ich spreche mal mit Ralf das wird wahrscheinlich Gespräche sind ja über die Lösung von mir Ralf kannst du mich hören ja Samuel ich kann dich hören Ralf als James seine Flucht plante hat er mit dir darüber gesprochen ja Samuel hat er gesagt wie er es machen wollte ja hat er willst du es mir sagen aber ich bin doch dein bester Freund ich habe Mr. Bubbles oder so Mr. Bubby repariert Ralf James ist auch mir ein guter Freund verstehst du ich weiß dass er es mir sagen würde wenn er hier wäre ich na gut ich glaube ich kann es dir sagen Mr. Bubby sagt es ist okay unter James Bett ist ein Loch ja ein Loch unter seinem Bett sagst du ja Ralf von den Simpsons auch ja versprichst du mir dass du es niemandem sagst nur keine Angst Ralf Mr. Bubby vertraut dir Samuel und ich auch kann ich jetzt gehen und mit Mr. Bubby reden er sieht so traurig aus bei Ralf von Simpsons muss ich immer ein ente 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 Gibt es auch als 10-Stunden-Loop, glaube ich. So, um das Bett kriechen. Es geht erst, nachdem wir gewusst haben, was wir machen sollen. Ach, das ging ja schnell. Ich sollte verschwinden, bevor mich jemand sieht. Ich komme später zurück, wenn sich hier wieder alles beruhigt hat. Ich sollte jetzt lieber gehen... Aber die wissen doch, dass ich das war. Naja. So. Wo ist denn jetzt die... Ah, ich mache jetzt mal meinen Speicherpunkt, damit wir das Gespräch nicht nochmal führen müssen. Jetzt sind wir back home. Zurück zu Hause. Und ich würde jetzt gerne Victoria das Bild von James zeigen. Mal sehen, wo sie ist. Ob sie vom Kamin sitzt oder ob sie in ihrem Zimmer ist. Vom Kamin ist sie nicht. Vermutlich ist sie im... In ihrem eigenen Zimmer, nicht hier. Ein Lied, nur mit Sprüchen. Aber nicht mit der Originalstimme. Die Stimme ist super von Ralph. Mit Ralph fast so gut wie Butters bei South Park. Vielleicht haben sie ihn nicht gesehen. Aber die, äh... Die, äh... Schwester wusste ja, wer ich bin. Hat mich ja vorgestellt. Sie weiß ja, dass ich ein Verwandter von, ähm... Robert bin. Und klopfe ich mal ins Gate by Victoria an. Ich möchte Victoria nicht mit einem weiteren Gespräch stören. Ich rede später mit ihr. Heißt das, wir können jetzt ins Bett gehen? Oder... Zum Kapitelabschluss, oder müssen wir noch was erledigen? Ich schau mal. Erst das Gesicht waschen. Ganz wichtig. Die Hände waschen. Bestimmt ein Achievement, wenn man sich jedes Mal die Hände wäscht, bevor man ins Bett biegt. Ich glaube ja, das Wasser wird nochmal wichtig. Ins Bett geht's noch nicht. Äh... Dann spreche ich mit Bates, wenn ich ihn finde. Der ist ja auch schon seit... seiner Jugend... von... in der Familie angestellt. Der müsste das eventuell auch kennen, was wir da haben. Bates ist normalerweise... Küche... oder Keller. Achso, ich sollte mir das Bild vielleicht auch nochmal im Inventar selber anschauen. Ein düsteres, von James gemaltes Bild. Nee, er weiß es nicht. Von alleine. Deine Tastatur spinnt nur auf Twitch. Jay? Ist ja seltsam. Nee, hab ich doch alle Hotspots schon durchsucht, ne? Also... Nee, zum hinteren Garten, zur Küche wollte ich. Da ist er. Der gute Bates. Die Gates, Bates. Brauchen Sie etwas, Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss, Sir. Warum nicht Seudberg? Bup, 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 bup. Seudberg ist auch gut. Können Sie mir sagen, wo sich auf unseren Ländereien der alte Leuchtturm befindet? Ich erinnere mich nicht davon gehört zu haben. Aber sicher doch, Sir. Das ist die zerfallene Ruine an der Klippe von Sharp Edge. Es ist das einzige Gebäude auf dem Ödland. Sie können es unmöglich verfehlen. Darf ich fragen, warum Sie sich dafür interessieren? Ich wollte eigentlich nur wissen, wo er ist. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Das liegt bestimmt an dem Spiel, was ich gerade spiele. Dass dein Chat verrückt spielt. Das Himmel ist verflucht und gleichzeitig ist der Stream hier verflucht. Ähm. Ist das jetzt als Location freigeschaltet? Ja. Ah, Sharp Edge. Ich wusste nicht, ob ich James auf der Klippe finden würde. Eine innere Stimme sagte mir jedoch, dass es der Ort war, an dem er sich mit William verabredet hatte. Dieser Ort sieht genauso aus wie der auf James' Bild. Ich dachte gerade, da ist eine Schlange hier. Da schlängelt sich eine Schlange hoch. Ich werde jetzt halber mal speichern. Aber man kann ja sterben in dem Spiel. Es ist immer ein Leuchtturm. Es ist immer ein Mädchen. Immer ein Leuchtturm. Das ist schon die zweite Anspielung an Bioshock heute. Das ist manchmal so. Das ist echt wirklich weird. Dosen. Dann können wir für den Pfand einsammeln. Dosenpfand. Da ist nichts von Interesse. Na, klick dich nochmal rechts durch. Erstmal reinschauen, bevor wir reingehen. Drinnen hat jemand Feuer gemacht. Wenn James tatsächlich da drin ist, sollte ich mich auf alles gefasst machen. Sind wir noch bewaffnet. Der verrückte James. Also wir können auf jeden Fall, wenn wir mit William über ihn reden, können wir vielleicht in ein Vertrauen gewinnen. Ich schau erst mal noch einmal drumherum. Ich will wissen, was drin ist. Oder so. Vielleicht sollte ich mich in der Umgebung umsehen, bevor ich den Leuchtturm betrete. Oder auch nicht. Gut. Das war jetzt die vierte Todessequenz. Ey, tot sind wir noch gar nicht. Wir sind nur narkotisiert. Anscheinend hebt er ein Grab für mich aus. Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Sprich mit ihm. Anscheinend hebt er ein... Zu spät. Zu spät. Okay. 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 Das ist eine Herausforderung. Ich werde gekillbelt. Dann muss ich den Five-Finger-Death-Punch durch die... Durch den Sackdecke machen. Easy peasy. Hab ich geübt. Let's go. Let's go. Gut, dass ich gespeichert hab. Der Speicherinstinkt war richtig. Lass uns die Dosen noch einmal vorher anschauen. Als geht. Da ist nichts von Inter... Hier noch was von Interesse. Der Fuß der Klippe verschwindet im dichten Nebel. Dem Brandungsgeräusch nachzuurteilen ist es mindestens 20 Meter tief. Okay, ich schau mal kurz ins Inventar. Was da eventuell gleich wichtig werden könnte. Ich hab grad gedacht, ich muss das Tagebuch benutzen. Also ansprechen wäre doch eigentlich etwas. Oder über den Brief sprechen. Ähm, nicht. Schauen wir mal. Zuerst werde ich mich umsehen. Das ist weird. Der Ausgang wird erst freigeschaltet, nachdem er sagt, er will sich umsehen. Okay, lass uns mal die Sequenz wieder starten. Vielleicht sollte ich mich in der Umgebung... Honk. Ah, man hört seinen Herzschlag noch jetzt, dass er mich tot. Das würde ich vielleicht sofort merken sollen. Anscheinend hebt er ein. Ich muss ihn. Nee, zu spät. Ähm... Hm, hab ich ne Idee. Was könnte man machen? Ansprechen geht nicht. Bin gefesselt. Kann ich mich nicht da runterrollen einfach und ihn zur Seite schubsen? Anscheinend hebt er. Ich muss ihn. Ich bin an Armen und Beinen gefesselt. Ja, das Messer... Nein, zu spät. Ich hab nur ne gewisse Zeit. Ich versuch gleich mal das Taschenmesser zu benutzen. Mein, äh... Schweizer Taschenmesser. Ja, ich weiß. Jetzt schenke ich mir auch die Dose. Die Dose und die Klippe. Zuerst werde ich... Vielleicht sollte ich mich... Let's go. Kann der Herzschlag hören? Kannst du ihn auch hören? So, wo ist man... Na. Es ist wirklich das Messer. Natürlich. Anscheinend hebt er ein Gericht. Ich muss ihn irgendwie... Also, das war richtig. Was mach ich denn danach? Bin jetzt nicht mehr gefesselt. Und jetzt? Funk. Sehre dich doch, du! Sehre dich! Ach, ich muss mich vielleicht noch an deinen Füßen befreien. Naja. Jay, du hast recht. Ich hab mal nur die Arme freigemacht. Ich muss mich auch untenrum freimachen. Das war's. Twinkle, 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 little star haben die hier gespielt. Das ist rechtefrei. Das dürfen die. So, jetzt werde ich mich umsachen. Vielleicht sollte ich mich... Das klingt aber schon brutal, der Schlag irgendwie. Da hört man so ein leichtes Matschgeräusch. Als ob der Schädel eingeschlagen wird. Das klingt nicht nach einem einfachen K.O.-Schlag. Twinkle, twinkle, little star. Du hast es gesehen. Jetzt gibt's einen mit der Schaufel. Ja, das hat ja super funktioniert. Erst die Füße freimachen. Erst die Füße und dann die Arme, damit wir... Oder war's zu langsam? Shit, shit, shit. Shit oder Schnitt? Ich hab den falschen Schnitt gemacht. Ich versuche erstmal die Beine zu machen. Ja, ich guck mal gerade. Hab ich denn... Ich hab die Säure. Ich könnte die Säure benutzen. Und da könnte ich ein Two-Face aus ihm machen. Mal gucken. Und die Münze werden. Die Münze werfen. Man kann mit einem gezielten Münzwurf auch jemanden ausnocken. Oder ein Koffer. Ist das bei Hitman nicht der Koffer, das OP-Objekt? Ich hab mal so... Ich hab mal Videos gesehen, wo in Hitman ganz viele Leute mit dem Koffer... umgebracht worden. Mit dem Koffer... ...geworfen wurden. Vielleicht sollte ich mich in der Umgebung umsehen, bevor ich den Leuchtturm betrete. Bin immer noch da? Wieso? So lange bin ich noch gar nicht hier, Shadow. Also hier bin ich noch nicht so lange. Der Koffer, der die Leute verfolgt. Genau, Alex. Ich glaub, der, der hat ein Zielsuchender, Zielsuchender, ähm... Kann ich mir denn zuerst... Nee, geht natürlich nicht. Also... Es ist, glaub ich, nicht richtig, sie hat's die Füße frei zu machen. Ähm... Ich mach mal jetzt hier einen Speicherpunkt. Arme frei. Arme freu. Arme freu. Und jetzt die Säure ins Gesicht. Nee, das ist nicht. Der Messer direkt auf ihn drauf. Nee. Ja, jetzt sterb ich nochmal. Kann ich nochmal guten Abend zu, äh... ...ein paar Dokumenten sagen. Hallo. Grüße dich. Kann ich denn hier noch was... Nee, man merkt das. Und... Tut mir leid, dass ich unhöflich war. Bitte seien Sie so frei und knallen Sie mir eine. Und dann genießen Sie die Vorzüge des Clubs. Schon so lange. Drei Monate ist schon eine ganz schön lange Zeit. Das ist, wenn wir... ... das mal runterbrechen, ja... Ein Vierteljahr. Letztes Jahr. Vielen Dank für deinen... ... für deinen Support. Vielen Dank. Bis Abo. Also. Ist denn das mit dem Arm richtig? Den Arm zuerst zu befreien und dann... ... vor allem die Kugel über den Kopf. Messer drauf. Geht nicht. Ja. Ein Geschäftsquartal, ne? Na, jetzt ist es vorbei. Oder ihn einfach nur so anfassen. Ich versuche gerade die ganze Zeit einen Gegenstand zu... ... aufzusuchen. Können wir die Melodie spielen? Was eventuell funktionieren könnte, die Melodie zu spielen. Vielleicht kennt er die ja auch. Die von der Spieluhr. Er befreit die Arme automatisch zuerst. Genau. Ich habe gerade auf die Füße geklickt. Ich sage jetzt nichts, Alex, darf ich Bloodborne erwähnen? Oder geht es nur um das andere? Weil, ne? Mit Spieluhr habe ich natürlich eine... ... Verbindung mit einem anderen Spiel. Na, versuchen wir es mal. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Oh shit, es funktioniert. Er ist Vater, Gascoyne. Diese Melodie. Ich kenne sie. Ja, du kennst sie. Versuche dich daran zu erinnern, James. Ich... Ich habe sie so oft gehört, als ich ein kleiner Junge war. Vertrau mir. Ich sage die Wahrheit. Ich bin Samuel. William war mein Freund, so wie er deiner war. Samuel? Ich erinnere mich nicht an den Namen. Es ist alles so weit weg jetzt. William hat dich wie einen Sohn aufgezogen. Ich wollte nur wieder nach Hause. Ich... Ich habe William... ...den Brief geschickt. Aber er hat ihn weder beantwortet, noch hat er mich besucht. Er konnte nicht kommen, James. Ich habe deinen Brief gefunden. Deswegen bin ich hier. Warum konnte er nicht kommen? Ist er krank? Er... William... ...ist tot. Nein, das glaube ich nicht. Du lügst. Er wird kommen und mich nach Hause bringen. Du musst mir vertrauen, James. William ist vor wenigen Tagen gestorben. Man fand seine Leiche am alten Turm. Alle halten es für einen Unfall. Aber das glaube ich nicht. Ich bin zu dir gekommen, weil du mir helfen kannst, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich? Ich kann dir gar nicht helfen. Ich glaube nicht mehr an die Wahrheit. Aber du weißt etwas, was mir helfen würde, sie zu finden. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Und wenn du mich belügst? Und wenn du nur gekommen bist, um mich zurückzubringen? Ich bin jetzt dein einziger Freund, James. Wenn du mir sagst, was du weißt, helfe ich dir nach Hause zu kommen. Warum sollte ich dir vertrauen? Nun... Dir bleibt nichts anderes übrig. Vielleicht bist du wirklich mein einziger... Wow. Plus eins auf Charisma. Das ist eigentlich auch keine Rolle mehr. Ich kehre nie wieder dorthin zurück. Großseitig. Lieber bringe ich mich um, als wieder bei diesen Menschen zu sein. Das wird nicht nötig sein, wenn du mir hilfst. Na gut. Ich sage dir alles, was ich weiß. Das war ja einfach. Einfach als gedacht. James, ich weiß, dass du früher im Schloss gelebt hast. Warum ließ William dich in Ashbury einweisen? Es war nicht William. Es war Robert, der mich an diesem furchtbaren Ort hat aufwachsen lassen. Er hat mich gegen Williams Willen hingebracht. Er hat ihm gesagt, dass ich es dort besser hätte. Dass ich nur ein paar Wochen dort verbringen würde. Dass es mir helfen würde. Aber du bist nie zurückgekehrt. Er redete William ein, mein Zustand würde sich verschlechtern. Und dass er mich für ein oder zwei weitere Monate behandeln müsse. William glaubte seine Lügen und ließ mich in Roberts Obhut. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum er mir das antat. Wie konnte er das nur zulassen? Dann hat ihn Robert also die ganze Zeit belogen. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich längst heimkehren können. Aber jetzt hat sich alles verändert. Ich glaube, er muss aufs Klo, der James. Niemand, nicht einmal Robert, wird mich zurückbringen. Ich hasse diesen Bastard. Er bewegt sich, dass er unbedingt aufs Klo muss hier. Hat er seine Pistjar nicht dabei? Robert ist vor zwei Tagen nach Ashbury aufgebrochen. Er sagte, er müsse wegen einer dringenden Angelegenheit hinfahren. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Weder im Schloss noch im Sanatorium. Gut, vielleicht hat er endlich das bekommen, was er verdient hat. Vielleicht hat ihn jemand wegen seiner vielen Gräueltaten umgebracht. Ich jedenfalls werde ihn nicht vermissen. Gräueltaten? All die geheimen Experimente an seinen Patienten. Er ist von der Idee besessen, eines Tages eine große Entdeckung zu machen. Und er lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Er ist es, der wahnsinnig ist. Was hat er eigentlich gemacht? Er hat uns alle möglichen Mittel gespritzt. Einige sind daran gestorben. Die Insassen des Sanatoriums sind für ihn nur Versuchskaninchen. Warum ist das nie rausgekommen? Er macht, was er will. Niemand hat je davon erfahren. Als ich ihm sagte, dass ich nach Hause will, gab er mir eine Spritze. Danach wusste ich zwei Tage lang nicht, wer ich bin und wo ich war. Er weiß ganz genau, dass ich ihn verraten und damit alles verderben könnte. Ich wollte keine zweite Spritze mit dem Zeug bekommen. Also lief ich weg. Jetzt wissen wir übrigens, warum es hier regnet. Weil ich glaube wirklich, Shadow, er macht hier einen Regentanz. Wenn er mal aufhört, nur zu tanzen, wird das Wetter auch besser werden. Da haben wir den Übeltäter. Ich möchte, dass du dir das hier ansiehst. Ich weiß, dass William dir vor langer Zeit etwas Ähnliches zur Aufbewahrung gegeben hat. Ich möchte es gerne zurückbekommen. Er hat es mir geschenkt, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. William hat gesagt, ich solle es sorgfältig aufbewahren und niemandem davon erzählen. Und er hat es sehr ernst gemeint. Und wo ist es jetzt? Hast du es bei dir? Nein. Man hätte es gefunden und mir weggenommen. Ich habe es an einem sicheren Ort versteckt. Genau vor ihren Nasen. Keiner würde auf die Idee kommen, es dort zu suchen. Wo? Wo hast du es versteckt? Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen soll. William. William ist tot und ich muss dieses Ding finden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich durchmachen musste, um an die anderen zu kommen. Wie viele Leute ich fast umbringen musste. Ich werde es dir sagen. Es ist in der alten Kanalisation unter dem Schloss. Aber da ist keine Kanalisation. Meinst du den Keller? Doch, es gibt sie. Unterhalb des Kellers. Man gelangt über ein Abwasserrohr dorthin. Und da finde ich es? Ja. Ich muss jetzt gehen, James. Okay. Ich verstecke mich wieder. Lass ihm ein bisschen Geld da. Hier. Nimm mein Geld. Schmeiß dich jetzt mit Geld voll. James rufen. Hier. Money, money, money. Ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Okay. Ich mache jetzt gleich mal eine kurze Pause. Hier könnte ich auch ein Getränk holen. Das mache ich auch gleich. Und dann schauen wir mal, was es mit der Kanalisation auf sich hat. Es gibt in jedem guten Spiel, muss es, das ist im Gesetz geschrieben, im Game Design Handbuch, muss es in jedem Spiel eine Kanalisation geben. Weil sonst wird es nicht abgenommen und nicht veröffentlicht, gepublished. Also, ohne Kanalisation kein Spiel. Das werden wir gleich herausfinden, ob es hier auch gilt. Keine Kanalisation. Kein Spiel. Ich sag nichts, Alex. Ich sag nichts mehr. Bis gleich. Ach ja, wir wollten zur Kanalisation. Ja, dann mal ein Prost, ne? Kanalisation geht jetzt über das Esszimmer, wie immer. Skoll. Ich habe den Skoll-Command gar nicht mehr, ne? Das hatte ich mal gehabt. Ah ja. Ist egal. Vielleicht demnächst. Was trinkst du für eine Lumi? Äh, äh, Limo. Äh. Das nennt sich, äh. Ein Püllücken. Ein helles Püllücken. Beim Angebot. Ist aber nichts Besonderes. Ist, glaube ich, von, äh, von der großen Biermarke mit dem V. Von der, von der Brauerei. Also, ist nix. Ist nix, äh. Genau, es steht, steht unten drauf, von wem das ist. Also, es ist kein, äh, Craft Beer oder sowas. Aber ich fand das ganz angenehm. Das ist ein helles. Das ist ein helles, was in einer kleinen Flasche ist. Das fand ich ganz gut. Das ist halt so, äh, in einer 0,3 Flasche. Genau, es schmeckt auch ganz gut. Ist ja aber halt nix Besonderes. Aber dafür auch ein bisschen günstiger. Nur, das macht dann, wie immer, ne, beim Spielen, Dr. 8-Bit. Man muss immer aufhören, wenn man, ne? Es hat keinen Sinn, in den Garten zu gehen. Achso, da ging's ja nicht in den Keller. Der Keller ist hier hinten. Besser als Hansa aus der Dose. Ne, als alter Punk-Rocker, Punk-Fan. Sag ich, ne, geht nix über Dosenbeer. Ich schließe mich mal mit meinem Mönzhofspilz an. Das ist auch gut. Das, äh, finde ich auch gut. So, ich weiß doch, wo der Schlüssel ist. Peter weiß, wo der Schlüssel hängt. Sich nicht verstecken. Wir hängen den mal nicht zurück, weil, vielleicht wären wir ja eingeschlossen. So, Kanalisation. Hier. Richtig entdeckt. Na, und wieder die rechte Maustaste. Ne. Ähm, Brecheisen oder sowas. Oder ist das nicht der Eingang? Vielleicht müssen wir das Wasser ablassen und dann geht's hier durch. Die Schleifmaschine und noch ein Kanalschacht. Kann ich mein Taschenmesserchen damit schleifen nochmal? Das ist jetzt ein bisschen abgestumpft dadurch, dass ich es schon so häufig eingesetzt habe. Ich sehe nichts da drin. Brauchst du vielleicht Licht? Was ist denn anleuchten? Ne. Ich sehe nichts. Da hängen, da hängen hinten solche Äxte und so. Kann ich die nicht benutzen im Welt? Obwohl, die ist noch eine. Es riecht unangenehm. Ich sehe nichts da drin. Hängt da eine Kette dran. Die Pumpe ist Teil des Wasserverteilungssystems. Sie pumpt das Wasser unablässig rein und raus. Je nach dem aktuellen Bedarf. Ich hab jetzt gerade gedacht, können wir da nochmal damit spielen, um das Wasser aus dem Springbrunnen hier abzulassen? Aber anscheinend nicht. Nee, es ist es deaktiviert. Okay, muss ich mich im Rest des Hauses noch umsehen, um etwas zu finden? So wie jetzt hier meinetwegen den Schuhehaken vom Kamin, um die Kanalgitter aufzustemmen? Oder gibt es einen anderen Eingang? Gibt es einen anderen Eingang? Also das ist ein Hotspot, die Schleifmaschine. Ich hab jetzt keine Lust, mich nochmal im Rest des Hauses ehrlich gesagt umzuschauen. Ah, Seil mit Haken. Wir haben's. Glaub ich. Das könnte sich als nützlich erweisen. Also von der Größe her würde ich sagen, ist es der, äh... Der hintere Kanaldeckel. Fang bei dem mal an. Ich bin fliegendes Kugel, aber der ist es. Was können wir denn damit machen? Ein kräftiges Flachsseil. Ja, kein Flachs, ein Flachsseil. Ein kräftiger Stahlhaken. Können wir die wieder zusammenfügen? Ich binde das Seil an den Haken. Würde sie jetzt irgendwie hier rüberschwingen und dann irgendwie mit Zugwinde irgendwie da hochziehen? Das geht nicht. Oder nicht. Das Falsche. Muss ich es mit der Schleifmaschine verbinden? Na? Erzähl mir was über dein Hakenseil. Geht nicht. Gibt es irgendwo noch was? Einen anderen Deckel hier irgendwo? Ich guck mal grad nach Ausgängen. Hab ich es in dem schon probiert? Wenn es irgendwo drüber hängen kann, ne? Küche. Guck mal, ob er rausgeht. Also theoretischerweise könnte man noch woanders hin. Das heißt, es muss nicht unbedingt unten gelöst werden mit dem. Ne, ich glaub bleib aber erstmal. Ich bin das Seil, das weist darauf hin, dass die Lösung hier unten ist. Ja, Hammer. Ich wollte ja auch schauen, ob man die Äxte benutzen kann, die da hängen. Da hinten hängen wir noch so alte, mittelalterliche Waffen. Weiter rechts. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Hier. Da und da. Schleifmaschine. Jetzt sind wir unsere Spur. Also James hat mir gesagt, hier gibt es eine Kanalisation unten. Sieht man ja auch, hier ist ein Kanalschacht. In Kanalisation ist ja das Wort Kanal mit drin. Da sind wir auf der richtigen Spur. Mal hinten. Was gibt es denn noch im Haus, was ich eventuell noch mitnehmen könnte? Gab es im Kaminzimmer noch etwas, was auffällig war, was ich bisher nicht mitnehmen konnte. Damit ich sowas wie eine Seilwinde oder sowas herstellen kann. Es wäre auch ganz klug, irgendwie vielleicht das Seil an die Pumpe zu binden. Ah, du hast ja alle drei Ank-Teile und King's Quest 7 und leider auch 8 gekauft. Leider kann man 8 nicht verschenken, weil das ist ja ein Bundle da drin. Bei King's Quest sind aber auch, glaube ich, die deutsche Version dabei. Ich habe die deutsche Version, die ich streamen werde. Weiß nicht. Aber wahrscheinlich war die ja auch dort dabei, ne? Habe ich noch was im Inventar zum Verbinden? Das ist King's Quest, äh, der siebte Teil. Speedrun-Szene. Ah, sehr gut. Ja, meistens ist die, gerade die Adventure-Community sehr, äh, groß auch in Deutschland, dass sie dann solche Patches rausbringen. Ich habe ja auch Gabriel Knight so gepatcht und Phantasmagoria habe ich auf Deutsch gepatcht, damit... Also da findet man meistens was. Gell, Monkey Island, die beiden Teile habe ich ja auch gepatcht. Da sind die ja sehr aktiv. Ja, soll ich mich nochmal... Ich schaue mich nochmal kurz im Terminzimmer um und so. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Soll ich denn gucken aus dem... Hier sagt er mir, er will nicht raus, ne? Moment, er wollte nicht rausgehen. Das wollte ich gerade nochmal überprüfen, also in den Garten gehen. Es hat keinen Sinn. Okay, also die Lösung ist im Haus. Du bist wieder da, Shadow. Herzlich willkommen zurück. Ich will mal kurz am Kamin schauen. Also, dass ich mich im Rest des Hauses noch umsehen kann, deutet eventuell auch darauf hin, dass ich noch was finden muss, was mir fehlt. Ich wollte hier nochmal am Kamin schauen. Tick. Fällt auf Anlieb auch nichts ein, außer die Schüssel oben in meinem eigenen Zimmer, das Wasser. Aber da wüsste ich nicht, was die bringen sollte. Da habe ich keine Ahnung. Hier gibt es das lange Tagebuch. Ne, eine Minibar. Ne, eine Minibar. Warum, da war ich gerade drin. Küche, da war ich drin. Kann ich denn jetzt mit Victoria sprechen? Gerade wollte er es noch nicht. Und jetzt mit der neuen Information? Ob sie was darüber weiß? Ich versuch's mal. Das könnte vielleicht sein, weil er hat gesagt, er kommt später wieder, um mit ihr zu reden. Ja, eigentlich kann ich doch jetzt... Warum durchsuche ich jetzt nicht einfach Roberts Zimmer? Er ist ja eh nicht da und wir wissen, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Hey, willkommen zurück. Du warst konsequent. Sehr gut. Dann kannst du ja morgen ausschlafen. So, hier ist nämlich doch das Wasser. Wie könnte ich mir Wasser mitnehmen? Kann ich das Wasser mit der Säure verdünnen? Dann muss ich das Seil anfeuchten. Ist es ein Schlüssel oder ist es ein Schlüssel? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dafür auch ein Patch gibt, Jay. Und es läuft im Scum4M, King's Quest 7. Das ist für mich ganz interessant. Dann kann ich es gut auf den Mac zum Laufen bringen. Also ist das ScumVM-kompatibel. Ich hab's nämlich schon installiert für Scum. Raus gehst du? Okay. Dann... Gehen wir nochmal wieder in den Keller. Irgendwas fehlt. Aber nicht vergessen, ihn auszumachen, wenn du ins Bett gehst. Oh, mir ist das neulich mal wieder passiert, dass ich den Herd angelassen hab. Bleibt eine Stunde, danach hab ich's gemerkt. Da stand was... Ich hab keinen Kaffee... Ich hab gekocht und dann hab ich danach ausgemacht. Irgendwann rochst du dann so komisch hier. Und dann... Zurück in die Küche. Da hätte man sich garantiert wieder eine Zigarette dran anzünden können. Naja, beinahe noch ne Feuerwehrgeschichte. Ist zum Glück nichts gebrannt, aber... Es ist schon sehr... Es wird ja sehr heiß, wenn da nichts draufsteht. Ich hab mal auch einen Induktionsherd. Der wird schon sehr heiß, wenn da irgendwie nichts draufsteht. Am besten liegt da irgendwie noch Papier drüber. Oder so. Oh. Gruselgeschichten. Und ich bin sowieso immer... Wenn ich aus dem Haus bin und ich vorher gekocht hab oder mir einen Kaffee gemacht hab. Ich mach mal meinen Kaffee ja auch auf dem Herd. Da bin ich ja auch so paranoid, wie das wahrscheinlich einige von euch vielleicht auch sind. Hab ich den Herd ausgemacht? Hab ich ihn nicht ausgemacht? Warum wird er denn heiß, wenn nichts drauf ist? Ja, weiß ich nicht. Wenn die Hitze nicht in den Topf steigt, dann... Der wird, glaub ich, nicht heißer. Das hab ich vielleicht falsch gesagt. Nee, nee. Der wird nicht heißer. Ich kenn mich jetzt nicht so mit Herden aus. Nee, ich hab kein Induktionsherd. Das ist Quatsch. Ich hab ein Cerankochfeld. Das mein ich. Also ich hab ein ganz altes Cerankochfeld. Das mein ich. Kein Induktionsherd. Nee, nee. Da hab ich mich grad falsch ausgedrückt. Ist kein fancy schmancy Herd oder so. Der wird heiß. Ja, sorry. Kein Küchenexperte. Herr des Stadthornen. Ja, das ist... Genau. Ja, sowas Fänziges hab ich leider nicht. Ja, morgen wird übrigens wieder frisch gekocht. Soll ich morgen meinen Koch streamen? Soll ich morgen einen Koch streamen machen? Morgen wird frisch gekocht bei mir. Glaub ich. Ja. Was gibt's hier? Weiß ich noch nicht so genau. Weiß ich noch nicht. Mal sehen. Aber morgen hab ich Zeit dafür. Ich wohne ja nicht weit weg. Genau. So, wir haben hier diese Schleifmaschine. Und sie scheint zu funktionieren. Was machen wir mit der... Schleifmaschine? Können wir die auseinander bauen? Das scheint zu funktionieren. Sie scheint zu funktionieren. Eine funktionierende Schleifmaschine für mein ungeschliffene... Für mein ungeschliffenes Verhalten. Dass ich einfach Leute unter Strom setze. Samuel, schleif dich mal selber. Ich hab knapp 8 Kilogramm Fleisch und 2 Kilogramm Gemüse. Das wandert über Nacht mit 10, 11 Litern in deinen schönen neuen Topf. Und wird dann 12 Stunden vor sich hin simmern. Das klingt gut. Der ungeschliffene Diamant. Oder die Kugel. Ich wollte die Säure eventuell benutzen, um... Achso, in die Kanalschacht. Ich dachte... Da wäre gerade ein anderer Hotspot gewesen. Das scheint zu funktionieren. Was ich dachte erst, dass wir mit der Maschine hier das Wasser entlassen. Und dass wir darüber... Weil wir hätten ja auch das Seil... Hier runtersteigen könnten. Weil... Die Maschine funktioniert nicht, mit der ich das Wasser ablassen kann. Und hier ist auch gar nichts mehr, um was machen zu können. Ein bisschen Knoblauch und Zwiebel mitnehmen. Vielleicht mache ich ja morgen als Beilage wieder Pfannkuchen. Ich habe noch Eier vom letzten Mal, die müssen langsam verbraucht werden. Oder es gibt Omelette dazu. Ja, Leute. Wo liegt denn das Problem hier? Gibt es noch etwas, mit dem ich das hier benutzen kann? Haken am Seil. Klingt auch wie etwas, was auf der Speisekarte steht. Ja, was hätten Sie denn gerne? Oh, der Haken am Seil klingt besonders lecker. Den hätte ich gerne. Welche Beilage mehr? Weiß ich nicht. Gleich mit... Mit einem Benzinfeuerzeug, bitte. Haken am Seil. Befestige es an der... Gehe nochmal in den anderen Raum. Aber ja noch... Der Schacht kam mir irgendwie auch so vor, dass er da besser reinpassen würde. Der scheint ein bisschen größer zu sein. Ein Kanalschacht. Vielleicht muss ich gleich mal den Timer anmachen, weil irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Beziehungsweise auf dem Haken mit Seil. Haken am Seil. Würstchen im Schlafrock. Madre de Dios. Es ist el Pollo Diablo. Willkommen im Club, Zedou. Vielen Dank für den Follow. Das ist übrigens gerade... Oh, Jubiläumszeit. Das war die Nummer 350. Eigentlich könnte ich ja wieder etwas zum Feiern machen. Ein neuer Meilenstein wurde erreicht. Endlich dabei. Ja, sehr schön. Und was für eine Nummer du bekommen hast. Du darfst dir die Nummer 350 bitte am Eingang abholen. Na gut, dass ich nicht so viele Hunger habe. Ihr redet gerade so viel vom Essen. Ich mache jetzt mal den Timer an. Eine Viertelstunde. Und dann mal gucken, ob Shadow oder mir jemand anders helfen kann. Also 15 Minuten Zeit, um das Rätsel des Kanalschachtes zu lösen. Und ich glaube, es ist tatsächlich hier unten. Und nirgendwo anders. Kann ich eins der Fässer benutzen oder so? Küche. Was habe ich gewonnen? Wenn du lange dabei bleibst, gibt es bei... Nächsten Jubiläum gibt es Steam Keys zu gewinnen wieder. Und meine Dankbarkeit hast du gewonnen auf jeden Fall. Zeig mal Inventar. Ich gehe nochmal runter. Aber eine Viertelstunde habe ich noch Zeit. Also noch nicht so viele Tipps geben. Das heißt, vielleicht fehlt noch was. Habe ich denn noch irgendwas im Haus übersehen? Also raus geht es nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Ich gehe nochmal in den Gemeinschaftsraum. Irgendwie ist mein Point-and-Click-Sense am Tingeln. Ich habe heute Spider-Man gesehen. Deswegen kam ich da gerade rauf. Mein Spider-Sense ist tingling. In No Way Home. Wie das häufig bei Marvel-Filmen ist. Ich fand die erste halbe Stunde unterhaltsam. Danach war das Ganze irgendwie noch so ein Nostalgie-Werbe-Clip gewesen. Weil es war ganz nett, wie das gemacht ist und was man da gesehen hat. Aber direkt wieder... Bestimmt morgen alles wieder vergessen. Oh, 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 oh. War da nicht gerade ein Hotspot irgendwo? Nee. Wollte ins Gemeinschaftszimmer. Irgendwie... Will ich das Pferd hier immer haben. Ja, so hot ist der Take gar nicht. Weil mich langweilen die irgendwie auch nach der Hälfte. Die erste halbe Stunde, die hatte noch so ein bisschen... Screwball-Comedy würde ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwie so diese Verwechslung und was alles schief geht. War das, weil, äh... Da war da noch... Dieser Spider-Man-Film. Ich weiß nicht, ob es der dritte auch schon ist mit Tom Holland. Hat das gleiche Problem, was der dritte Spider-Man von Sam Raimi hat. Und ist sich dessen, glaube ich, nicht mehr bewusst. Aber irgendwie greifen sie darauf zurück. Und das wird halt im Laufe des Films halt immer extremer. Also zu viel... Zu viel... Eingestopft. In den ganzen Filmen. Ja, bei Watchmen habe ich mir danach sogar die Graphic Novel gekauft. Und das passiert nicht häufig. Alright. Ja, ich... Ich... Ja, wir sind ja hier unter uns. Wir sind ja zum Teil auch mal ein bisschen älter. Hätte man sich das vor 30 Jahren vorstellen können, dass Superhelden-Filme, die so einen Blockbuster-Status haben... Ja, in den 90ern, da waren Superhelden-Filme ja noch immer so eine Randerscheinung. Und da war das ja undenkbar, dass das so zum Mainstream gehört. Das ist echt eine Entwicklung. Die finde ich sehr faszinierend. Das ist halt quasi... Der Standard für Blockbuster-Filme ist. Vorher war ein Blockbuster-Filme ja immer nur Einzelproduktion oder so, ne? Godzilla war auch ein Superheld. Natürlich. Aber erst bei Invasion of the Astro-Monster. Wo er angefangen hat, auf einem fremden Planeten seinen Siegestanz zu machen. Das war der Superhelden-Moment von Godzilla. Ja, stimmt. Batman, da hast du absolut recht. Batman war natürlich auch eine riesen Merchandising- und Promosache gewesen. Da hat das Marketing absolut funktioniert. The Batman. Ich gebe zu, ich habe mich gerade ein wenig zu weit aus dem Fenster gelähmt damit. Ein Superman übrigens auch. Anfang der 80er und Ende der 70er. Der erste Superman-Film. Das war auch schon... Das war auch schon eine große Blockbuster-Reihe. Ja, Christopher Reeve. Godzilla hat getanzt. Ja, das ist, der besiegt da mit, der besiegt King Ghidorah zusammen mit Rodan und, ne, nur mit Rodan, besiegen die den auf einem fremden Planeten und wird dann aber von den Menschen dagelassen und wenn die weg, dann tanzt der aber so, so ein Siegestanz. Springt so in die Luft, kreuzt die Beine, so, uh. Das ist ein bekannter japanisches Anime. Das haben die da irgendwie reingebracht in den Godzilla. Ja, ja, es waren halt Einzelerscheinungen gewesen, Sebo. Batman und Superman, das waren halt Einzelerscheinungen. Jetzt wird ja alles ins Multivers aufgearbeitet. Es gibt eine Timeline für, die werden über Jahre geplant. King Ghidorah war auch bei Mothra. Ja, beziehungsweise nicht bei Mothra selber, aber es gibt, Mothra hat zusammen mit Godzilla gegen King Ghidorah gekämpft. Ja, das gibt es auch. Und die kommen natürlich alle jetzt in den amerikanischen Versionen auch vor. Ich fand die Netflix-Godzillas ziemlich nice, also die Animes. Du meinst die Singular Point? Die will ich mir noch anschauen. Die habe ich, äh, die habe ich noch vor mir. Oder, ach, du meinst, du die Anime-Filme mit, äh, ähm, Godzilla Earth und so. Es gibt ja diese, es gibt ja zwei Anime-Godzilla jetzt mittlerweile, die auf Netflix liefen. Du meinst wahrscheinlich die Filme, ne? Die drei Filme. Ah, okay. Hm? Nicht die Serie, ja. Und Mothra, ich fand Mothra war auch früher eins meiner liebsten Kaijus aus dem Grund, als ich Kind war. Aber als ich Kind war, habe ich auch, äh, äh, Son of Godzilla gemocht. Und Minya, den Kleinen, jetzt ist der, naja, er ist fragwürdig, aber ich habe da noch nostalgische Erinnerungen dran. Und so schlecht ist der Film gar nicht. So, jetzt fangen wir mal an, hier, äh, acht Minuten lang noch den Kanaleingang zu finden. Genug abgelenkt. He-Man war auch ein Superheld, aber war He-Man ein Blockbuster? Masters of the Universe, das war, äh, das war eigentlich eine Low-Budget-Verfilmung. Mit, äh, Dorf Lundgren. Das war ja so Low-Budget, dass sie die, dass sie die Handlung auf die Erde verlegt haben, damit das, damit der Film billiger wurde. Jemand war der Böschte-Film. Aber, aber mit Frank Langella als Skeletor, der war schon nicht schlecht. Okay, also es muss was mit der Schleifmaschine hier zu tun haben. Das scheint zu funktionieren. Sagt er und macht nix. Äh, können wir das Seil nicht da einspannen? Als Jay gesagt hat, ich soll mir das, nee, äh, als Shadow gesagt hat, ich soll mir das Inventar mal anschauen. Heißt das, es fehlt mir noch was? Das irgendwie, hab ich durch die Blume irgendwie gerade so verstanden. Dass mir irgendwas noch fehlt. Ja, aus dem hinteren Teil. Wait, 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 wait. Ist ja irgendwie noch ein kleiner Hotspot an der Schleifmaschine, dass ich noch was abbauen muss. Das wolltest du nicht damit sagen, okay. Danke Brokey und danke fürs Modden heute. Heute hast du mir was zu tun gehabt. Ja, wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Morgen Abend, äh, na gut, das kann ich auch am Ende sagen. Aber morgen Abend spiele ich Beyond Good & Evil. Ein, äh, Samstags ist ja Wunschspielzeit. Da gibt es immer was außer der Reihe. Beyond Good & Evil. Und zwar die Remaster-Version auf der Xbox. Die gibt es auch. Und es gibt eine Godzilla-Serie aus den, äh, 70ern. Da gibt es auch nochmal, oder aus den 80ern. Da gibt es nämlich auch nochmal Godzilla und Godzilla-Sohn. Der heißt auch dann Baby-Godzilla, glaube ich, und nicht Minya. Also wenn wir über Godzilla reden, dann kriegen wir auch locker die sechs Minuten noch um. Dann kann ich ein bisschen rumquatschen. Ich sehe nichts da drin. Können wir denn das Feuerzeug da dran machen? Ah, ich dachte gerade, ich mache mir irgendwie so eine, ich, oder eine Lampe dran machen, um die da runter zu, äh, lassen. Das wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Um da was so zu sehen. Habe ich denn irgendwo eine Lampe gesehen? Den allerersten Godzilla, den gibt es übrigens auch bei Amazon Prime. Den ersten Godzilla. Ah, und sogar das Original und nicht die amerikanische, äh, den amerikanischen Cut. Leider nur auf Deutsch, aber immerhin. Genau, also wenn ihr, wenn ihr Godzilla das Original von 54 sehen wollt und eventuell auf die japanische Synchro verzichten könnt, dann könnt ihr das bei Amazon Prime machen. Wir haben leider nämlich auch nur Shin Godzilla im Deutsch da. Ich muss fast sagen, Shin Godzilla ist einer meiner Lieblings-Godzilla-Filme mittlerweile. Weil der, das war das erste Mal seit langem, wo, äh, er wieder sehr, sehr, äh, furchterregend war. Wie ihn aufgenommen, wie er aufgenommen wurde. Das war einfach, äh, fantastisch. Also das, da hast du wirklich gesagt, da kommt eine Naturgewalt und die ist durch nichts zu stoppen. Mal wieder das Gefühl gehabt. Und durch die Langsamkeit, die er dargestellt wurde, ähm, grenzt er sich auch sehr stark von dem amerikanischen Godzilla ab. Der natürlich hier, äh, ordentlich mittlerweile auch, äh, Muskeln zugelegt hat. Also oben ist noch Wasser. Oben ist noch Wasser. Musst du demnächst mal hier den Hashtag, äh, den Stream-Bezeichnung ändern hier. Ja. Er erzählt nicht nur langsam, Godzilla ist auch langsam in dem Film. Und bei Shin Godzilla ist es auch so, dass sehr viel, äh, Wert darauf gelegt wird, wie reagiert die Regierung darauf, auf diese Bedrohung. Und was, was für Mechanismen greifen dort an? Was macht der, was, was macht der Präsident? Was macht das Militär? Was machen die Wissenschaftler? Schaffen sie es, zusammenzuarbeiten? Das ist, finde ich, ganz gut gemacht. Aber Solaris, ja. Da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Ich, äh, liebe die Tarkovsky-Filme auch. Ich will demnächst nochmal Stalker wieder schauen. Da muss ich mir nochmal drei Stunden nochmal Zeit für nehmen, aber da habe ich voll Lust drauf. Sind wir wieder im Keller. So, wo ist der Hotspot, der fehlt? Ich wollte eigentlich gerade nach einer Lampe schauen. Und ich gucke nochmal eben, eben Licht. Ist das eine Küche? Eine Öllampe oder sowas wäre ganz gut, die ich runterlassen kann. Äh, vielleicht. Kann ich mir selber eine Lampe bauen. Gemeinschaftsraum habe ich schon durchsucht. Wie viel Zeit habe ich noch? Zweieinhalb Minuten. Schaffe ich es, noch eine Runde durchs Haus zu drehen? Um noch mal in den Keller zu gehen, um die Lösung zu finden. Hier. Habe ich denn oben was im Zimmer? Vielleicht doch noch mal in der Schublade von meinem... Ne, in der Schublade war ja noch ein Buch und noch ein paar alte Filme. Da war nichts drin, was mir helfen könnte. Bin ich mal gespannt, was ich übersehen habe. Weil meistens... Also eigentlich sind diese... Wenn ich hier nicht weiterkomme, dann ist es immer, dass ich einfach nur einen Gegenstand übersehen habe. Oder noch nicht mit jemandem gesprochen habe. Wo war Bates denn nochmal? Bates ist gar nicht mehr da, ne? Der ist ja normalerweise in der Küche gewesen. Warum ist... Den hätte man auch nochmal fragen können. Aber ohne Bates geht es nicht. Ach, den habe ich heute schon mal gebracht. Sorry. Soll ich mal nach oben gehen oder bleibe ich hier? Zimmer. Zimmer ist nur die Schüssel. Hm. Es hat... Komm, eine Minute und dann finde ich es jetzt. Hier. Wieder hier. Poplade. Gil Bates. Gil Bates. Norman Bates. Das... Gründer von Psycho-Muft. Das erinnert mich immer noch, ne? Vielleicht kommt gleich wieder der... Die Wachslippen. Oder das umgedrehte Wort davon, das ich nicht mehr sagen möchte. Kann ich nicht das auflösen oder... Vielleicht ein Lot bauen und zu gucken, wie tief das ist. Damit... Münze reinfallen lassen. Oh! Windtimer aus! Auf dem Boden ist Wasser. Ich habe ein Plätschern gehört. Von hier aus komme ich nicht in die unterirdischen Gänge. Yes, 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 yes. Okay. Das war noch eine allerletzte Sekunde. Sie enthält einige Münzen. Okay. Dann wissen wir schon mal, wie wir herausfinden, was der richtige Schacht ist. Okay, das war echt... Das war wirklich in allerletzter Sekunde sozusagen. Ich bleib bei null Hinz. Ich bleib bei null. Meine reine Weste. Mal gucken, ob ich mal ein Adventure mit reiner Weste schaffe. Okay. Ja, kein Wasser ist doch gut, oder? Ja. Okay. James hat nicht gelogen. Das geheime unterirdische Gangsystem existiert. Die Luft hier ist sehr stickig. Zünd mal lieber kein Feuer an. Wer weiß, ob hier Gas ist oder so. Halt, 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 hier liegt ein Film. Genau. Zahnrad. Wollt ihr eben speichern? Äh, 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 unten im Kanal wird es gleich banal. Nichts anderes. Ich will jetzt nichts anderes hören. Okay. Kommt jetzt gleich noch ein Zahnrad, Rätsel. Müssen wir eine Maschine zusammenbauen. Wozu könnte ein Brunnen in einem Keller gut sein? Vielleicht konnte man damit Wasser aus den Tiefen holen, wenn das Schloss belagert war. Das Wasser hierorts könnte man nicht ohne weiteres trinken. Es ist zu brackig. Zu brackig. Das ist ein schönes deutsches Wort. Wasser ist zu brackig. Du musst Fleisch und Gemüse backen. Hast du... Kein Tropfen Wasser drin. Hast du das Gemüse vor dem Backen auch gehackt? Warst du schon am Hacken vor dem Backen? Er ist leer. Das geht nach hinten. Gerade auch hier. Genau. Hier habe ich auch noch einen Hotspot gesehen. Dieses ausgeklügelte Kanalisationssystem wurde von meinen Vorfahren erbaut. Ja, und was hast du geleistet in deinem Leben? Gar nichts. Meine Vorfahren haben er ein Abwassersystem gebaut. Was haben die Römer je für uns getan? Das Aquädukt. So manchmal eine Monty-Python-Referenz muss auch mit rein. Oh, Labyrinth. Ne, ich glaube nicht, dass das Spiel Labyrinth ist. Das ist furchtbar. Es stinkt modrig. Hier gibt es seit Jahrhunderten keine frische Luft. Öffnung. Da passt der Schlüssel rein, den ich habe. Ne, doch nicht. Oder? Irgendeine Öffnung. Vielleicht fehlt hier etwas. Da ist auch noch ein Schloss oder ein Rad. Das Rad ist abgeschlossen. Ich kann es kein Stück bewegen. Es ist durch Ketten blockiert, die mit einem Vorhängeschloss gesichert sind. Da hat jemand sein Fahrrad abgeschlossen. Sehr vernünftig. Fragen wir mal die Volksfonds von Judea. Nein, du musst die jüdische Volksfonds fragen. Okay, welcher Schlüssel war denn von hier? Ich glaube, der hier ist aus dem Schloss. Oh, das sieht aber aus, als ob das passen würde. Der passt nicht, aber der passt. Erzähl mir mehr über die Öffnung. Irgendeine Öffnung. Vielleicht fehlt hier etwas. Irgendeine Öffnung. Da unten, da ist noch ein weiteres Zahnrad. Ist das... Das ist doch alles unter Wasser hier, ne? Da komme ich jetzt so nicht... Ja, da komme ich wohl dran. Ich habe hier mein Angelseil. Die Treppe lässt sich nicht benutzen. Sie steht völlig unter Wasser. Aber hier haben wir unseren Haken am Seil. Ja, cool, Stil. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Was? Das geht doch. Schmeiß das Seil dahin. Zieh es lang. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Da müssen wir es erst irgendwo drüber... ...als wirklich so eine Seilwinde machen hier. Was für eine Öffnung. Ich glaube, hier fließt das Wasser hinein. Das ist wohl seit langer Zeit nicht passiert. Ich wollte so rausfischen. Ich wollte den Haken auswerfen, um das Zahnrad ranzuholen. Geht das nicht? Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Hier. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Okay. Schauen wir es mal weiter um. Es ist nicht der Schlüssel hier. Vielleicht hier oben irgendwo dranhängen, ne? Ich wollte mich nicht drüber schwingen. Ich wollte... Ich wollte mit dem Haken das Rad suchen. Das Wasser muss schon seit Jahren hier stehen. Es ist voller Algen und Dreck. Kann ich das hier an festmachen? Wie nah gehst du denn da ran? Wahrscheinlich fließt dort das Wasser raus, wenn es überläuft. Hier kommt es rein. Da geht es raus. Ein völlig durchdachtes System hier. Es ist durch die Feuchtigkeit verrostet. Eine Stange ist locker. Ah, seht ihr? Und das war jetzt übrigens... Das habe ich mit linker Maustaste gemacht und nicht mit rechter Maustaste. Das wäre normalerweise eine Aktion für die rechte gewesen vielleicht. Obwohl rechts... Manchmal nimmt er was mit rechts, manchmal nimmt er was mit links. Er kann sich einfach nicht entscheiden, ob er rechts- oder linksänder sein möchte. Vielleicht etwas ans Seil binden. Genau, jetzt die neue Stange. Ne. Ne, okay. Hm. Okay. Das ist es nicht. Ich werde versuchen, die Stange dort hineinzustecken. Das ist doch... Was ist das denn für ein Quatsch? Es geht nicht. Die Stange ist zu dick. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Aber wenn die Stange zu dick ist, ist eventuell, wo man die dünner bekommt. Wenn ich noch wieder hochkomme. Da stand hier die Schleifmaschine. Zum Glück hat er ein GPS-System dabei, dass er sich hier nicht verläuft. Und hier ist auch noch ein Mechanismus. Genau, das ist der Mechanismus, den ich nachher reparieren muss. Dieser Mechanismus regelt vermutlich die Pumpen im Keller. Er kann doch nicht seit dem Altertum hier stehen. Er scheint zu klemmen. Die Pumpen? Gibt es da auch dann Pumphosen hinter dem Tor? Okay, eins ist dran. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier nochmal rauskomme. Es geht, ja. Ich weiß noch nicht, wie er sich da durchgezwängt hat. Aber ich gucke mal, ob ich die Schlange jetzt... Ach, die Stange, nicht die Schlange. Ich werde versuchen, die Stange etwas anzuspitzen. Das müsste reichen. Da war ich gerade ganz spitzfindig. Jetzt habe ich nämlich eine spitze Stange. Mal sehen, ob sie dünn genug ist. Alex, jetzt ist die Stange nicht mehr zu dick. Damit müsste es besser gehen. Okay, ich habe die Stange in die Öffnung gesteckt. Ich werde die Stange als Hebel benutzen. Ach so, so geht das. Hm. Die Luke hat sich geöffnet, aber es läuft kein Wasser. Was läuft bei dir jetzt auch alles rückwärts, oder was? WTF, wo, wieso schreibe ich noch von rechts nach links? Ich weiß es auch nicht. Hast du irgendwie die Sprache umgestellt auf eine Sprache, die von links nach rechts schreibt? Das ist wirklich weird. Was hast du da oben geschrieben? Duschlingel? Duschlingel. Duschlingel. Ja, das ist wirklich weird. Was ist denn da los bei Twitch? Ist das irgendwie ein neues Feature? Das man auch von links nach rechts schreiben kann. Okay, wir müssen die Stange hier losbekommen, ne? Damit können wir das Wasser anführen. Das ist ein Fall für mein Multifunktionsmesser. Vielleicht ist es ein Windows-Problem. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Die Stange habe ich nicht mehr, ne? Doch, die habe ich noch. Okay, kann ich das aushebeln? Das ist wirklich sehr seltsam, was ihr da für... Oder ist das nur in meinem Kanal so? Ja, eventuell kommt man da irgendwie auf einen Shortcut. Kommt die eventuell auszusehen auf einen Shortcut und stellt das auf Arabisch um die Sprache? So. Ich mache das jetzt mal hier mit der Karotte vor der Nase. Wenn ich das Rätsel schaffe, dann gibt es den Keks. Den hänge ich mir jetzt hier hin irgendwo. So als... Oh, die Kamera. Den Keks gibt es, wenn ich das Rätsel gelöst habe. Den lege ich jetzt hier hin, aber dann merke ich mir das. Also. Der... Das Schloss muss los. Es lässt sich nicht drehen. Ich kann es kein Stück bewegen. Dann versuche ich mal... Also das Metall... Jetzt das, die Säure, aber die muss doch noch... Jawohl. Muss noch was für was gut gewesen sein. Die Metallsäure. Ey. Die Säure von Richard hat das Vorhängeschloss aufgelöst, als wäre es aus Papier. Und ist sie jetzt weg? Die Säure hat ihren Dienst getan und kann weg. Okay. Jetzt läuft das hoch genug, dass ich... Oh, da hatten sie keine Zeit fürs Animationsbudget gehabt hier. Irgendwas läuft hier gerade ordentlich schief. Das Wasser ist bis zum Rand des Ablaufkanals gestiegen. So, jetzt aber... Jetzt aber... Ja? Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Es ist zu weit weg. Ich komme nicht dran. Ja, deswegen nehme ich das Seil, du Dödel. Muss noch mehr Wasser rein. Eine primitive Angel. Sie wird reichen müssen. Was für ein Quatsch. Das Ganze wäre auch ohne den Stock gegangen. Okay. Was angeln wir denn heute? Ah, ein Zahnrad. Wie praktisch. Genau das habe ich mir gewünscht. Alright. Ich habe ihm jetzt schon den Keks verdient. Das sieht komplett aus, oder? Ja. Sieht komplett aus. Läuft jetzt das Wasser hier hinten ab? Das ganze Wasser ist in das unterirdische Kanalsystem abgelaufen. Der Weg ist frei. Der Weg ist aber auch ganz schön muffig da unten, glaube ich, wenn das die ganze Zeit unter Wasser stand. Das Wasser ist weg, aber der Gestank ist geblieben. Hier ist seit ewigen Zeiten niemand mehr gewesen. Sag ich doch. Es ist bitter kalt hier. Und die Stille ist unheimlich. Oh. Das sieht nach einem Rätsel da aus. Nach einem Puzzle. Wenn ich Glück habe, ist das kein Schieberätsel. Das sieht eher aus nach so einem Drehrätsel oder so. Schauen wir mal. Steinrelief. Hundekekse. Oh nee, lass mal. Ich glaube, Menschen dürfen keine Hundekekse essen. Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Hm. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Es sieht aber aus, als ob hier noch was fehlt, ehrlich gesagt. Kann auch nüfts machen. Als ob hier was eingesetzt werden müsste, ne? Ist die Kugel eventuell dafür, endlich dafür? Hast du hier eine Kugel rein in diese Aushöhlungen? Ich schaue mich erst mal weiter um. Ein dunkle Ecken mag er übrigens nicht. Ich glaube nicht, dass er da hingeht. Außer, ich kann das Feuerzeug benutzen. Da ist es stockfinster. Ja, hier. Feuerzeug. Selbst ein Feuerzeug lässt ihn nicht... Kann ich ihn nicht überzeugen, da hinzugehen, okay? Kleine Truhe liegt hier einfach rum. Das muss James' Truhe sein. Endlich habe ich sie gefunden. Wahrscheinlich hat er sie versteckt, bevor der Raum mit Wasser voll lief. Das ist der dritte Schlüssel, wenn ich Glück habe. Lass mich raten. Verschlossen? Noch ein Schlüssel. James hat nicht gelogen. Ah, mein Kopf. Oh, shit. Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Bei jedem Schlüssel bekommt er neue Kopfschmerzen. Als ob er immer mehr... Ich ertrage diese unterirdische Luft nicht mehr. Ich ruhe mich ein paar Stunden aus und komme später wieder. Als ob er immer mehr Besitz von jemandem Besitz ergriffen wird. Kapitel 5. Yes. Wie viele von euch haben jetzt schon Windows 11? Was heißt schon Windows 11? Weil ich fahre jetzt noch mit Windows 10 hier auf dem Zweitrechner. Weil ich das mal günstig bekommen habe. Ich bin ja selbst auf dem Mac OS noch ein paar Versionen hinterher jetzt. Das ist die Leichenhalle. Dr. Herrmann. Ja. Die nächste Leiche. Ah, ihr seid auch alle auf Windows 10 unterwegs. Beziehungsweise auch sogar noch Windows 7. Diese furchtbaren Träume sind wie Déjà-Vus. Warum habe ich solche schrecklichen Albträume? Ih, ne? Vor zwei Tagen waren meine düsteren Morgengedanken durch Bates Klopfen an meiner Tür unterbrochen worden. Der nächste Mord. Wir sollten uns direkt mal gleich zu Dr. Herrmann begeben, ob es ihm noch gut geht. Sir. Absolut, deswegen... So, ich lasse ihn erst mal aussprechen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Was ist denn, Bates? Gerade kam ein Anruf aus Ashbury. Es geht um eine sehr ernste Angelegenheit. Ja. Ich glaube, Sie sollten so bald wie möglich dorthin fahren, Sir. Warum? Worum geht es genau? Ich habe mit der Oberschwester gesprochen. Sie wollte mir nicht erzählen, was vorgefallen ist. Ich mache mir große Sorgen. Vielleicht gibt es etwas Neues über Sir Robert. Hat sie Ihnen sonst noch etwas gesagt? Sie wollte mir nichts Genaueres sagen, Sir. Haben Sie mit Victoria darüber gesprochen? Nein, Sir. Ich wollte Sie nicht beunruhigen. Wahrscheinlich ist es nichts Besonderes, aber es wäre gut, wenn ich es mit Sicherheit wüsste. Na gut. Ich werde dort hinfahren. Behalten Sie die ganze Sache vorläufig für sich. Aber selbstverständlich. Und, Sir, das Wetter ist furchtbar. Es zieht ein kräftiger Sturm auf. Der Himmel ist so dunkel, als wäre es Nacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir ein so schlimmes Wetter hatten. Es ist äußerst seltsam. Es wird ein kräftiges Gewitter geben. Das ist alles. Aber danke für die Warnung. Auf dem Weg nach Ashbury gingen mir Bates Worte unaufhörlich durch den Kopf. Sie wurden erst durch die dunkle Silhouette des Ashbury-Sanatoriums vertrieben. Ich frage mich, was ich über Robert erfahren werde. Kapitel 5 und zurück im Ashbury Park hier. Die wissen ja, dass ich da war. Ich kriege bestimmt gleich Mecker von der Oberschwester. Bei mir ist es nämlich auch, auf dem Mac zögere ich jetzt auch, upzudaten. Ganz schlimm war das Update auf dem Mac von 32 auf 64-Bit. Da lief fast gar nichts mehr. Ich habe halt auch noch ein paar Audio-Interfaces hier für die Gitarren. Und OBS war ich mir erst nicht sicher, ob das auf dem neuen Betriebssystem so gut laufen würde. Deswegen bin ich immer noch auf einem Running System, wo das alles läuft. Und es gab jetzt gestern noch ein Sicherheits-Patch für das aktuelle System, was ich hier habe. Also es wird noch unterstützt. Deswegen bleibe ich erst mal noch dabei. Ich bin's, Samuel Gordon. Können Sie mich reinlassen? Einen Moment, Mr. Gordon. Windows 10 habe ich halt mal günstig bekommen, als ich mir Bootcamp installiert hatte. Da habe ich mir eine günstige Windows 10 Lizenz besorgt. Da war mal ein Sale kurz bevor Windows 11 rauskam, damit man da günstig updaten kann. Mr. Gordon, ich habe eine furchtbare Nachricht für Sie. Der Chefarzt ist tot. Ach was, das ist Robert. Wovon reden Sie? Ein Schist und ein Kriminalbeamter waren hier. Es ist furchtbar. Wie ist das passiert? Sie sagten, dass seine Leiche am alten Leuchtturm gefunden wurde. James hat neben der Leiche gesessen. James? Er hat nur mit starrem Blick da gesessen. Er hat nicht mal versucht zu fliehen. Er saß nur da und hat eine Melodie vor sich hingesummt. Ich hätte nie gedacht, dass er jemanden umbringen könnte. Wo ist James jetzt? Wo hat man ihn hingebracht? Dort, wo er hingehört. Wieder in seine alte Zelle. Das wird jetzt für immer sein Zuhause sein. Also ist Robert tot. Aber wenn James ihn umgebracht hat, warum ist er dann nicht weggelaufen? Wohin denn, ha? Ich möchte zu James. Können Sie mich in den Hauptflur lassen, zu seiner Zelle? Woher wissen Sie, wo seine Zelle ist? Hm, naja. Robert hat dieses Sanatorium geleitet, wissen Sie. Er hat mir gesagt, wo ich James finde. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Nur gut rausgeredet. Ich lasse sie herein. Aber nach dem, was passiert ist, kann ich sie nicht alleine hereinlassen. Ich muss sie begleiten. Kein Problem. Plus eins auf Sprache. Sie kennen ja den Weg, da Sie so gut informiert sind. Ich bin gleich hinter Ihnen. Jamie James. Oh nein, nicht das. Oh shit. Warten Sie hier. Ich muss einen Arzt holen. Was ist passiert? Hat er sich erhängt oder was anderes gemacht? Ja. Klassiker. Okay. James. Was er am meisten fürchtete, ist geschehen. Er wollte nicht hierher zurück. So, mit, äh, nee. Hier, äh, wie ist er noch? Der im Nebenzimmer. Hab ich jetzt schon wieder vergessen. Mein bester Freund. Oh, Tür war offen. Nein, ist er. Wenigstens war es ein schneller Tod. Ich weiß nicht. Ich glaube, erhängen ist gar nicht so angenehm. Außer bricht einem das Genick. Diesen Schlüsselbund erkenne ich. Roberts Schlüssel. Zweiler. Ja, ich glaube nämlich in... Das war doch nicht Robert in der Vision, ne? Das war auch in der Leichenhalle. Und ich meine, das kann man so schlecht erkennen, wer, äh, wie die in der Zwischensequenzen aussehen und wie die, äh, in der Spielewelt aussehen. Genau, wenn jetzt das Genick bricht, geht's nämlich schnell. Wenn nicht, äh, ist ja unangenehm. Samuel. Jetzt bin ich. James hat meinen Namen an die Wand geschrieben. Warum hat er das getan? Lass uns den mal wegmachen, lieber. Wir wollen nicht mit dem Selbstmord in Verbindung gebracht werden. Ist hier noch was in der Zelle, was er uns mitteilen wollte? Wahrscheinlich hat James die Robert abgenommen. Oder ist das das, was ich brauchte hier? Oh. Das Loch haben sie zugemacht. Sie haben es gefunden. Jemand hat es vergipst. Jemand hat es vergipst. Kann ich es wieder aufmachen? Ich werde versuchen, den Gips abzukratzen. Kratz, kratz. Verdammt. Die Klinge ist zerbrochen. Das war die Herrlichkeit mit meinem Multifunktionsmesser. Jetzt ist es kaputt. Ah ja. Ralf, kannst du mich hören? Ja, kann ich, Samuel. Kommst du, um mich zu besuchen? Oder bist du hier, um James zu sehen? James? James ist nicht mehr hier, Ralf. Warum sagst du das? James ist hier bei mir. Er ist immer hier, er ist immer hier bei mir. Ich kann seine Stimme hören. Er ist immer da, wo ich bin. Ich muss mich dann nicht allein lassen. Ich muss dich etwas fragen, was James angeht. Ja? Ja, ich und Mr. Bubby, wir helfen dir. Was gibt's Neues zu James? Ralf, wann hast du das letzte Mal mit James gesprochen? Erinnerst du dich? Ja, Samuel. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, warum er ausgebrochen ist? Vielleicht. Aber er hatte so schreckliche Angst und hat so viel geredet. Mich hat das alles so verwirrt. Er hat immer wieder gesagt, er hat ihn nicht getötet. Okay. Das hat er gesagt. Robert? Ja, ihn. Was hat er noch gesagt? Er sagte, er wüsste, wer ihn umgebracht hätte. Der Name. Kannst du dich an den Namen der Person erinnern, von der er sprach? Samuel? Nein. Ich war zu durcheinander. Er hat auch gesagt, dass er weggeht. Und dass wir uns nicht wiedersehen. Er wollte nicht wieder in sein Zimmer gebracht werden. Ralf, versuch dich bitte daran zu erinnern, von wem James gesprochen hat. Ich weiß es nicht. Ehrlich. Danach wollte er nicht mehr reden. Er wurde ganz still. Ich mag es nicht, wenn es still ist. Na schön, Ralf. Ich muss jetzt gehen. Okay, Samuel. Mr. Bubby sagt, okay. Ralf hat als letzter mit James gesprochen. Mehr werde ich wahrscheinlich nicht aus ihm herausholen. Es hat ihn dahin geralft. Hallo, Sinshin. Ja, sehr gut. Willkommen in der Wortspielhölle. Oh, ich konnte gar nichts machen. Ich wollte gerade noch spekulieren. Was machen Sie hier? Machen Sie, dass Sie rauskommen. Sie haben hier nichts zu suchen. Mein Spekulatius machen. Ich hatte mich auf den Weg zum alten Leuchtturm, auf der Klippe von Sharp Edge. Es war der einzige Ort, an dem ich etwas über Roberts Tod erfahren würde. Langsam glaube ich ja, dass wir Leute alle umbringen. Er hat ja meinen Namen an die Wand geschrieben, eventuell. Es kann ja sein, dass wenn wir denken zu träumen oder so, dass wir von irgendetwas besessen sind. Von Mordred. Dass wir irgendwie Mordreds neue Körper werden sollen oder so. Mal sehen. Mal sehen, ob wir unsere Fußstapfen hier irgendwo finden. Oh, da war doch gerade schon ein Hotspot irgendwo da. Ein Loch im Mauerwerk. Es ist dunkel. Ich kann nichts erkennen. Es ist dunkel. Feuerzeug. Bei dem Wetter. Das Wetter wird tatsächlich immer schlechter hier. Wahrscheinlicher Jamesy. Das ist ein Loch im Mauerwerk. Das ist der einzige Hotspot, den ich gerade auf Anhieb gesehen habe. Das Fenster war letztes Mal noch eins. Ich kann nicht reingehen. Es ist zu dunkel im Mauerwerk. Weicher lieber. Ja. Wir könnten vom Blitz getroffen werden, ne? Weil wir Pech haben. vom Blitz getroffen werden. Ja. Was muss man machen? Beim Blitz. Eichen. Sollen weichen. Ne. Soll man meiden? Ne. Ja, das Buchen soll man suchen. Eichen soll man meiden? Ne. Ach, was weiß ich nicht. Soll. Eichen. Peichen. Das ist, glaube ich, alles auch nur eine urbane Legende. Stimmt alles gar nicht. Weichen sollen reichen. Weichen sind aus Metall. Es ist dunkel. Jetzt geht's auf einmal. Ich hab das doch gerade schon mal gemacht. Die nächste Rune, natürlich. Bei jedem Mord eine Rune. Das gehört dazu. Fertig. Unter Birken sollen ein Zauber wirken. Weichen sind doch gar nicht weich. Ja. Unter der Pappel ist ein Appel. Äh. Ich denke jetzt nicht über Wortspiele nach. Da seid ihr jetzt dran. Wir haben jetzt die Rune. Ich laufe in den Birkenwald. Dann wirken die Tabletten bald. Denn die Tabletten wirken bald. So rum auch. Okay, es ist das, was wir wissen wollten. Hier draußen ist nichts mehr zu finden. Ich gehe zur Leichenhalle. Vielleicht weiß Herman etwas Neues. Ich hab schlechte Neuigkeiten, Samuel. Über Herman. Ich hab kein gutes Gefühl. Aufgrund des Traums. Herman hat den Kopf verloren. Wahrscheinlich hat er die Klingel nicht gehört. Ich versuch's nochmal. Er macht nicht auf. Seltsam. Ich dachte, er wäre zu Hause. Er kann sich nicht an seinen Traum erinnern. Sie ist offen. Ich seh mich um. Schauen wir mal kurz die Rune an, die ich gerade gefunden habe. Wer sich notiert hat. Es müssten ja eigentlich... Es fehlt noch eine. Ich denke mal, wir werden fünf Runen finden. Fünf Opfer. Fünf Schlüssel. Fünf Opfer reichen, um Mordred wieder aufstehen zu lassen. Wie geht nochmal der Spruch mit, äh, äh, dichten Fichten-Dickicht? Den sage ich jetzt aber nicht, aber on-stream. Okay. Achtung. Jetzt wird's vielleicht wieder ein bisschen eklig. Die warne mal vor. Ja, die Leiche. Ja, wo steckt Herman bloß? Ja, wo steckt der bloß? Er hat die Tür offen stehen lassen. Und die Tür zur Leichenhalle. Seltsam. Wenn wir wahrscheinlich gleich, äh, ein bisschen lupfen an dem Leichentuch, dann fällt wahrscheinlich der Kopf da in den Eimer oder so. Also aufgepasst. Wollen wir einmal lupfen am Laken? Ja, hilft ja nichts. Ja, guten Appetit jetzt hier. Das ist mal ne Reaktion. Die natürlich ist. Tja, was ist wohl hier passiert, mein Lieber? Entschuldigung, ich lese den jetzt aber nicht vor. Das könnte schief gehen. Das ist nur ein kleines Horrorbild. Ich glaube, hier können wir nix machen. Da haben sie sich fürs Rendering viel Mühe gegeben. Ich glaube, ich kann hier nichts entdecken. Er trägt doch ein Toupet. Sehen wir nix. Ich geh mal raus. Jetzt geh ich nochmal auf die Leiche drauf. Das heißt, wir sehen gleich nochmal kopflosen Körper hier. Wahrscheinlich. Wer könnte ihn getötet haben? Und warum? Ich weiß es. Die Säge war es. Ey, Masaki. Guten Abend. Vielleicht ist sein Einhorn durchs Labor geritten. Hat den Kopf abgerissen. Er hält etwas in der Hand. Die Finger lassen sich durch die Totenstarre nicht lösen. Okay. So lange ist er schon tot und keiner hat es gesehen. Ja, ich muss leider an dem Screen noch länger bleiben, weil er trägt etwas in der Hand. Und ich muss irgendwie die Hand lösen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt... Ich gehe jetzt nochmal raus. Aber ich muss gleich nochmal zurück in den Bildschirm. Jetzt bin ich gerade raus. Ah, hier ist noch ein Symbol. Das ist die fünfte Rune hier. Die Stimmen. So, jetzt habe ich... Hier kann ich mir eine Kopie von der fünften Rune machen. Ist erledigt. Ja. Oh, die Rune sind komplett. Zwischensequenz. Rüffel nochmal. Ich habe gesagt, das ist ein Tor zur Hölle hier. Das ist das Mordred-Grün hier. Okay. Da kommt was auf uns zu. Aus dem... Schlund der Hölle. Wie kriegen wir jetzt die Totenstarre gelöst? Der Finger... Wir haben hier eine Lampe. Wir durften ja vorher noch gar nicht nach hinten, glaube ich, als der da war. Das untersuche ich jetzt zum ersten Mal. Es ist ziemlich dunkel hier drin. Ich mache die Lampe an. Schublade. Unter dem Buch sind einige Plastikhüllen. Die könnten nützlich sein. Plastiktüten. Nicht Hüllen. Plastiktüten. Und... Ein altes Mikroskop. Und ein Gehirn. Ist das das, was ich denke? Ja, das ist ein Spiel mit Gehirn. Ah, die Zange für die Totenstarre. Das heißt, ich muss gleich nochmal zur Leiche zurück und die... Die Totenstarre lösen mit der Zange. Also zurück zur Leiche. Die Hüllen muss ich aber nicht benutzen in dem Spiel. Mit der Zange müsste es gehen. Das müssen die Haare des Mörders sein. Die kann ich nicht einfach so in die Tasche stecken. Nee, nee, dafür brauchen wir das Plastiktütchen. Wird bestimmt unser Haar. Der Mörder hat also schwarze Haare. Hm. James' Haare waren tiefschwarz. Guck mal auf deinen Kopf. Ich sollte zurück ins Sanatorium gehen und eine Probe zum Vergleich holen. Ähm, atmosphärisch gefällt mir das Spiel sehr gut, Menschen. Jemand klingelt an der Tür. Ich sollte lieber hier verschwinden. Es gibt nur ein paar komische Rätselentscheidungen. Inspektor! Mr. Gordon? Was machen Sie hier? Ich bin gekommen, um Dr. Herman zu sprechen und... Ich weiß schon, wie das aussieht, aber ich kann alles erklären. Wovon reden Sie, Gordon? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich wollte eigentlich nur Herman besuchen und... Er ist tot. Was? Ich ging nach unten und fand seine Leiche auf dem Tisch. Dies ist eine ernste Angelegenheit. Sind Sie sicher? Ich weiß, was ich gesehen habe, Inspektor. Seine Leiche liegt auf dem Obduktionstisch. Mit abgetrenntem Kopf. Mit abgetrenntem Kopf? Das muss ich mir sofort ansehen. Hören Sie, Gordon. Waren Sie allein, als Sie ihn fanden? War sonst niemand bei Ihnen? Niemand. Seltsam, wie Sie durch Zufall immer wieder über Leichen stolpern. Er war schon tot, als ich eintraf. Ich glaube Ihnen. Ich weiß, wer dahinter steckt. Wirklich? Wer? Der Irre, der vor wenigen Tagen aus Ashbury ausgebrochen ist. Wer sonst würde solche Verbrechen begehen? Erinnern Sie sich an den Jungen? Und jetzt Herman. Verstümmelt. So etwas würde kein normaler Mensch machen. Das stimmt zwar, aber er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich war heute im Sanatorium. Hm. Also hat sich der Mörder selbst gerichtet. Tja, das ist Gerechtigkeit, würde ich sagen. Aber Sie haben doch keine Beweise. Gordon, es gibt mehrere verstümmelte Leichen und ein Wahnsinniger war auf freiem Fuß. Wollen Sie noch mehr Beweise? Das ist ziemlich eindeutig. Gut, dass Sie mir von ihm erzählt haben, Gordon. Aber jetzt gehen Sie bitte. Ich muss nach unten und mich darum kümmern. Wiedersehen. Wiedersehen, Inspektor. Warum sollte James Herman umbringen wollen? Er kannte ihn nicht einmal. Irgendwie muss ich an eine Probe von James' Haar kommen. Und sie mit den Haaren vergleichen, die Herman im Todeskrampf umklammerte. Willkommen im Sanatorium zurück. Wie meine ich das mit den Rätseln? Die Rätsel sind grundlegend nicht so schwer in dem Spiel. Weil wenn man erstmal die Gegenstände hat, dann ist es meistens immer eindeutig, was man machen muss. Und meistens läuft die Spielzeitstreckung hier nur darauf hinaus, dass man Gegenstände finden muss. Die Hotspots finden muss. Die werden ja nicht angezeigt. Und manchmal sind sie ganz gut versteckt. Und auch die Sache mit der linken und rechten Maustaste, die ist so ein bisschen inkonsequent umgesetzt. Dass man Sachen mehrmals anklicken muss. Und dann auch mal mit der rechten Maustaste anklicken muss fürs Benutzen. Aber manchmal ist Benutzen auch Nehmen und manchmal ist Anschauen auch Nehmen. Das ist so ein bisschen verwirrend. Aber man muss sich halt darauf einstellen. Immer so lange klicken, wie es geht. Alles ausprobieren. Das weiß ich gar nicht. Das wäre ja fast ein Spoiler schon, wenn ich weiß, ob das der gleiche Hauptcharakter ist oder so. Abgeschlossen. Weil ich glaube nämlich, dass wir verantwortlich sind für die Morde. Ich glaube, wenn wir jetzt nämlich die Haarprobe bekommen, dann würde ich nämlich zurück ins Labor gehen, in den Keller und die Haarproben am Mikroskop vergleichen. Und dann sehen wir, dass es nicht die gleichen sind. Dann würde ich nur eine eigene Haarprobe nehmen und dann würde ich erkennen, dass ich der Mörder bin. Ich lese jetzt nichts, was Shadow geschrieben hat, wegen Spoiler. Das habe ich nämlich gerade extra nicht gelesen. Weil dieser Hinweis, ob es der gleiche Hauptcharakter ist, der könnte halt schon Spoiler sein für dieses Spiel. Deswegen lese ich das jetzt nicht. Wer ist da? Aber Crazy Kiwi. Ich habe ich gelesen. Guten Abend. Augenblick bitte. Danke. Mach es dir gemütlich. Ich gönne dir ein Getränk. Prost. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Er hängt doch jetzt noch nicht mehr in seiner Zelle rum, oder? Hören Sie, ich muss etwas wissen. Wo ist James' Leiche? Wie bitte? Stellen Sie keine Fragen. Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Also, na gut, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Ja, eine Schlimmes. Aber nur, weil Sie es sind. Wir können Dr. Herman nicht erreichen. Ich weiß nicht, was los ist. Deswegen haben wir die Leiche in die alte Kapelle auf den Friedhof gebracht, bis der Doktor eintrifft. Sehr viel länger kann sie aber nicht dort bleiben. Sie muss in die Leichenhalle. Das war alles. Danke. Sehr zuvorkommend. Ich habe mir schon gedacht, dass wir auf den Friedhof müssen. Weil bisher hat der Friedhof noch keine große Rolle gespielt hier. Vielleicht sollte ich gleich auch mal speichern, bevor ich in den Friedhof gehe. Na komm. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Frieden auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof passieren nur gute Dinge. Ich habe noch nie gehört, dass auf dem Friedhof was Schlimmes passiert ist. Was? Was heißt das? Shadow? Ja, ja. Ich habe mich vertippt. Genau. Das ist diese Tastatur, die ich hier habe. Tippen tue ich jetzt hier mit dieser Tastatur. Und die liegt ein bisschen komisch. Dann vertippe ich mich gerne mal. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ich habe keine Zeit für Sie. Mein Zehnfingersystem, ich habe normalerweise eine andere Tastatur. Und wenn du dann die Tastatur wechselst, dann vertippst du dich gleich. Er will nichts von mir wissen. Dann geht es straight, straight to the cemetery. Die Kapelle hat sie gesagt, ne? Die Kapelle ist abgeschlossen. Aber, wir haben den Schlüssel dabei. Wir haben den Schlüssel dabei. Wir haben den Schlüssel dabei. Abgeschlossen. Ja, ja, genau. Man ist so gewohnt an die Haptik seiner eigenen Tastatur. Weil meine normale Tastatur ist ja diese hier. Habt ihr ja gerade gesehen. Und die hat ein ganz anderes Layout. Ja, ja, das Wetter wird immer schlechter. Was ist nicht der Schlüssel? Gibt es einen anderen Eingang noch? Oder soll ich nochmal jemanden fragen, der sich damit auskennt? Ich habe keine Zeit. Was wollen Sie? Können Sie mir sagen, warum die Kapelle auf dem Friedhof abgeschlossen ist? Die alte Kapelle. Ich sage Ihnen, warum. Sie ist abgeschlossen, weil da niemand was zu suchen hat. Können Sie sie für mich aufschließen? Nein, kann ich nicht. Da darf niemand rein. Habe ich doch gesagt. Aber Sie haben dafür einen Schlüssel. Richtig? Richtig. Und so bleibt es auch. Ich muss um jeden Preis in diese Kapelle. Wie komme ich nur an diesen Schlüssel? Wenn er nicht aufpasst, dann passiert ihm noch was. Aber wir versuchen es mit Bestechung, ja. Wie wäre es, wenn Sie mir Ihren Schlüssel ausleihen? Ich bringe ihn bald wieder. In der Zwischenzeit könnten Sie auf meine Brieftasche aufpassen. Tja, ein bisschen Geld zu meinem lausigen Lohn wäre tatsächlich ganz nett. Also. Keine Gewalt diesmal. Bin beurrascht. Nein, es geht nicht. Ich kann es nicht machen. Dann doch Gewalt. Die Oberschwester würde mich zu gerne hier rausschmeißen. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Schade. Dann behalte ich die Brieftasche für mich. Ich will sie nicht länger aufhalten. Dann müssen wir ihn doch mit Gewalt. Er hat es ja nicht anders gewollt, oder? Kann ich mich hier reinschnieken? Er lässt mich nicht rein. Er würde mich sehen. Das würde dem Heizer vermutlich nicht gefallen. Haben wir denn irgendetwas? Wahrscheinlich hat James C. Robert abgenommen. Das war ein Roberts Schlüssel. Für sein Zimmer zu Hause wahrscheinlich. Dann kommen wir vielleicht endlich mal in Roberts Zimmer rein. Also er hat den Schlüssel, hat er mir gesagt. Schubsen wir ihn. Mit dieser Schaufel kann er ganz gut umgehen. Mit dieser Schaufel kann er ganz gut umgehen. Gespräch nochmal führen. Oder sich jemand mit der Oberschwester sprechen. Was machen Sie hier? Das geht Sie nichts an. Ja, Sie haben recht. Was kümmert mich? Wollen Sie etwas? Warum ist die Tür zum Kesselraum abgeschlossen? Ich musste anfangen, sie tagsüber abzuschließen, wegen diesem entlaufenen Bekloppten. So viel ich weiß, war er der Erste, der entkommen ist. Die Anstalt hat in dieser Hinsicht einen sehr guten Ruf. Und man will ihn nicht aufs Spiel setzen. So soll es auch sein. Bekloppte rein und nie wieder raus. Ich will sie nicht länger aufhalten. Gut. Okay, das war jetzt keine gewinnbringende Konversation. Guck mal, ob ich bei der Schwester noch was sprechen kann. Ansonsten muss ich mir was überlegen. Was man hier noch machen kann. Ach, für ein Zwang hat er das wahrscheinlich nicht gemacht. Ich will sie nicht stören. Dann will ich sie nicht stören. Er führt sauberes Wasser. Immer noch dieser Springbrunnen, der macht mich narrisch. Komm. Ich will ein bisschen Wasser ab. Ich habe gar nicht mehr so wahnsinnig viele Sachen im Inventar. Also er hat mir ja gesagt, der Heizer hat auch den Schlüssel. Die Tür zum Raum ist abgeschlossen. Habe ich vielleicht einen Schlüssel auch für den Heizerraum unter Roberts Schlüssel? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann müsste ich nur den Heizer wieder ausknocken. Aber damit haben wir ja Erfahrung. Guck mal, wie er es generell machen würde. Nee, die Tür ist gar nicht mehr relevant. Hier ist kein Hotspot mehr. Hier lag gestern dieser bekackte Hammer. Habe ich lange gebraucht, um hier oben den Hammer zu finden. Ja, fang nicht an mir zu drohen. Du wirst es nicht mögen, wenn ich ärgere, wenn ich, äh, wenn ich sauer werde. Hier. Dann schaue ich nochmal. Komme ich denn anders in die... Da gab es noch einen anderen Screen übrigens hier. Guck, ob ich den auch noch besuchen kann. Ja, fertig. Ganz böse. Wirf den Purschen zu Boden. Nee, das ist aber im Augenblick nur hier, äh, für die Stimmung dieser Screen. Guckzigerweise ist die Tür, glaube ich, auch nicht mehr aktiv. Doch. Vielleicht was ist Robert's Zimmer holen. Die Kapelle ist abgeschlossen. Wir können mal versuchen, ob wir den Schauplatz verlassen können. Ich kann jetzt nicht gehen. Das ist also, Robert's Zimmer, äh, ist ausgeschlossen. Oder Robert's Zimmer im Sanatorium. Aber ich komme ja nicht an der Schwester vorbei. Komm, versuchen wir es mal mit Bestechung. Also, wir müssen hierhin wahrscheinlich einen Schlüssel holen. Eigentlich könnte... Ich muss das Fenster schauen. Das würde dem Heizer vermutlich nicht gefallen. Ich dachte, er macht gerade eine Pause. Da fällt ihm das nicht auf. Nochmal die Haupthalle. Und hier aus. Oh, shit. Seit wann kann ich denn in die Kanalisation zurück? Da kommen wir zurück in die Zelle, glaube ich. Hätte ich mal vorher Tab gedrückt. Das ist der einzige Weg, in James' Zelle zu gelangen. Ich habe keine Wahl. Hätte ich vorher Tab gedrückt, hätte ich den Ausgang schneller gesehen. Im Bett müssen noch ein paar Haare sein, oder? Schaut mal. Na komm, da war noch gerade was hier. Und das Bett kriechen. Ne, da geht's raus. Müssen wir wirklich in die Leichenhalle? Aber von hier aus kann ich, äh... Eventuell noch woanders hin. Ralphie? Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Kein Gespräch mit Ralphie mehr. Okay, dann... Moment. Der Wasserhand tropft noch. Die drehen wir mal zu. Das müsste repariert werden. Er tropft. Ah, habe ich meinen Werkzeugkasten nicht dabei? Habe ich nicht, ne? Mein Messer ist auch nicht mehr da. Wie leger er das sagt. Und er ist immer noch kaputt. Das müsste repariert werden. Er tropft. Das ist wichtig. Das ist so wichtig. Ich habe aber kein Werkzeug dabei. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich draußen... Kann ich Ralph... ...muss ruhig sein. Sonst werde ich ertappt. Dieses Mal hätte ich keine Erklärung. Wäre es nicht so schlau, nach vorne zu gehen, ne? Gucken. Wie ich mich erwischen kann. Da ist keiner hier. Okay. Glück gehabt. Hier ist niemand. Das muss ich ausnutzen. Bevor jemand kommt. Nicht zur Eingangshalle. Nein, 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 nein. Zum Kesselraum. Ah, hier geht es zum Kesselraum. Das steht ja auch da. Funnis Room. Wie komme ich nur an die Schlüssel zu dieser Kapelle? Ich sehe mich hier mal um. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Du sprichst, als ob du Protagonist in einem Point-to-Click-Adventure bist. Das ist ganz seltsam. Ich mache jetzt noch mal kurz eine Pause. Gehe noch mal aufs Klo. Schenke mir noch ein Getränk nach. Und dann machen wir, ja, Nägel mit Köpfen. Bis gleich. Willkommen zurück. Hier ist auch Finalzeit. Mal sehen. Aber Durchspielen heute ist wahrscheinlich nicht drin, oder? Weil wir können ein bisschen länger machen. Es ist ja Wochenende. Mal sehen. Was hier noch anliegt. Weil wir haben jetzt alle fünf Runen und wir haben aber nur drei Schlüssel. Oder haben wir vier Schlüssel? Ne, drei Schlüssel. Wir haben alle Runen gefunden. Hier suchen wir jetzt einen Schlüssel. Ich sehe nichts, was von Nutzen wäre. Genau, Alex. Ich höre es quasi vor mir. In meinen Ohren. Ich höre die Kopfhörer durch. Der Schrank war abgeschlossen, ne? Ach, nicht? Schade. Keine Schlüssel. Bloß ein paar alte Gummistiefel. Persönliche Sachen vom Heizer. Ich lasse alles so, wie es ist. Anderer Schrank ist aber abgeschlossen. Ne, ist er nicht. Ist nicht relevant. Noch ein Lappen. Es lehnte nur der Heizer dran. Das sah so aus, als er es abgeschlossen hat. Der alte Lappen steckt sich schon wieder einen neuen Lappen ein. Das glaube ich. Let's see. Die Tür vom Kessel ist sehr heiß. Ich würde mich verbrennen. Aha. Ah, wisst du, was wir jetzt machen? Oh, wir können gar nicht raus, oder? Doch. Ich mache mir den Lappen feucht. Das mache ich aber lieber auf eine nicht so anstrengende Art bei dem Wasserlappen da hinten. Weil das sind ja... Scheiße. Ich sage jetzt nicht, woran ich gedacht habe. An die Wachslippen. Das ist ja keine... Ah. Ich hoffe, keiner kann meine Gedanken gerade verfolgen. So funktioniert das. Ganz, ganz jugendkonform. Ganz, äh, 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 jugendfrei. Leider doch. Shit. Ich habe es extra versucht, äh, nicht weiter auszuführen. Und auch heute ist 18er Stream. Welcome to Peter Noster After Dark. Ab 23 Uhr nur noch ab 18. So, mit unserem... Mit unserem... Mit unserem ganz normalen Lappen, befeuchteten Lappen, machen wir jetzt den Kessel auf. Ja, toll. Ein Kessel bunt ist hier, oder wie? Die Hitze vom Kessel ist unerträglich. Ja, warum haben wir das denn jetzt gemacht, bitteschön? Da können wir was verbrennen drin, ne? Beweismittel. Die Haare. Die Hitze vom Kessel ist unerträglich. Oh, da kommt er jetzt rein. Wenn sich der Thermostat ändert. Hier. Da ist eine Schaufel. Ja, das scheint nicht relevant zu sein. Jay, heißt das, du wolltest jetzt gleich ein bisschen Leichen ausgraben auf dem Friedhof und dafür die Schaufel haben? Aber du wolltest Kohlen reinschaufeln, ne? Hier oben haben wir jetzt das Ventil aufgemacht und ist jetzt alles nicht mehr aktiv. Ist das jetzt etwas, wie wir ihn wieder reinbekommen? Na, fürs Feuer nachlegen, ja. Kann es sein, dass wir jetzt wieder raus müssen? Moment, die waren noch. Pisse. Wir haben noch nichts zum Verbrennen. Die Gummistiefel, die wollte er doch nicht haben. Das meine ich. Jetzt will er sie auf einmal. Das ist doch, das ist doch, gerade hat er gesagt, er lässt alles so, wie es ist. Die sind doppelt so groß wie meine Füße. Der Kinderfüße? Was für eine Schuhgröße hat denn Samuel? 18. Und zwar die deutsche 18. 4. Der Plastik verschmoren, ne? Ach du meine Güte. Was soll der Quatsch? Das müsste Aufmerksamkeit erregen. Ja, ja, und das stinkt furchtbar. Das stinkt tierisch. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zurück zum zum Vordereingang. Weil jetzt müsste der Heizer ja, äh, genau. Vielleicht habe ich es mit den Stiefeln ein bisschen übertrieben. Hoffentlich ist nicht zu viel Rauch ins Gebäude gelangt. Und jetzt ist der Schlüssel... Da drinnen ist es stark verraucht. Was bringt mir das denn jetzt? Ich will ja den Schlüssel von ihm haben. Schlüsselbund. Ach, der steckt in der Tür. Weil es geraucht hat, hat er den liegen lassen. Perfekt. Er hat die Schlüssel im Schloss stecken lassen. Ich leih sie mir aus. Oh. Jetzt Tür zu machen und abschließen. Ja, Rauch... Genau, dann haben wir das nächste Opfer. Oh Mann, ey. Der stirbt wahrscheinlich jetzt in der Rauchfahrgiftung. Vor allem so verbranntes Gummi. Bestimmt noch nicht gut für die Lunge. Ist der richtige Schlüssel? Es läuft aber doch. Es läuft doch. James Leiche. Ich brauche ein paar Haare, die ich mit der Probe vergleichen kann, die Herman in der Hand hielt. Ich kenne schon das Ergebnis, aber er will noch mal sicher gehen. Kannst vielleicht noch mal fies werden in der Großansicht. Ich brauche etwas, um ein paar Haare abzuschneiden. Ich möchte ihn nicht mit meinen Händen berühren. Diese Schlüssel sind nicht scharf genug, also okay. Ja, mein schönes Messerchen ist ja kaputt. Videogame Hero. Ich glaube, er ist sich selber bewusst, dass er in einem Point-and-Click-Adventure ist. Ich will jetzt die Kapelle nicht verlassen. Ich will das jetzt hier finden, was ich brauche. Halt dich noch mal raus. Ich wüsste nicht, wo ich schauen sollte. Kiste. Was ist in der Kiste? What's in the box? Wir können eine Flasche kaputt hauen und die Scherbe nehmen, um die Haare abzuschneiden. Ja, das weiß ich mittlerweile. Ist da nicht noch mehr? Rechte Maustaste macht nichts. Chlor. Ja, Chlor. Chlor weiß ich, was man ihm klar machen kann. Äh, ne. Sie enthält zwei große... Also, ich hätte jetzt eine Scherbe mehr genommen. Ich brauche etwas um ein... Ich möchte ihn nicht... was weiß ich noch mal raus. Guck mal. Ob ich draußen jetzt was Neues finde. In der... Nee, in der Zelle ist nichts. Die lassen doch in den Zellen kein... äh... keine scharfen Gegenstände und keine Scheren da für die... Warum ist da oben eine Brieftasche? Seht ihr das? Was soll das? Das war noch nie. Warum ist meine Brieftasche da oben? Das ist ja spooky. Jetzt nicht mehr. Was? Was? Kann ich die Leichen bestechen? Okay. Ich besteche die Leiche im Grab des unbekannten Realitätssanitoriums. Ich werde verrückt. Was ist das? Ist das denn hier weg? Nee. Oh, das... Ich glaube, dass das... Seht ihr gerade? Das backt gerade total rum, dass das hier... Geldbörse. Sie enthält einige Münzen. Ja, Microtransactions. Ah, eine Münze. Eine Münze ist aber nicht scharf genug zum Schneiden. Da müsste ich nochmal zur Schleifmaschine zurück im Keller. Da komme ich aber nicht hin. Also. Habe ich noch was bei dem... bei dem, äh... hier übersehen? Jetzt ist er... bewusstlos. Sicher? Sieht nix. Hast du jetzt zwei Münzen? Nee, ich glaube, man hat immer nur eine Münze. Eine zweite holt er nicht raus. Da ist ziemlich viel Geld. Was ist denn die zweite Aussage? Kann ich denn jetzt nochmal? Nee, er ist jetzt nicht mehr hier. Kann ich von den Bierflaschen kaputt schlagen? Ich mache einmal kurz einen Gang zum, äh... ob ich in den Heizraum komme. Aber er ist wahrscheinlich... Nee, Quatsch. Das ist ja doof. Kann ich Wasser holen? Ich spreche mal kurz mit er, wenn es geht. Wir haben einander schon alles gesagt. Mal wieder. Fehlen ihm die Worte. Das macht er immer bei schönen Frauen. Fehlen ihm die Worte. Weil die gefällt ihm nämlich. Pass mal auf. Das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Eine junge Frau. Sie sieht nett aus. Bitte? Da fehlen ihm die Worte. Speichern. Okay. Jetzt brauchen wir, ähm... Was zum... Zum... Nein, nachkommen egal. Was zum Schneider. Was zum Schneider. Was zur Hölle, was zum Schneider. Er ist ein... Er ist ein Flirty Boy. Er ist eben das Gegenteil von... Er ist doch eher schüchtern. Kann man eigentlich, wenn er ganz nah... Ja, man kann sein... 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 Sein D'Artagnobard erahnen. Wenn sein Pflaumen... Wenn man genau hinschaut. Die Zelle geht's nicht zurück. Das geht nicht. Aha, okay. Das heißt also... Das kann ich abhaken. Das heißt, ich muss nicht zurück in den Heizraum. Das heißt, ich glaube, die Lösung ist tatsächlich im... der Kapelle selber oder auf dem Friedhof. Oder halt vor dem, äh... Hier irgendwo noch... noch was liegen lassen hier. Ist vielleicht an dem Schlüsselbund an allem. Ein kleines Taschenmesser dran. Versuch's nochmal in der Kapelle. Vielleicht das Chlor erhitzen. Mein Theoretik Gen tut das. Ob du richtig hast, ne? Ne. Sie enthält zwei große Flaschen voller Chlor. Den Lappen habe ich auch nicht mehr, ne? Gucken wir mal. Ich gucke noch mal, ob ich was übersehen habe hier. Äh, genau. Ich schau jetzt nach Hotspots. Keine Panik. Mein Hotspot-Sense ist tingling oder ist er draußen gewesen? War es schon drauf? Ich war hier bei der Kiste. Bei der Kiste noch was? James. Ja, manchmal... Der Bildschirm ist relativ groß, den ich hier habe. Hier, äh, äh, äh. Hier war ich gerade dran. Okay. Hier oben. Hotspot-Sense. James. Da kommen sie wieder, die ausregen. Ja, ja. Es ist doch alles okay. Es ist doch alles gut. Hotspot suchen. Scherben bringen Glück. Äh, Scherben bringen Glück. Das sind doch keine Scherben. Das sind doch nie im Leben Scherben. Also doch. Die Idee, Scherben zu benutzen, war ja richtig. Ich wollte ja selber Scherben herstellen. Okay. Okay. So hat es funktioniert. Naja. Wo könnte ich sie näher betrachten? Hm. Tja, vielleicht... Ich gehe zurück zur Leichenhalle und benutze Hermans Mikroskop. Das weiß ich doch. Das habe ich doch gesehen. Reißt du automatisch dorthin oder muss ich das für dich machen? Naja, super. Shortcut. Ja. Ich ahne schon gleich den großen Twist. Ein bisschen... Ich glaube... Ich habe mich vielleicht selber gespoilert gerade. Schauen wir mal. Beziehungsweise er wird jetzt sehen, dass es nicht die gleichen Haare sind und dann würde ich mir gerne mal selber ein Haar ausreißen. Es ist richtig eingestellt. Ich kann es verwenden. Das ist, äh, James' Haar. Das ist mein Haar. Die Proben sind unterschiedlich. Das kann sogar ich erkennen. Es war nicht James, der Hermann getötet hat. Aber wer war... Wer hat sonst schwarze Haare? Hier, schau dir mal... Schau dich mal im Spiegel an. Haben wir irgendwo einen Spiegel hier? Es ist richtig eingestellt. Ich kann... Jetzt will er tatsächlich noch eine Probe von Morris haben. Er will es sich nicht zugestehen. Also... Reißen wir dem Morris mal ein paar Haare aus. Erstmal, damit wir... Schlussendlich zur Wahrheit gelangen. Da ist ziemlich viel Geld. Und Morris ist tot. Passt auf. Morris ist der Stallbursche. Da muss es auch irgendwann nochmal wichtig werden, dass wir das Licht an- und ausmachen können im Stall. Das kann man nämlich machen hier. Morris ist nicht da. Wo könnte er sein? Vielleicht zu Hause? Leiche? Eine Leiche. Ich dachte, jetzt gibt es hier so einen Jumpscare, dass hier die Leiche liegt. Ein Brief. Gekündigt? Ein Brief. Seltsame Dinge passieren hier in letzter Zeit. Alles fing vor ein paar Tagen an. Nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon. Als sein Erbe Samuel zum Schloss zurückkehrte. Nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon. Als sein Erbe Samuel zum Schloss zurückkehrte. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber bis diese Zeilen gefunden werden, bin ich schon weit weg. Ich habe das Gefühl, dieser Inspektor will mir Henrys Mord anhängen. Also will ich hier nicht rumhängen. Ich haue ab. Solange ich noch kann. Behalten Sie ruhig meinen letzten Monatslohn. Und machen Sie sich nicht die Mühe, nach mir zu suchen. Ich komme nicht wieder. Morris. Morris ist weggelaufen. Ich wusste, dass ihm nicht zu trauen ist. Und wenn er der Mörder ist? Ja, hier. Rumhängen statt anhängen. Das ist sein Motto. Ja, aber ich würde mal seine Wohnung durchsuchen. Da vielleicht Haare finden. Aber ich glaube ja tatsächlich... Ja, die Mütze. In der Mütze sind noch Haare. Morris Mütze. Mal sehen, ob wir da... ernten können. Ein paar Haare ernten. Ah, wahrscheinlich muss ich mit der rechten Maustaste erst drauf. Ich habe Haare gefunden. Ich sollte sie mir näher ansehen. Vielleicht passen sie zu denen, die Herman in der Hand hielt. Spoiler. Nope. Hast du sie? Ja, jetzt habe ich ein Haar. Okay. Quick Travel zum Labor. Ja, gut, dass die Tür nicht abgeschlossen ist. Naja, darüber sehen wir mal hinweg. Die M-Taste für Map. Ich schaue gleich mal. Nee, geht nicht. Ich habe doch die Anleitung gelesen. Der hätte das doch gewusst. Wir können auch nochmal gleich den Schlüssel von Robert benutzen, um in sein Zimmer zu kommen. Aber irgendwie bin ich ja gerade auf einer anderen Spur. Klingelt es immer noch nicht bei ihm? Es wäre fast so blöd wie Gabriel Knight in Teil 2. Ich glaube, es war ein Wehrwolf. Das war gerade ein Hotspot. Das habe ich aber schon fotografiert, beziehungsweise abgezeichnet. Ähm, ich würde ja mal versuchen, jetzt, äh, hier, heute mal eine eigene Haarprobe im eigenen Bett zu schauen. Oder ich reise jetzt mal, ähm, nochmal nach Black Mirror und gucke mal, ob ich jetzt in Roberts Zimmer reinkomme. Das wäre mal ganz interessant, was für Experimente er da durchgeführt hat. zu erfahren. Es ist auf jeden Fall ein Ausgang. Abgeschlossen. Ach, ist kein Problem. Die heutige Zeitung. Ich möchte sie nicht lesen. Ich frage nochmal kurz bei Victorian nach. Aber ich glaube nicht, dass er sie ansprechen möchte. Ja, sie braucht ein bisschen länger. Sie kann noch da sein. Ashbury. Was war das Ashbury-Gebäude, bevor es zum Sanatorium wurde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mich nie für diesen Ort interessiert. Warum fragst du nach so etwas, Samuel? Reine Neugierde. Es ist nicht wichtig. Ich glaube, einmal hat Robert erwähnt, dass es früher ein Krankenhaus für Cholera-Patienten war. Dieses Gebäude hat tatsächlich eine furchtbare Vergangenheit. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Cholera-Patienten? Nein, deswegen vielleicht auch der Friedhof daneben, ne? So. Ich speichere mal, bevor ich hier wieder in fremden Zimmern rumschnüffle. Ich wüsste aber nicht, wer mich da jetzt überraschen sollte, weil im Endeffekt sind wir doch an einem schuld, beziehungsweise beziehungsweise der Mordrit, der von uns Besitz ergriffen hat. Wo Bärts Rom. Mal schauen. Mal schauen, was für Frankenstein-Experimente er dort macht. Er hat uns ja nie reingelassen. Und nicht mal den Blick reinwerfen lassen. Ja, wer ist denn das da auf dem Bild, ha? Pfff, von wem war Robert besessen hier? Vielleicht finden Roberts Unterlagen was dazu. Sie spendet ein seltsames grünliches Licht. Das grüne Licht von Mordred. Das kennen wir doch schon. Jetzt kriege ich die langsam auch hoch. Genau zwölf? Funktioniert wahrscheinlich nicht. Die Bücher waren rotgelebt. Ja, die wollte ich mir gleich anschauen. Ich wollte mich erstmal im Raum umschauen. Hier kann ich wahrscheinlich nachher was einstellen, ne? Ja, okay. Jetzt müssen wir erst wissen, was wir hier einstellen können. Also ohne Hinweise. Das ist erstmal so. Norden. Das ist ein... Gucken, ob ich was in den Büchern finde oder so. Ich schaue mich aber erstmal hier, bevor ich den Schreibtisch Unterlagen anschaue. Das will ich als letztes machen. Roberts Medizindiplom. Lato Milka. Kleine Dose. Darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. Uh. In einigen Reagenzgläsern sind Lösungen von unterschiedlicher Farbe. Oh shit. Vielleicht hat Robert daran gearbeitet. Die Flüssigkeiten riechen ziemlich übel. Ich hoffe nicht, dass wir so ein Rätsel bekommen wie damals bei Floyd. Ich erinnere mich mit Grausen an das Chemie-Rätsel bei Floyd. Ein Medikament. Ich lasse lieber die Finger davon. Aber anscheinend... Ne, müssen wir nicht machen. Das ist deaktiviert. Okay. Hm. Anatomie. Da drunter ist noch was. Sie lässt sich nicht öffnen. Ja, besonders gut war der Schlüssel jetzt nicht versteckt. Das sieht aus wie ein Wertpapier. Okay. Jetzt auch um Geld. Hier ist sonst nichts. Nur Papiere und ein Buch. Oh, eine Uhr. Finde ich interessant genug. Sie ist abgeschlossen. Welches Schloss? Ah, wait a minute. Sophie. Roberts Frau. Sie hat ihn vor vielen Jahren verlassen. Ah, ein bisschen Background-Story. Das ist nett. Okay. Ich gucke mir mal das Wertpapier an. Irgendein Wertpapier. Seltsam. Es steht nichts drauf. Vielleicht irgendeine Geheimschrift. Ja, Chemikalien oder Dampf oder sowas brauchen wir hier, ne? Die Chemikalien sind aber nicht mehr aktiv, oder? Nein. Also der Schreibtisch kommt als letztes dran. Ich glaube, das hatten wir schon mal, äh, die Diskussion mit Chemie und Chemie. Ich bin müde, aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Aber ich sage das immer so, irgendwie so nach, äh, nach gut dünken. Ich habe da gar keine Regel. Manchmal sage ich so, manchmal sage ich so. Medizinische Literatur. Medizinbände. Es hat keinen Sinn, die alle durchzublättern. Die meisten davon sind lateinisch. Latein? Wie wir wissen, kann er nicht. Ich sage, ich sage, Christian, ihr nicht? Nein, ne? Habt ihr noch nie einen Christian gekannt? Eine Studie des menschlichen Gehirns. Hm. Ja, es geht um Gehirne. Robert hat dieses Buch aufgeschlagen. Jetzt wird er es nie mehr zu Ende lesen. Ach, das war es noch nicht. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. Das ist... MC-1120? Muss das sein? Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. Müssen wir 11.20 Uhr einstellen? Könnte vielleicht sein. Stell die Uhr mal auf 11.20 Uhr. Kannst du die... Achso, kannst du die Fackel benutzen? Ich gucke mal gerade. Das ist auch eine gute Idee, das zu durchleuchten mit dem grünen Licht. Oh! JJJ! 6-3-0-8-1 6-3-0-8-1 Kann ich das jetzt nochmal sehen? Ne, kann ich so nicht sehen. Danke. 6-3-0-8-1 6... Rufen Sie jetzt an! 6-3-0-8-1 6-3-0-8-1 Nur nette Singles aus ihrer Umgebung. Ich wollte mal kurz auf 11.20 Uhr die Uhr stellen. Oh shit, da passiert was. Oh shit! Ein geheimer Bücherschrank. Robert hatte mehr Geheimnisse, als man vermutet hätte. 6-3-0-8-1 Ist die Kombi für den Safe? Yes! 6-3-0-8-1 Ah... Once. Sesam, öffne dich! Das ist die richtige Kombination. Okay. Der Familienring. Er ist bestimmt sehr alt. Wird eingesteckt. Der Brief. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Außerdem war es nicht leicht, deinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Ich spüre, dass ich nun kurz davor stehe, sie in allen Einzelheiten zu erfahren. Und ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht nicht die Kraft haben werde, alleine damit fertig zu werden. Daher wende ich mich an dich, Samuel. Denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Ich werde dir nach deinem Eintreffen alles weitere erklären. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich spüre es. Ich habe Angst. William wusste etwas. Aber jetzt werde ich nie mehr erfahren, was es war. Vielleicht hätte ich ihm helfen können, wenn ich den Brief rechtzeitig erhalten hätte. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Kannst du mich hören, Robert? Robert! Das war eine Sikero-Referenz, ne? Robert! Roberts Vater von der Brücke fällt. Der Ring. Roberts Tagebuch. 2. Mai. Morgen werde ich Dr. Herman in der Leichenhalle besuchen. Wenn er das verstanden hat, was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, dürfte es nicht sehr schwer sein, ihn zu überzeugen. Ich glaube, er ist der Richtige. 3. Mai. Der Besuch bei Herman hat meine Erwartungen erfüllt. Unser geheimes Abkommen wird weitere Fortschritte bei meiner Forschung erheblich erleichtern. Wie erwartet war es nicht sehr schwer, ihn zur Mitarbeit zu überreden. Herman versteht, dass im Namen der Wissenschaft und der innovativen Forschung manchmal Opfer gebracht werden müssen. Er hat sich bereit erklärt, sich schon morgen um die erste Lieferung zu kümmern, was perfekt in meine Pläne passt. Wenn er nicht wäre, wüsste ich nicht, wie ich diese verdammten Leichen weiterhin loswerden würde. Ein paar Leichen spurlos verschwinden zu lassen, dürfte für einen Pathologen wie ihn kein Problem sein. Jetzt kann ich endlich mit der Testreihe fortfahren. 8. Mai. Die bisherigen Tests haben nichts gebracht und mehrere Monate Arbeit haben sich als völlig umsonst herausgestellt. Wo um Himmels Willen habe ich einen Fehler gemacht? Wo? Ich habe alle Bestandteile tausendmal durchberechnet und habe einfach keinen Schimmer, was daran falsch sein könnte. Langsam zermürbt es mich. Es dauert viel zu lange. Und mit jedem neuen Tag habe ich mehr Angst, dass die Sache auffliegen könnte. Es war ein Riesenglück, dass ich im richtigen Moment Herman zur Kooperation überreden konnte. Entweder ich muss die Zusammensetzung der Substanz verbessern oder die Dosis erhöhen. Sonst komme ich nicht weiter. Ja, das ist es. Die Zusammensetzung ist richtig. Ich muss nur die Dosis erhöhen. Ja, ich hätte schon früher damit anfangen sollen. Morgen werde ich die Konzentration um 100% erhöhen. 9. Mai. Ich habe die höhere Konzentration zwei Probanden verabreicht. Jetzt muss ich mehrere Tage warten, bevor ich präzise Messungen vornehmen kann. Wenigstens kann ich mich jetzt von den ganzen Berechnungen und Tests ausruhen. 12. Mai. Ich habe gedacht, dass ich in den nächsten Tagen keine Notizen machen müsste. Aber heute habe ich mit James gesprochen. Er hat sich anders als sonst benommen und von Sachen gesprochen, die nie ans Tageslicht kommen dürfen. Er weiß zu viel über meine Forschungsmethoden und könnte mich entlarven. Und noch schlimmer. Man würde ihm glauben. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Eingeschlossen in seiner Zelle versucht er, mich in die Ecke zu drängen. So eine Ironie. Nie zuvor habe ich Gewaltanwendungen in Betracht gezogen. Aber er gefährdet meine Anstrengungen und alles, was ich bisher erreicht habe. 13. Mai. Die Situation ist offenbar schlimmer, als ich dachte. Die Oberschwester hat mit James gesprochen und nun schlug sie selbst vor, dass wir ihn vorläufig entlassen sollen. Es war nicht leicht, sie davon zu überzeugen, dass James wegen seines Leidens dort bleiben muss, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, was er ihr erzählt hat, damit sie ihm glaubt. Aber ich befürchte, dass er ihr das nächste Mal alles sagen könnte. Das darf nicht geschehen. Er ist nicht der Idiot, für den ich ihn gehalten habe. Ich muss ihn irgendwie loswerden. 15. Mai. Alles, was ich früher einmal fest in der Hand hatte, droht jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Erhöhte Dosen haben keine Wirkung. Ich habe alle Messungen zweimal überprüft. Ich weiß nicht weiter. Die ganze Sache mit James droht aufzufliegen. Er darf niemals nach Black Mirror zurückkehren. Ich werde das tun, was getan werden muss. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, nur eine Lösung. Ich werde die Berechnungen über den Haufen werfen und die Konzentration des Wirkstoffes um weitere 100 Prozent erhöhen. Die sind drogenabhängiger. Ich weiß nicht, wen ich diesmal das Serum injizieren werde. Ach. Hermann hat also die ganze Zeit Roberts Experimente verschleiert. Die Leichen der Patienten endeten in seiner Leichenhalle und niemand erfuhr von ihrem Schicksal. Haben wir, sind wir irgendwann mal in der ersten Nacht irgendwie schlecht geschlafen? Hat uns Robert die 300-Prozent-Lösung verabreicht in der ersten Nacht? Wahrscheinlich. Da verändert sich ja auch irgendwie die Gehirnzellen oder was das ist hier oben, ne? Öffnen wir damit quasi den Black Mirror in uns selber durch dieses Experimente. So, die Reagenzgläser. Noch mehr Reagenzgläser mit dieser üblen Lösung. Jetzt weiß man auch, warum die Leichenteile und die Sklette dort lagen. Das waren alles Patienten aus Ashbury, an denen er Experimente durchgeführt hat. Das Testament von William wahrscheinlich, ne? Ich, William Gordon, vermache hiermit mein Hab und Gut an folgende Personen. Meiner lieben Victoria vermache ich mein persönliches Eigentum und den Schmuck und die Wertsachen der Familie, da sie ihr und ihren Erben rechtmäßig zustehen. Meinem Enkelsohn Samuel Gordon übertrage ich hiermit das Schloss Black Mirror mit allen dazugehörigen Ländereien. Ihm übertrage ich ebenfalls die Verwaltung unseres Familienwohnsitzes. Möge er sich wohl darum kümmern, da ich es nicht länger kann. Meinem geliebten Sohn James übertrage ich das Wohnrecht an seinem Geburtsort so lange er wünscht bis zu seinem Lebensende. Damit hoffe ich es wenigstens teilweise wieder gut zu machen, dass du in völliger Einsamkeit hast leben müssen, mein lieber James. Und zuletzt, nach sorgfältiger Überlegung habe ich beschlossen, meinem erstgeborenen Sohn Robert das Recht auf das Eigentum unserer Familie zu verweigern. Er behält jedoch das Recht auf sein persönliches Eigentum und auf die Gegenstände, die er in unserem Familienwohnsitz genutzt hat. Ich weiß, dass dir die Gründe für meine Entscheidung wohl bekannt sind, Robert. In meinen Augen bist du nicht mehr würdig, den Namen Gordon zu tragen. Diese Entscheidungen treffe ich aus freiem Willen und im besten Gewissen. William Gordon. Williams' Testament sollte offenbar niemand sehen, Robert. Jetzt wird mir klar, dass ich dich überhaupt nicht gekannt habe, du Schwein. Onkel Robert. Und so schnell wird man Schlossbesitzer. Ähm, ich frage mich immer, wer die Mutter von James ist. Davon wurde noch gar nichts erwähnt. Robert. Oder meinst du, meinst du eher das Robert von den Geissens? Robert. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Irgendeine Chemikalie. Das steht fest. Auf den Etiketten steht ein Datum. Monat für Monat. Gute Frage, warum er es nicht verbrannt hat. Oder nun? Hat er geglaubt, es wird irgendwann auch immer nützlich? Weil er hat auch keinen Vorteil daraus ziehen können. Kaliber 3,5 Millimeter. Sollen wir uns das merken? 3,5 Millimeter? Was war das hier? Ja. Wer hat wohl die letzte Dosis bekommen, ha? Wer kommt drauf? Man kann es immer gut in die Länge ziehen, das ist Robert, ne? 3,5 ist relativ klein, ne? Mit 32 gibt es noch 45er. Ja. Aber es steht aber auch. Oder 35. Er meint, er sind da 35er. 3,5. Ja, nicht, dass ich mich mit was... Ich meine, meine Kenntnis für Waffen habe ich nur aus Videospielen. Hier noch was übersehen. Genau, 3,5 ist Miniklinke. Genau. Damit kenne ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr aus als mit Waffen. Ja. Kann ich mit Victoria darüber sprechen? Habe ich mir alles aus dem Inventar angeschaut? Robert hat alles automatisch gelesen, ne? Ich habe eine Frage an dich. Ich höre, Samuel? Victoria, ich war in Roberts Arbeitszimmer und habe ein Bild von einem Mann gefunden, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ist es jemand aus unserer Familie? Ein Bild? Du hättest das Zimmer nicht betreten sollen, Samuel. Robert lässt niemanden hinein, nicht einmal mich. So, ich mache mir jetzt mal eine negative Antwort. Der alte, blöde Robert. Der ist tot. Also, der ist hier denn gar nicht mehr. Robert zu finden ist jetzt die Hauptsache. Seine Arbeit ist zweitrangig. Meinst du nicht auch, Victoria? Er wird alles dort vorfinden. Stimmt, der ist ja noch gar nicht wissen, er kann nicht, ob er tot ist. Er wäre sauer, wenn er erführe, dass du in seinem Arbeitszimmer warst. Das Bild ist ein Porträt unseres Vorfahren, Lothar Gordon. Alter Lothar. Der war der Gründer des Sanatoriums, in dem Robert arbeitet. Und wann war das? Vor etwa 200 Jahren. Ich weiß es nicht genau. Hm, also ist Ashbury schon seit langem ein Krankenhaus gewesen. Lothar! Erzähl mir mehr über Lothar Gordon. Er war jahrelang Chefarzt in einer Klinik für Geisteskranke. Damals sprach man jedoch weder von Therapie noch von Medikation. Wenn er nicht krank geworden wäre, hätte er seine Arbeit wahrscheinlich fortgesetzt. Woran ist er erkrankt? Im Laufe der Zeit hat ihn dieser Ort völlig vereinnahmt. Alle diese kranken Geister, mit denen er Tag und Nacht verbrachte. Am Ende hatte er einen Zusammenbruch und wurde auch wahnsinnig. Er starb wie jene, denen er zu helfen versucht hatte. Ein wirklich trauriges Ende. Lothar war gut in Dothar. Nachdem Lothar starb, wo wurde er begraben? Wie ich sehe, willst du mein Gedächtnis prüfen? So viel ich weiß, blieben seine Überreste dort, so wie er es gewünscht hatte. Man bestattete ihn in einem einfachen Grab hinter dem Sanatorium. Später wurde daraus ein Friedhof. Viele, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums starben, fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Das ist klar. Da wird dieser zweite Screen noch mal wichtig auf dem Friedhof. Hat mich immer schon gewundert, da haben wir noch gar nichts gemacht bisher. Den Ring habe ich mir noch nicht angeschaut, ne? In den Ring sind alte Runen und lateinische Wörter eingraviert. Ach du, er kann ja kein Latein, ne? Er ist bestimmt sehr alt. In den Ring sind... Der wird noch mal wichtig, um nachher das Böse abzuwenden. Testament, Tagebuch. Gucken wir mal, ob ich zum Zimmer gehen muss. Aber ich glaube, laut Story würde ich jetzt zum Sanatorium zurückgeschickt werden. Und auf den Friedhof zu gehen und die Leiche auszubuddeln. Leichter gesagt als getan, würde ich mal sagen. Ein Lothar Matthäus braucht keine dritte Person, ja. Aber der heißt doch gar nicht Lothar, der heißt doch Lodder. Schnellreise, Schnellreise. Lottie? Lottie oder Lottie? Oder meinst du Littie? Hier ist Samuel Gordon. Machen Sie bitte das Tor auf. Elmhut, Lottie meinst du mit der schönen Stimme? Oder wen meinst du? Du kennst dich aber aus, Slash. Ich habe keine Ahnung, worüber wir reden sollten. Na gerne, dann straight to the Friedhof again. Auf zum Friedhof. Lottie von Deponia. Lottie von Deponia. Ah, ja, genau. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Ich dachte, Helmut Lottie. Lottie von Deponia war die an dem Schalter gewesen. Ich erinnere mich. Ich würde ja mal eine Schaufel mitnehmen wollen, wenn wir Gräber ausheben. Aber er hat keine lieben lassen hier. Ist denn... Ist der Weg offen gewesen hier? Nee. Zurück in die Zelle geht's nicht. Ich habe einfach zu viele Point-and-Click-Spiele in den letzten zwei Jahren gespielt, dass ich manchmal die Referenzen nicht direkt verstehe. Das ist echt krass. Über 50 Point-and-Click-Spiele gespielt in zwei Jahren. Also der ist doch total verbuggt hier. So, hier ist er irgendwo... Genau, da ist ein Graben. Ja, insgesamt habe ich über 100 Spiele gespielt und die Hälfte davon waren Point-and-Click-Adventures. Über die Hälfte. Evelyn, unsere liebe Tochter, entschlafen vor ihrem zwölften Geburtstag. Möge ihre Seele die Ruhe finden, die ihr in dieser Welt nicht beschieden war. Es gibt auch eine Liste dazu. Wenn ihr das genau wissen wollt hier, Statistik, dann muss ich mal kurz die Maus wechseln. Leider kann ein Mod mehr da, der das für mich gerade einstellen kann. Deswegen muss ich ja alles gerade selbst machen. Hier kann man genau mal sehen, welche Spiele ich durchgespielt habe bisher. Da gibt es auch eine Statistik. Das ist eine Excel-Tabelle. Da sieht man auch, welche Genres ich hier gespielt habe. 50 in deinem Leben, ja. Das ist echt. Müssten ja, das sind 50 Prozent. Ja, klar. Hat er mir nicht gesagt, das wäre ein einfaches Grab? Hier ist noch eins. Ein anonymes Grab. Das ist es. Ich müsste mal irgendwann noch eine Best-of-Liste machen, wo ich jetzt so viel aktuell gespielt habe. Welche mir am besten gefallen haben von denen. Das müsste ich mir alle noch mal auflisten. Dann irgendwie so eine Tierlist machen. Oder so eine Top-10 oder Top-5. Der schönsten. Ein anonymes Grab. Sanitarium habe ich auch, Shadow. Das habe ich mir auch schon bei GOG gekauft. Ich glaube, das läuft sogar auf dem Mac, weil das ein DOS-Spiel ist. Kann das sein? Oder ist... Weiß ich nicht. Aber das will ich auch noch spielen. Das ist wahrscheinlich das Grab, das ich suche. Ich muss erst den Strauch entfernen. Da freue ich mich auch drauf. Ne, ist Windows 95? Okay. Ja, dann steht... Aber es ist auch nicht Scum. Aber Harvester darf ich, glaube ich, nicht streamen. Das ist, glaube ich, indiziert. Naja, das habe ich auch schon installiert. Ich habe mir als Alternative das überlegt, auf Discord zu streamen. Aber das darf man nicht auf Twitch streamen. Zumindest wahrscheinlich nicht in Deutschland. Was ich ein bisschen verpasst habe, Sebo, bei der Liste, das Datum einzutragen, wann ich die Spiele durchgespielt habe. Aber jetzt ist es zu spät, das noch hinzuzufügen. Beim Discord-Stream von Harvester wärst du dabei. Ich muss mal gucken. Ey, das muss ich auch zeitlich irgendwie hinkriegen. Irgendwie muss ich diese Äste loswerden. Sie sind voller Dornen. Okay, können wir die abbrennen? Okay, bei dem Wetter vielleicht nicht so gut. Wenn du es tatsächlich streamst, wäre ich auch dabei. Aber gib zu, dass es kompliziert ist, ja. Aber wir haben immerhin auch schon I Have No Mouth and I Must Scream gespielt und durchgespielt. Und wir haben sogar Juggernaut durchgespielt. Und Shadows of the Haunting. Damit finde ich, habe ich für meine Verhältnisse schon ziemlich harte Brocken gespielt. Ja, das ist jetzt nur meine Streamliste. Aber ich bin auch auf der GG-Seite. Kennst du die GG-App-Seite? Da logge ich jetzt meine Spiele immer mit. Die ist auch ganz gut. Die haben wir uns, man kann sich die auf Spotify anhören, die Kurzgeschichte auch. Die haben wir uns, haben wir uns die im Stream angehört? Ne, ich habe nur den verlinkt. Und es gibt auf Spotify einen Podcast, die befassen sich mit Kurzgeschichten. Und da wird im ersten Teil die ganze Geschichte auch vorgelesen. Da haben wir die gehört. Oder habe ich die gehört? Also gelesen habe ich sie nicht, ich habe sie nur gehört. Ja, ist auch sehr verstörend. Das Spiel selber war auch ziemlich verstörend. Also verweckt das Straub. Mit bloßen Händen kann ich den Straub unmöglich beseitigen. Ja, wo ist ein Lappen, wenn ich ihn brauche? Wo ist der Lappen? Mit bloßen Händen. Spielst du heute durch? Ja, ich könnte noch ein bisschen Überstunden machen. Ne, ich habe noch Lust. Das Getränk ist noch drei Viertel voll. Das hat mir aber gut gefallen. Das hat auch so einen schönen episodischen Charakter gehabt. Das, äh, I have no mouth in deiner Screen. So, haben wir uns jetzt nochmal umschauen. Habe ich, äh, habe ich beim hier einen Lappen übersehen. Ja, ist das ein Lappen? Ist das ein Lappen? Da hängt ein Lappen am, äh, Fenster. Da hängt auch kein Lappen mehr. Oder irgendwas, wo wir eine Heckenschere haben. Eine Heckenschere wäre jetzt auch praktisch. Äh, ich kann zumindest zur Haupthalle gehen. Das geht. In die Zelle geht es nicht mehr. Also ich komme hier nicht mehr durch. Hier war ja normalerweise der Durchgang. Und ich glaube, sie lässt mich nicht einfach mehr so durch. Nee. Sprich. Und es gibt den Springbrunnen noch. Kaltes Wasser. Kaltes, klares Wasser. Ah, Moment. Er sagt ja, ne, pass mal auf. Junge Frau. Sie sieht nett aus. Sie sieht nett aus. Ich gebe ihr meinen Verlobungsring. Ah, ich dachte, wir könnten am Ende noch heiraten. Nee, geht nicht. Okay, wir gehen nochmal zurück. Nicht ganz draußen. Nicht ganz irgendeinem Grund. Ich denke mal, ich habe alles, was ich brauche, ist hier. Wie eben, wenn ich auf dem zweiten Monitor spiele, muss ich immer meinen Nacken auch zwischendurch dehnen, der so lange immer nur in eine Richtung schaut. Deswegen schaue ich auch manchmal woanders hin, damit ich keinen steifen Nacken bekomme. Wenn ich hier so auf den rechten Monitor schaue. Also haben wir hier noch was übersehen. Oh, das war nur der Ausgang, ne? Hier der Knochen aus dem Mülleimer. Die Tür ist auch nicht mehr aktiv hier. Da können wir also auch nicht rein. Da kannst du uns also höchstens noch das Fenster anschauen. Aber da ist auch nichts mehr aktiv. Die Schwester kann ich nicht erraten. Das war nicht meine Schwester, du schlau Meier. Da ist doch eine Schaufel in der Erde. Da, ne? Ah, es ist aber nicht aktiv. Wir wollen das Grab ja auch nicht aufschaufeln. Ich muss ja, glaube ich, irgendwas finden, womit ich die Dornen zur Seite bekomme. Er hat gesagt, da sind Dornen dran. Und er will den mit... Moment, hier. Wer gibt es in der Kapelle noch? War es Chlor? Fackeln. Ich habe es versucht anzuzünden, habe ich schon. Aber hier waren wir noch nicht. Ja. Jetzt nimm eine Flasche Chlor mit. Eine Gartenschere. Nein, was? Das habe ich vorher nicht gesehen. Mist. Kaputt. Ah, du meine Güte. Ich beschwere mich jetzt mal nicht. Aber eine kaputte Gartenschere. So ist sie nutzlos. Nee, er hat gesagt, er hat sie vorher noch nicht gesehen. Wer hat sie denn hier hingelegt? So ist sie nutzlos. So, reparieren. Ist da noch was? Ist da vielleicht noch was in der Kiste? Nee. Aber wir können doch jetzt in jeder Hand eins nehmen und dann schnetzeln wir uns dann durch den Strauch. Das kann doch nicht so schwer sein. Muss ich wegreisen? Um das woanders zu reparieren? Zu Hause? Ich weiß nicht so genau. Ich versuch's einfach mal mit der kaputten Schere. Ich muss sie irgendwie reparieren. Madre de Dios. Es ist el pollo Diablo. Velas, guten Abend. Willkommen im Club. Danke fürs Folgen. Also das macht er nicht. Das kann doch. Das kann doch nicht sein. Also reparieren. Muss ich woanders hinfahren, um die Schere zu reparieren? Ich erinnere mich an die Schleifmaschine. Wir brauchen irgendwie, weiß ich nicht, Draht oder eine Schraube. Wie repariert man sonst so eine Gartenschere noch? Darfst du einen Tipp geben? Da ist ziemlich viel Geld drin. Was ich mal kurz versuche, ist... Nee, okay. Das ist super. Ich hab gerade überlegt, vielleicht muss ich woanders hinreisen. Also nicht. Das ist eine fiese Stelle. Fieser als alles, was wir bisher gesehen haben. Hm. So kannst du es... Vielleicht der Ring. Der sagt irgendwie... Ich geh mal aus diesem Screen raus. Der wirkt mir ein bisschen verbuggt mit der Geldbörse. Guck nochmal vorm Eingang her. Hab ich hier irgendwie was finde? Vielleicht hier? Ja. Kann ich da rein? Das ist ja kein Hotspot. Moment, komm ich nicht am Inventar hier unten? Schmeiß die Schere in das Wasser. Das Fenster. Ich hab mir häufig schon den Springbrunnen angeschaut. Der hat noch nichts gebracht bisher. Oh, Moment, 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 Moment. Hat da nicht gerade was aufgeleuchtet? Oder war es nur hier der Eingang, wo ich... Da war gerade was. Da war gerade... Oder war es der Ausgang? Ja, das war jetzt nicht der Ausgang. Wait a minute. Vielleicht war es nur ein Phantom-Hotspot. Phantomschmerz. Vielleicht finde ich jetzt... Oh, da ist ja eine Schraube in dem Springbrunnen. Die habe ich ja vorher nicht gesehen. Das ist ja genau die Schraube, die in die... In die Gartenschere passt. Das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Warum auch? Mir ist als hätte... Ich spreche nochmal mit ihr. Vielleicht kann sie mir Werkzeug geben. Wir haben einander schon alles gesagt. Vielleicht... Der Müllammer ist es nicht. Kann ich noch zum Tor gehen? Ist da noch was, was man noch untersuchen kann? Oder ich glaube, da geht er direkt wieder weg. Das ist, glaube ich, nichts. Oder? Ich kann noch nicht zurückgehen. Im Tor war es ja auch nicht. Also entweder in der Kapelle oder... Ich glaube, beim... Hier, beim, beim, beim... Hier. Beim hier. Beim hier, ihr wisst schon. Beim Heizer. Beim hier und jetzt. Ich habe ja die Idee gehabt, dass es entweder der Screen oder die Kapelle ist. Das ist eine Möglichkeit. Ich gehe mal kurz nah an die Tür. Vielleicht wird sie dann... Geh mal runter. Geh mal runter. Runter, habe ich gesagt. Treppe runter. Ist in der Tonne was. Guck mal, eine. Viel Mülltonnen hier. Vielleicht ist sie auch wieder nah am Ausgang was versteckt. Das ist manchmal verwirrend, dass man da was nicht findet. Hier. Da ist wo Metall. Na, ich dachte hier. Hier habe ich auch ganz lange gebraucht, um den Hammer zu finden. Vielleicht in der Ecke. Wenn ich mir das Fenster anschaue und einen Dannblick auf meine Schere gebe. Ich muss sie irgendwie... Gleich mal... Ziehen. Was? Die Schraube. Die ist mir vorher schon aufgefallen. Die Schraube. Vorher ist mir die schon mal aufgefallen. Da war sie aber noch nicht relevant. Okay. Okay. Houston, wie Hefe Schere. Oh Mann, oh Mann. Okay, war nicht schlecht. Es war gar nicht mal so fies, ehrlich gesagt. Also, da fand ich ein paar andere Sachen ein bisschen fieser hier. Ja. Vor allem war man so... Du sagtest gerade, man war schon so häufig in dem Screen. Ich hatte gar nicht mal da überall hingeschaut. Ist das offen? Das wäre ja immer eine Überraschung. Oh, Kopf ab. Vorsicht. Der Deckel ist zu schwer. Ich kann ihn nicht bewegen. Ich mache mal einen Speicherpunkt eben. Ich habe gerade ein Déjà-vu gehabt, als wir versucht haben, das Grab zu öffnen. Beim letzten Mal wurden wir geköpft. Jetzt wir das einfach so versucht haben. Ähm... Grabschändung. Also, das ist zu schwer. Gibt es da vielleicht einen Knopf, der den Mechanismus öffnet? Jetzt würde ich nochmal schauen, ob die Schaufel eventuell aktiv ist. Wie Jay auch gerade gesehen hat. Hm... Diese Schaufel hier. Ne. Ich nochmal kurz in der... Ich schaue nochmal in der Kapelle. Oder muss ich ein bisschen Spinat vorher essen? Oder mich von Gamma-Strahlen aussetzen? Um das zu öffnen. So ein Brett wäre auch ganz praktisch. Oder ich nehme das Kreuz von dem unbekannten Patienten und stemme damit das Grab auf. Ich habe schon wieder rückwärts geschrieben. Kannst du auch rückwärts denken? Es ist wirklich spooky. Oh, Moment hier. Der Gräber. Gabriel Suen, verstorben im Jahre 1805. Hier ruht Sir Nathan Porte. Von dieser Welt verschieden im Jahre des Herrn 1638. Möge er im Jenseits Ruhe finden. Also, was das Spiel nicht hat, ist ja wirklich Humor so richtig, ne? Also ich dachte ja jetzt, hier könnte man jetzt so witzige Anspielungen machen auf andere Point-to-Click-Adventures oder so. Thaddeus Long, unser lieber Vater, verstorben im Jahre 1752, hinterließ eine liebende Frau und Kinder. Wenn er nämlich jetzt in einem, hier, hier lag ja ein Gabriel, wenn das Gabriel Knight gewesen wäre. Also Humor ist gar nicht, ne? Damien Gale, unser geliebter Sohn, verließ uns für immer 18... Ich meine, es ist ein sehr dunkles Thema hier und es gibt ja viele Leichen, deswegen wirkt es halt relativ erwachsen. Ja, man muss den Humor schon selber suchen, irgendwie. Weil es so abstrus manchmal ist, weil er so blöd ist und ich weiß, dass er selber dafür verantwortlich ist, für alles hier. Ich denke auch, dass das ein Betriebssystem-Problem ist mit der Schrift. Okay, let's see. Die Problematik hier war, das Grab ist zu schwer. Das ist auch zu schwer für meine rechte Maustaste, das muss ich gleich mal ausprobieren. Der Deckel ist zu schwer, ich kann ihn nicht bewegen. Kann man nicht irgendwo eine Stange hier vorne aus dem Gitter hier rausbiegen? Ist da vielleicht auch eine Stange los. Der Deckel ist zu schwer, ich kann ihn nicht bewegen. Wir fallen hier diese Gitterstäbe vorne auf, wenn man davon einen rausnehmen kann. Hier. Oder ich wollte hier auch dieses Kreuzchen nehmen. Okay. Okay. Vielleicht drückst du irgendein Kommando auf deiner Tastatur, Jay, beim Chatten immer, dass das auslöst, diesen Modus. Dass es wirklich so der Tastaturkürzel ist. Ich wollte gerade gucken, ob man den Rand irgendwie so freimachen kann. Dass ich der einfach, äh, vielleicht auch heiß machen? Nee. Da fehlt noch was. Da ist ziemlich. Hier was raus. Oh, 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 oh. Ah, nee, das war nur der Hotspot zum nächsten Screen. Das ist auch kein weiterer Ausgang, ne? Mit Anlauf vielleicht. Von hier hinten. Hier, nimm mal ein paar Schritte Anlauf. Vielleicht gibt es hier eine Stange, die ich übersehen habe. Oh, 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 oh. Nee, Grabsteine. Diese tragen keine Namen, nur unleserliche Grabhinschriften. Ich soll noch ein Screen zurückgehen. Okay. Ey, du. Ich sag, was man, ich mach was, ich mach was man mir sagt. Ich wollte ja als allererstes die Schaufel haben. Ist nicht. Dann brechen wir uns noch eine Stange hier raus. Geht das? Die zweite Stange holen. Ja. Willkommen bei der Hotspotsuche. Hi. Hi. Hotspot. Hotspot. Das ist die offizielle Hotspot Musik. Das habe ich gar nicht mal so ungerecht gehabt mit dem Streamtitel heute. Oh, 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 oh. Das hier. Das hier. Das hier. Ist irgendwas in der Kohle versteckt. Was in der Regenrinne? Da kann es doch fast nur in der Nahansicht vom Fensterchen sein. Obwohl, der Hammer war auch relativ knapp gefunden hier. Ja, ich werde bekloppt. Dunkle Ecke. Nichts als wertloser Schrott. Ja, aber Moment, Moment, Moment. Bringen wir mal Licht ins Dunkeln. Nichts als wertloser Schrott. Aber was sagt die rechte Maustaste dazu? So, jetzt hier. Schicht im Schacht. Äh, nee. Schicht im Grab. Ich muss weitermachen. Stimmt. So was war das. Nach dem letzten Burst möchte Square nicht, dass man es streamt. Das ist irgendwie wirklich so eine komische Geschichte. Da habe ich auch noch nie gehört. Vor allen Dingen, äh, ja. Ich weiß auch nicht. Ah, cool. Alex weiß über Persona 5 Bescheid. Alles klar. Aber es... Ist er vielleicht bei uns begraben worden? Also er ist ja der Besitzer, der Gründer des Sanatoriums gewesen. Ist nicht mehr hier. Da ist auch nichts anderes in dem Grab. Wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Was machen wir mit der neuen Erkenntnis? Wo fahre ich jetzt mal hin? Na, Achtung, Spoiler. Spoiler gelten nicht nur für Mainstream hier. Das Spiel wahrscheinlich auch eventuell für noch ganz aktuelle Spieler. Sollt man vielleicht aufpassen. Mal sehen. Kann ich noch... Kann ich jetzt nicht gehen. Ach, wir sind noch nicht fertig hier. Okay. Gibt es hier noch einen Geheimknöpf? Knopf, mit dem ich tiefer in das Grab einsteigen kann. Ja. Dann schneiden die irgendwie nicht, wie Streaming läuft. Das ist so ein bisschen... Ich finde, das ist so ein bisschen Argumentation, wie zum Beispiel früher bei Raubkopien, wo man gesagt hat, dass jeder, der raubkopiert, schadet der Softwareindustrie. Aber als ob jeder, der ein Spiel raubkopiert hat, der auch dieses Spiel gekauft hätte. Und beim Streaming ist es, glaube ich, ein bisschen so ähnlich. Nicht jeder, der einen Stream schaut, ist ein potenzieller Spieler, den man verliert. Ein potenzieller Kunde, den man verliert. Also wenn es darum geht. Es ging ja um die, um die wahrscheinlich zu spoilern, um eventuell, ja, weiß ich auch nicht, den Grund des Kaufes zu etablieren. Ja, ich danke dir auch. Gaming Hamster Force vorbeikommen. Und der Mahome ist noch da, ne? Da brauche ich noch nicht gerade Tschüss sagen, um mich final noch mal für den Raid zu bedanken. Ja, jetzt bedanke ich mich aber doch für den Follow natürlich. Vielen Dank. Willkommen im Club. Viel Spaß mit den Emotes. Mit den Follow-Emotes. Ne. Ne, 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 ne. Hier aber Triple X. Vin Diesel ist hier begraben worden. Wir sind ein Nachfahre von Vin Diesel. Ganz im Ernst, ich habe tausend Spiele gekauft, die ich nie gespielt habe. Ich habe null schlechtes Gewissen, irgendwas im Stream zu schauen, ja. Wo war das, bei Simpleweed Park? Da konnte man auch was spenden, weil man sich schlecht gefühlt hat, dass man früher alle Lucas-Arts-Spiele kopiert hat. Das ist dann mit im Kaufpreis inbegriffen gewesen. Als Wiedergutmachung. Stand da irgendwie im Tier drin oder so. So, was machen wir jetzt, genau. Was machen wir jetzt? Das Grab ist leer. Wer war der Grabräuber? Wir sprechen mal mit der Schwester. Ich glaube, dass dadurch überhaupt erst zukünftige Curfer generiert werden, weil sie dadurch überhaupt erst in Kontakt mit dem Medium gebracht werden. Das ist genau wie mit Fansubs bei Anime, die erst den Weg so Firmen wie Crunchyroll geebnet haben. Denke ich nämlich auch. Im Prinzip sind Streamer, deswegen werden auch Streamer so gerne gebucht. aktuelle Spiele zu spielen, weil sie einfach eine super Werbung sind und eigentlich neue Käufer generieren können. Auch eventuell für zukünftige Marken. Also ist das eigentlich kein guter Schachzug. Er gibt ja schlechte Publicity. Okay, das leere Grab. Sagen Sie, der alte Friedhof hinter dem Sanatorium, wurde er schon immer von Ashbury geführt? Ja, so viel ich weiß, gehörte seit mindestens 100 Jahren zu Ashbury. Und davor? Davor war der Gemeindefriedhof von Wormhill, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Danke, das war alles. So, so. Der alte Friedhof gehörte also der Gemeinde von Wormhill. Das war alles. Danke. Ich glaube, mir ist gerade was eingefallen. Auf zum Wurm, Wurmhügel. Oder? Wurm, ach, nicht Wurm, Wurm, sondern der warme Hügel. Ist das die richtige Spur? Der Totengräber hat mir ja auch gesagt, unter dem Friedhof hier ist ein komplexes Tunnelsystem. Ja, in Fernax haben viele Retro-Streamer umsonst bekommen, damit sie es am Rees League streamen können. Das ist doch eine gute Werbung auch. Habe ich selber noch nicht gespielt, weil, ne, hier, ihr wisst ja, es gibt gerade aktuell ein großes Spiel, was ich privat off-stream spiele. Da hat gerade kein anderes Spiel Zeit, kein anderes Spiel Raum daneben. Okay, was haben wir denn hier? Wieder. Das Gitter ist abgeschlossen. Was? Frage ich nicht, Alex. Müsst du selber rausfinden. Der Altar, den man in der Vision sah. War das nicht die Leichenhalle, oder war das ein Altar? Ja, mein Junge? Ach, okay. Stimmt. Können Sie mir helfen? Ich helfe Ihnen gerne, aber ich spüre, dass Sie etwas beunruhigt. Möchten Sie darüber reden? Glauben Sie mir. Sie würden Ihre Seele damit entlasten. Das ist liebenswürdig von Ihnen, Pater. Aber ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich verspreche, wiederzukommen, wenn ich getan habe, was ich tun muss. Also wird gebeichtet. Was benötigen Sie von einem Diener des Herrn? Ich muss herausfinden, wo sich die sterblichen Überreste von Lothar Gordon befinden. Ich vermute, dass in den Gemeindekroniken ein Eintrag darüber steht. Unsere Chroniken reichen weit in die Vergangenheit zurück. Endlich die Chroniken. Ich glaube, ich müsste die Informationen finden können, die Sie brauchen. Kommen Sie bitte später wieder. Ich werde eine Weile brauchen, um den Eintrag zu finden. Danke, Pater. Was mache ich denn in der Zwischenzeit? Könnte doch mal eine Runde Beichten gehen. Die Chroniken von Narnia oder die Chroniken von Riddick. Ich habe die Chroniken von Riddick damals im Kino gesehen. Ich möchte mal wissen, wie ich den jetzt nochmal finden würde. Das war ja schon sehr ambitioniert. Wenn man noch überlegt, was für ein grundsolider Action-Sci-Fi-Film eigentlich Pitch Black war. Und dann machen die aus Riddick auf einmal so einen riesen Sci-Fi-Epos. Und das Spiel war gut. Genau, das habe ich auch gespielt. Escape from Butcher Bay. Das habe ich gespielt. Auf der originalen Xbox. Genau, das müsste hier auch noch irgendwo stehen. Das habe ich sogar noch hier. Genau, steht in der Sammlung. Das war echt gut. Das wirkt wohl in meiner Erinnerung auch noch total modern übrigens. Das war ja so ein First-Person-Action-Gefängnis-Ausbruch-Simulator, wo man auch durch Schächte gekrochen ist. Und die Grafik, die hatte so, was auch Doom 3 hatte, diese Reflektion. Die war nicht schlecht, die Grafik. Metall reflektiert. Die Texturen für die Zeit waren gut. Was mache ich denn in der Zwischenzeit? Am besten einmal nach Hause, ne? Oder in den Pub. Bump-Mapping. Dankeschön. Bump-Mapping. Bump-Mapping für die, äh, für die, ähm, plastischen Texturen. Was war das? Gucken, ob Victoria was zu besprechen hat. Ich lasse sie jetzt allein. Wisst ihr was? Wenn ich Zeit totschlagen will, die beste Methode ist, wie wir alle wissen, einmal in den Pub gehen. Und danach geht sie wieder zurück zur Kirche. Erst was trinken, dann zur Kirche. Ich weiß gar nicht, ist das abwärtskompatibel, das Riddick-Spiel. Dann könnte ich mir das nochmal auf der Xbox Series X anschauen. Die Tageskarte. Sahne geschnetzeltes vom Reh. Wildschwein-Schulter nach Wildhüter-Art. Harrys Frau war schon immer eine gute Köchin. Müsste man mal ausprobieren. Ich meine, ich hab die Diske ja hier. Ich kann sie einfach reinschmeißen oder einfach mal im Internet schauen. Was auf der Liste ist. Könnte ich mir aber vorstellen, weil das ein ziemlich großer Titel war, dass da mal da Glück haben könnte. Wo das für ein Shop ist. Haben Sie das Wetter draußen gesehen? Es ist unheimlich dunkel. Ja, es ist sehr seltsam. Mehr als das. Ein solches Wetter bringt Unglück. Ich bin ein bisschen abergläubisch, wissen Sie? Ja, ist mir aufgefallen. Aber genug vom Wetter. Hier im Pub ist es immer gemütlich. Darf ich Ihnen was anbieten, Mr. Samuel? Nein, danke. Ich wollte nur etwas fragen. Dachte ich mir doch. Nichts gegen Sie, aber Sie sind nicht gerade mein bester Kunde. Wir müssen doch noch den schwarzen Bison trinken, oder wie das Bier hier hieß. Kein Bier für Sam. Ja, aber es muss doch jetzt genug Zeit gewesen sein, um jetzt recherchiert zu haben. Ja, es gibt hier leider nur tote Tiere, Pison. Hier, geschnetzeltes Reh. Vielleicht esse ich später etwas. Aber wirklich, jetzt ist wirklich so Ende der Weltwetter langsam. Man merkt wirklich, es wird vom ersten Tag an, wird das Wetter immer schlechter. Irgendwann fällt uns der Himmel auf den Kopf, beim Teutates. Oder es ist England, genau. Es gibt keine übernatürliche Erklärung dafür. Das ist völlig normal. So, Chefi. Lieber Priester. Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Nicht rumdödeln. Du sollst recherchieren. So, wie schaut's aus. Ja, das ist auch irgendwie so eine Spielmechanik, dass ich jetzt irgendwie den Rest der Welt noch mal besuchen kann, um ein bisschen Zeit wahrscheinlich umzukriegen. Gibt's in Black Mirror noch was? Bleibt dort. Kann ich dort die Zeit auch totschlagen? Oder muss ich noch was entdecken? Schau ich mich mal in der Kirche einmal um. Das Gitter ist abgeschlossen. Eine alte Steintafel. Mit den Informationen. Die Kirche wurde 1230 erbaut. Während der Herrschaft von Marcus, den Gnädigen. Möge diese Kirche der Gemeinde Seelenheil und Vertrauen in den Herrn bescheren. Na dann. Na dann hoffen wir mal, dass es stimmt. Ich schau mich jetzt auch mal hier und runter um die Kirche einmal um. im Alter. Alter. Ich check jetzt einmal hier drinnen und draußen alles einmal ab. Das Spiel geht ja hier weiter. Und hier war noch was? Nee, Kirche verlassen. Da poppte gerade noch ein neuer Hotspot auf. Wait a minute. Kirche verlassen. Bitte. Oh, jetzt geht's. Und Frau hinten nicht vergessen. Ich muss sie eventuell einmal per Hand. Ich weiß nicht, ob du es heute mitbekommen hast, Paisen. Ich bin heute wirklich in allerletzte Sekunde auf ein Rätsel gekommen, das mit der Münze in den Kanalschacht. Das war wirklich... Da stand sie schon in den Startlöchern, Frau Hint. Und in letzter Sekunde musste sie noch mal umdrehen. Grabsteine. Mal im Ausgänge vielleicht mal um checken. Vielleicht stürzt sie schon langsam ein Grab ein. Die arme Frau Hint, die wird noch mal arbeitslos bei dem Spiel, weil, ne, ihr seht oben, also im Prinzip null Hints in diesem Spiel bisher. Das passiert nicht so häufig. Es geht noch ein Stück nach rechts, sagt mir der... Sagt mir das Ding. Ich sag ja, naja... Ich sag ja, äh... Im Prinzip. Aber ungefragte Hints zählen nicht dazu, Shadow, wenn du das meinst. Wir diskutieren ja vorher immer drüber. Was ist das jetzt? Ach, zum hinteren Friedhof geht's auch noch. Hm, zu Williams' Grab. Weil hier wird's ja irgendwo dann wahrscheinlich sein. Hab ich denn Lothar hier nicht gesehen vorher schon? Hier war ein Grab, wo was... Ja, vielleicht muss ich auch einfach nur warten. Aber ich hab das schon ein paar Mal gehabt. Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Da ist es. Da müssen wir später rein. Also, jetzt können wir doch, komm. Da ist ein Grabstein. Das Grab von Jeremy Gordon. Das wird wichtig sein. Da ist das Tor zur Hölle. Da ist auch schon dieses unheimliche grüne Licht. Seht ihr das? War das schon immer da? Das griecht... Das, äh... Die grüne Farbe, die immer die Ankunft von Mordred mit sich bringt. Wie wir auch in der Vision gesehen haben. Können wir ihn vielleicht jetzt auch über dieses Grab befragen jetzt? Das könnte natürlich auch sein. Versuchen wir's mal. Ob das ein neues Gesprächsthema auch ist. Dann guck ich hier nochmal einander nach. Ne, außer schlechtem Wetter ist hier nichts zu finden. Schlechtes Wetter haben wir auch zu Hause. Das stimmt gar nicht. Das ist gar kein schlechtes Wetter. Auf zum Altar. Dann wird alles klar. Zeig's mir jetzt. Sagt mir die Wahrheit. Sagt mir jetzt die Wahrheit. In Ashbury? Nach einiger Zeit wurde seine Leiche jedoch exhumiert und in ein Familiengrab auf dem Gemeindefriedhof gebracht. Dort ruht er jetzt. Danke, Pater. Sie waren mir eine große Hilfe. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich lese gern in den Chroniken. Ja, das ist ein Hobby. Dann ist es jetzt das unbekannte, unbeschriftete Grab, in das wir rein müssen. Ja, wo das, äh... höllische grüne Licht rauskommt. Und die Ankunft von Mordred passieren wird. Direkt aus der Hölle. Hier. Das leuchtet mich von da hinten schon an, das Licht. Oh. Wer hat die Ruft geöffnet? Wait a minute. Es ruft nachher. Es ruft der Speicherpunkt von fern. Und ich höre gerne. Ich folge dem Ruf. Das Grab ist auf. Das neue Mordent. Ich will seinen Werkzeugkasten nicht in Unordnung bringen. Ja, wessen Werkzeugkasten? Ich will seinen Werk... Wer ist denn da drin jetzt? Ist da jemand? Robert? Wer ist da? Um diese späte Stunde. Totengräber, ne? Sind Sie das? Was machen Sie hier? Äh... Ich weiß, dies ist nicht gerade die passende Zeit, um einen Spaziergang durch die Gräber zu machen, aber ich habe meine Gründe. Ja. Sie haben wahrscheinlich... ...sehr gute Gründe. Ich suche die Überreste von Lothar Gordon. Und ich bin sicher, dass ich sie hier finden kann. Ich würde mich gerne innen umsehen. Ich brauche nicht lang. Nein. Um diese Uhrzeit lasse ich Sie nicht mehr rein. Ich muss meine Arbeit erledigen. Bestechung. Dann können Sie so lange drin bleiben, wie Sie wollen. Ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen. Zu spät. Morgen ist das Ende der Welt. Morgen ist es zu spät. Warten Sie. Wir finden bestimmt eine Möglichkeit, das zu regeln. Ich höre. Sie können nach unten gehen und für mich nach der Urne suchen. Es ist sehr wichtig. Und es soll sich auch für Sie lohnen. Verstehe ich das richtig? Sie kommen nach Mitternacht auf einen Friedhof, um in einem Grab nach der Urne eines Vorfahren zu suchen? Und Sie wollen mir Geld dafür geben, dass ich Ihnen dabei helfe? Ganz genau. Dann muss es Ihnen sehr wichtig sein, wenn ich das richtig sehe. Ach, was soll's. Ich gehe und suche umsonst dann. Also, nach wessen Urne suchen Sie? Nach der von Lothar Gordon. Sie muss irgendwo in der Gruft sein. Okay. Warten Sie hier. Ich werde eine Weile brauchen, um Sie zu finden. Gut. Die Urne? Die Urne reicht doch nicht. Wir brauchen doch den Schlüssel von ihm. Oder ist der einfach nicht verbrannt in der Urne? Sie hatten recht. Ich habe sie gefunden. Hier ist sie. Das wäre ja was. Das wäre ein Ding, wenn da noch der Schlüssel drin ist, weil der nicht verbrannt ist. Jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit machen. Sie haben mich schon viel Zeit gekostet. Ich möchte heute noch ins Bett kommen. Ich lasse sie in Ruhe weiterarbeiten. Gut. Je eher ich in mein Bett komme, desto besser. Ja, Story und sowas, alles stimme ich dir zu auch als Shadow. Oh, du hast recht bei mir. Genau, das hat Best Broker beim ersten Mal auch gemerkt. Das ist die Stimme von, äh, wie heißt der? Kevin James. Ja. Da ist er. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Oh, noch einen Schlüssel. Williams Schlüssel. Es gibt nur eine Möglichkeit heranzukommen. Mich schaudert bei dem Gedanken. Aber ich habe keine Wahl. Was ich begonnen habe, muss ich zu Ende führen. Möge Gott mir vergeben. Diese Besessenheit. Wir sind einfach zu besessen davon. Können wir die Tür zumachen, damit er uns nicht dabei stört. Die Taschenlampe könnte bei dieser Dunkelheit nützlich sein. Jetzt geht er nämlich an. Das ist meinlich. Jetzt geht er an den Werkzeugkasten. Vorher nicht. Okay. Ich gehe mich jetzt nicht beschweren. Moment. Wir wollen hier nicht exhumieren hier. Ich dachte, ich müsste William jetzt exhumieren. Was ist denn los jetzt hier? William ist doch hier begraben. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Ist denn mit Williams... Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Schlüssel? Moment. Eins, zwei, drei. Vier. Vier. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Mit null Hints. Ich gehe mal kurz zur Kirche zurück. Moment, hier haben wir noch was. Oh, wait a minute. Das ist das Grab von William. Der Boden ist noch nicht hart. Was sage ich denn da? Der Boden ist noch nicht hart. Was sage ich denn da? Er fühlt sich schon wieder... ...als ob ihn eine fremde Macht leitet. Wir brauchen eine Schaufel. Wir brauchen eine Schaufel. Das ist wirklich sehr schön. Die Hintergrundgrafiken sind wunderschön in dem Spiel. Die Animationen, muss man sagen, das Spiel ist von 2003. Die Figurenanimationen, die schwanken manchmal. Manchmal sehr langsam. Aber die Hintergrundgrafiken sind mit so viel Liebe gemacht hier. Die vorgerenneten Hintergründe. Vielleicht habe ich noch ein Grab nicht gesehen. Der Totengräber. Hat der vielleicht hier noch eine Schaufel da rechts gehabt? Genau, die Synchro ist auch sehr gut. Das muss man auch sagen. Es ist dunkel. Ich kann nichts erkennen. Ja. Gut, dass ich eine Taschenlampe geholt habe. Und? Isabella Santé, gestorben 1932. Ist ja lustig, dass er dafür jetzt eine Station hat. Was bedeutet das? Isabella Santé, gestorben 1932. Es ist dunkel. Seltsam. Dass das Grab immer noch aktiv ist. Dass ich dann anscheinend noch was machen kann. Aber ich wollte ja gucken, ob ich irgendwas finde. Es ist dunkel. Und? Jackpot? Das Kreuz trägt keine Inschrift. Es ist dunkel. Hier war noch was. Ein Erdhaufen. Wo er ein Erdhaufen ist, kann eine Schaufel doch nicht weit sein. Gehen wir zum Erdhaufen rüber. Es ist dunkel. Ich kann nichts erkennen. Okay, wenn wir jetzt mit dem da drauf leuchten, sieht er in dem Erdhaufen hoffentlich eine Schaufel. Das ist der Plan. Schau um diese Schaufel. Auf dem Haufen liegt eine Schaufel. Ey! Auf dem Haufen liegt eine Schaufel. Sehr gut. Der fünfte Schlüssel rückt in greifbare Nähe. Every day I'm shoveling. Jetzt habe ich das Spiel durchschaut. Ja, schau mal eine Schaufel. Nur schnell laufen kann er noch nicht. Wenn er keinen Ausgang sieht. Ich speichere auch sicherheitshalber nochmal ab, bevor ich hier das Grab entweihe. Also vor der Grabständung hat der Point-and-Click-Gott den Speicherpunkt gesetzt. Sicher ist sicher. Shoveling. Let's go. Die Erde ist ja noch locker. Das müsste ganz einfach sein. Ja, alles was wir jetzt tun übrigens, ist glaube ich nicht wirklich der Wille unseres Protagonisten. Also ich bin ja der Überzeugung, dass er unter dem Einfluss der Mittel steht, die Robert ihm unbewusst gespritzt hat. Und wir hier jetzt Sachen machen, die wir normalerweise nicht machen würden. Das ist so meine Vermutung hier. Und das, was wir jetzt machen, das dient alles eigentlich dem Bösen. Das ist meine Interpretation der Story gerade. Ich muss erst den Totengräber loswerden. Achso, mach die Tür zu. Ich weiß nicht, worüber wir... Ach, machen wir das hier, da ist das Seil, das Draht. Hält der die Tür auf? Nee. Hält die Metalltür auf? Jetzt nicht mehr. Müssen wir jetzt auf den Windstoß warten, oder... Ich weiß nicht, worüber wir... Vielleicht muss wirklich nur ein Windstoß... Ich gehe mal rein und wieder raus, vielleicht fällt da eine Tür zu. Nicht wirklich. Der Werkzeugkasten ist auch nicht mehr im Tief. Der Draht ist auch nicht im Inventar gelandet. Sie ist Schlamm verkrustet. Schnell was essen, ja, guten Appetit. Ich habe meine Kekse schon... Vielleicht habe ich noch ein paar Pranilchen hier. Selbstgemachte. Pranilie, aber die messe ich jetzt nicht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das glaube ich gerne, Shadow. Du siehst einen Hotspot. Das ist aber Williams Grab. Der interessiert mich. Ich muss die Tür irgendwie zubekommen. Da ist noch ein Grab zwischen Eingang und Fenster. Zwischen Eingang und Fenster. Meinst du, äh, hier? Was ist hier? Der Riegel. Schiebt der Ganzen einen Riegel vor hier. Schubs die Tür, schubs die Tür. Geil. Ja, das kommt. Das kann man doch nicht erkennen. Das kann man doch mit bloßem Auge nicht erkennen, dass hier noch ein Keil drin ist. Das geht doch nicht. Ich meine, ich habe meine Brille heute nicht geputzt, aber... Wenn man es weiß, sieht man es ja, aber wenn man es nicht weiß... So, doppelte Sicherung weg. Zack. Klappe zu, äh, Klappe zu, Totengräber tot. Er wird nicht so leicht rauskommen. Du hast es gesehen, Slash? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe immer oben auf der Tür geschaut. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, glaube ich, anscheinend nicht mal die besten Augen. Ich muss auch so einen langen Augenarzttermin machen, gebe ich auch zu. Ja, der Blitz... Ja, da habe ich da nicht hingeschaut, beim Blitz. So. So. Fleißig, fleißig. Der Totengräber beschwert sich gar nicht in der ganzen Zeit. Verzeih mir, William. Ich musste es tun. Das erste Mal keine verrottete Leiche hier. Der fünfte und letzte Schlüssel. Wo war denn dieses, äh, eine Objekt, was ich nicht erkannt hatte? Das war in der Kanalisation, ne? Ich glaube, da müssen die Schlüssel eingesetzt werden. Da gab es so etwas, was ich noch nicht benutzt habe. Und das sah so aus, als ob die Schlüssel da einpassen, dass man die irgendwie so überkreuzt, wie so ein Pentagramm zusammenfügen kann oder so. Da würde ich jetzt mal hinfahren. Ich meine, das war in der Kanne, das war in den Katakomben unter dem Schloss. Da ging es über die Küche. Esszimmer? Über das Esszimmer in die Küche oder über die Küche in die Katakomben. Nein, über die Küche in den Keller in die Katakomben. Das sind die drei Ks. Küche, Keller, Katakomben. Küche habe ich gesagt, nicht Garten. Fünf Rohnen, fünf Schlüssel, fünf Jahre Pech. Ich spreche nochmal kurz mit Bates. Yes. Heute gibt es schon wieder Zwiebeln. Yes, Sir. Bates, ich bin gerade von Ashbury zurückgekehrt. Ich habe mit der Oberschwester gesprochen und... Irgendeine Nachricht von Sir Robert? Nun, leider... An Ihrem Tonfall höre ich, dass Sie eine schlechte Nachricht haben. Es ist schlimm, Bates. Sehr schlimm. Robert ist tot. Was? Sir Robert? Das kann nicht sein. Das war eine Leiche, die ich mir nicht gesehen habe. Jedenfalls noch nicht. Aber wie sollen wir ihr das bloß verheimlichen? Ähm, ja, das schaffst du schon. Bates, wir können es ihr jetzt nicht sagen. Versuchen Sie, das zu begreifen. Wir müssen damit etwas warten. Aber Madam wird weiter nach Sir Robert suchen. Bald wird sie ohnehin die Wahrheit erfahren. Und dann wird es für sie noch schlimmer sein. Glauben Sie mir, Bates. Je später sie von Roberts Tod erfährt, desto besser. Oh, Sie haben wahrscheinlich recht, Sir. Sie müssen Madam etwas mehr Zeit lassen. Im Augenblick würde sie die Nachricht niederschmettern. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, Sir? Ich muss meine Gedanken ordnen. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Haben wir die Leiche denn gesehen? Ich will meine Arbeit zu. Ich will gerade, ob wir die Leiche von... Haben wir die Leiche von Robert gesehen? Die wurde ja gefunden am Erleuchtturm. Gesehen haben wir die nicht, ne? So viel Knoblauch. Das ist eine gut ausgestattete Küche hier. Mit einer nicht funktionierenden Kaffeemühle. Genau, von der wurde uns nur erzählt. Tür ist abgeschlossen. Ich habe keinen Grund, in den Keller zu gehen. Wo vertue ich mich da gerade? Wo habe ich das denn gesehen? Das war doch irgendwo... Ach, das war bei Robert. War das in Roberts Zimmer? Nee. Ich habe noch irgendwo so ein Gebilde gesehen, wo ich jetzt mir vorstellen würde, wo ich sagte, da muss noch was reingesteckt werden. Da vertue ich mich da gerade. Waren wir noch in anderen Katakomben als hier im... Hier vielleicht? Als im... Als im... Unterm Schloss? Wenn die sagten... Vielleicht doch unter der Kirche? Also hier habe ich es nicht gesehen, ne? Nee. Das war eine Katakombe an so einer Wand. Und da war was. Und der war noch irgendwo... Nee, den kenne ich ja jetzt. Tue ich mich da? Ich rede später mit ihr. Jetzt ist nicht... Ich muss mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Ob ich... Ob ich da irgendwie einen Geistersblitz bekommen muss. Ob das woanders war. Was? Im Sanitarium gibt es ja keine... Keine Katakomben. Die sagten mir zwar, in der Kirche gibt es noch Katakomben. Muss ich dort bleiben? Vielleicht ist es unter der Kirche. Da war in der Gruft ja dieses komische Licht auch. Oh, Moment. Wo kommt die Kutsche her? War die schon immer da? Ich bin auf der richtigen Spur. Das war Bates. Was macht er denn hier? Warum ist er so schnell in den Weichtstuhl verschwunden? Ich muss es irgendwie herausfinden. Warum ist er... Jemand kommt. Wahrscheinlich Pater Frederick. Ich habe vor wenigen Minuten Schritte gehört. Ist jemand vor Ihnen hereingekommen? Ich habe niemanden gesehen. Sie müssen mich gehört haben. Hm. Vielleicht haben Sie recht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, Pater. Danke. In dem Fall werde ich jetzt gehen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss speichern. Bevor es hier weiter geht. Ist ja auch wieder ein Geheimfahrstuhl im Reichtstuhl wie bei Gabriel Knight. Pater, mich belastet ein furchtbares Geheimnis. Ich weiß, wer dieses Böse verursacht hat. Ich weiß. Ich weiß, wer diese Menschen umgebracht hat. Ich kann es nicht länger ertragen, dieses Geheimnis für mich zu behalten. Ich habe gesehen, wie er sich durch die finstere Nacht schlich. Seine Hände waren blutbefleckt. Ein furchtbarer Anblick. Ich versteckte mich schnell, damit er mich nicht sehen konnte. Als ich sein Gesicht sah, ließ mich der Anblick vor Angst erschauern. Diese Augen sehe ich immer noch vor mir. Ich habe so lange geschwiegen. Ich konnte es niemandem sagen. Man hätte mir sowieso nicht geglaubt. Ich selbst hätte es nicht geglaubt, wenn ich sein Gesicht nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich habe Angst, seinen Namen auszusprechen, Pater. Sprich weiter, mein Sohn. Ich weiß, dass der Teufel viele Gesichter hat. In dieser Nacht habe ich eines davon gesehen. Es war das Gesicht des Schlossherrn von Black Mirror. Vom jüngsten Mitglied der Familie. Samuel Gordon. Jetzt kommt er endlich drauf. Der Messer hat also schwarze Haare. Er hat immer wieder gesagt, er hat dich nicht getötet. Das hat er gesagt. Er sagte, er wüsste, wer ihn umgebracht hätte. Er war von Anfang an verflucht. Deiner Nachfahren wird die Seelen von fünf Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Und ich werde zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Diese Augen. Möge Gott ihm seine Sünden vergeben. Guten Abend, Manga-Woman. Moins. Oh, es kommt noch ein Kapitel. Ist es noch lang? Ich habe schon Lust, noch weiter zu spielen. Ihr seid ja auch noch wach, oder? Ihr seid noch wach. Der Blick durch den Spiegel. Ich rieche doch hier ein Finale. Wir machen das heute noch fertig, Peter. Ja. Vergib mir meine Sünden, Herr, und gib mir die Kraft, weiterzumachen. Gib mir die Kraft, gegen das Böse zu bestehen und den Fluch zu beseitigen, der schon so lange auf meiner Familie lastet. Gib mir die Kraft, Herr. Amen. Es gibt nur einen Weg vom Allerheiligsten der Kirche aus. Ich muss in die Tiefen der Katakomben hinabsteigen und die Quelle des Bösen zerstören, das von meiner Seele besitzt wird. Ah, here we are again. Es ist doch die Stelle, die ich gerade meinte, wo ich sagte, wo ich den Schlüssel einsetzen muss. Da kommt noch gleich ein Farbrätsel vielleicht, weil ich sehe, dass die Schlüssel alle unterschiedliche Farben haben da unten. Komplementärfarben, Primärfarben und Weiß. Black Mirror kennst du gar nicht. Ja, wir sind gerade im Finale sogar schon. Das heißt, du wirst jetzt hier wirklich zum großen Finale, da bist du gerade reingekommen, Mungerwoman. Ist ein Horror-Adventure, kann man sagen. Detektiv-Horror-Adventure. Und Johnny Depp ist hier, genau. Die Stimme von Johnny Depp und Christian Bale, genau. Oder auch eine beliebte Hörbuchstimme. Ja, das Gerät meinte ich hier. Das ist das Schloss zur Hölle. Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Hm. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Ja. Oh, der wird, jetzt wird nochmal gespeichert. Jetzt speichere ich natürlich nochmal, bevor ich hier irgendwelche Todesrätsel mache. Ich habe das Gefühl, hier kann man auch wieder sterben. Also, was hatten wir? Das war das Letzte. Okay, das hier ist jetzt ein Todesrätsel. Let's go. Das kann schon schief gehen. Passt nicht. Pentagramm. Pentagramm. Da passiert ja nichts. Ja, das klingt super, ne? Habe ich was für ein Pentagramm? Das ist so eine neue, das Pentagramm ist eine neue Gewichtseinheit. Ich hätte gern fünf Pentagramm, äh, mit. Darf es ein bisschen mehr sein? Ja, hauen Sie nochmal ein Pentagramm mit dazu. Da fehlt noch was. Ich schaue mich mal kurz um. Habe ich die Taschenlampe noch? Da ist es stockfinster. Ja, das ist der Ring. Der Ring. Der Herr der Ringe bin ich hier. Wisst du es? Und jetzt? Das sind die Runen. Die fünf Runen. Mehr als fünf sogar. Diese Symbole, sie führen hierher. Genau, gibt's fünf. Pentagramm sind nämlich fünf Gramm. Du hast absolut recht. So smart. Ähm, ich schaue mal eben kurz in meinem Büchlein nach, in welcher Reihenfolge ich die Runen gefunden habe. Dann weiß ich eventuell, das war die erste Rune. Das, äh, na sagen wir mal das N. Sag ich mal hier. Ach, ich kann kein Screenshot machen, weil ich auf einem anderen System bin. Und die erste Rune, die ich gefunden habe bei der Turmwand, das war Williams' Rune, ne? Williams' Rune war... Williams' Schlüssel. Er ist der Letzte. Was ich getan habe, um ihn zu bekommen, werde ich mir nie verzeihen. Also, wo William gestorben ist, haben wir das N gefunden. Das ist hier. Kann ich ihn dann dort einsetzen? Ja. Hm. Was mache ich denn jetzt hier? Knopf. Okay, dann drücken wir die Reihenfolge der, äh, wo? Der Runen, wie wir sie gefunden haben. Das erste Opfer. Das zweite Opfer war... Das Ohr von Sauron. Das hier. Dann war das irgendwie dieses L. Umgedrehte L. Dann ist L in die eine. Umgedrehte L. Umgedrehte L. Also nach links und nach rechts. Und dann Schlange. Links. Nach rechts. Und die Schlange. Oh shit. Oh ne, war richtig. Ich dachte, jetzt wäre das irgendwie so ein, äh, macht die Lichter alle aus Rätsel. Die Katakomben, die in Markes Chronik erwähnt werden. Ich fühle mich elend. William war der Teller. Na genau, richtig. Ey, ich sehe schon, du bist groß im Wortspiel. Game mit dabei. Super. Speichern. Genau, speichern, bevor es in die Hölle geht. Ist eine gute Idee. Pro Tipp. Bevor er in die Hölle geht. Einmal bitte speichern. Madre de Dios. Es ist el pollo diablo. Herzlich willkommen. Ja, wenn du Wortspiele magst, bist du hier auch richtig. Auf jeden Fall. Also. Ey, ab in die Hölle. So geht's los. Auf geht's. Ja, also hier wirst du ganz viele Pointe-Click-Adventures auch sehen. Auf jeden Fall. Beziehungsweise, hier liefen schon ganz viele. Ich weiß nicht, was diese Schrift bedeutet. Vielleicht eine Warnung vor dem Betreten. Moment, das können wir doch lesen. Das, meine Kinder, war diabolisch. Oh nee. Oh boy. Zutritt nur für Personal. Genau. Vorher die Hände waschen. Es ist ein Labyrinth. Ich werde bekloppt. Nein. Es ist doch ein modernes Pointe-Click-Adventure. Hier darf es keine Labyrinthe geben. Also, machen wir es mal methodisch. Der Trick bei Labyrinthen ist es immer an der Wand lang gehen. Jetzt immer an der Wand hier lang. Das war katholisch. Ja gut, Jay. Dann musst du das Ende im WOD wahrscheinlich schauen. Nein. Nein, 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 nein. Dr. 8-Bit. Mal mal nicht den Teufel an die Wand. Den wollen wir hier gleich erstmal treffen. Äh, hallo? So labyrinthisch ist das gar nicht hier. Erfahrene. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört haben könnte. Aber den Adler, ach den, den Adler, den Drachen, den haben wir doch überall auch gesehen. In Rätseln, die wir in den Gräbern gefunden haben. Also das ist ein, das ist das Symbol von Mordred wahrscheinlich. Das Drachensymbol. Ein Helm. Okay, der könnte sich als nützlich erweisen. Das stammt vermutlich aus der Zeit der Belagerungen. Aber wer weiß. Ja, verrückt ist das Labyrinth auch. Jetzt haben wir hier. Ja, gut. Die Verabgründe. Ich sehe den Boden nicht. Können wir da auch mal eine Münze reinfallen lassen, um zu hören, wie tief das ist. Oh, er hat seine Brieftasche nicht mitgenommen, der Idiot. Aber dann halt nicht. Ich kam von hier, ne? Ich wollte jetzt immer der Wand entlang gehen, jetzt hier lang. Ah, Wasser? Nee, nicht ganz. Ey, Moment mal. Stand das nicht alles unter Wasser hier die ganze Zeit? Wie hat das Holz denn, die Holzfässer, die ganze Zeit hier unter Wasser so erhalten bleiben können? Wo kommt das Licht her? Fragen wir fragen. Aus der Hölle. Ich werfe einen Blick hinein. Oh nein, tu das nicht. Tod. Also, wie bist du in dieser Show gelandet? Willkommen zum Tod, Gott geht. Ja, ersprossen, genau. Ah, 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 ah. Aber ich habe ja vorher gespeichert. Ich habe es noch vorher gesagt. Guck nicht, guck nicht in fremde Löcher rein. Es ist nicht alles Piep-Show drin, wo es draufsteht. Das war eine Piep-Show. Sehr gut, Bambi. Bambi. Okay. Jetzt wissen wir, was wir nicht tun dürfen. Ab in die Hölle. Zurück. Aber ich mache den Weg nochmal, um den Helm aufzunehmen. Moment, war ich hier unten schon? Da geht's nicht weiter. Sackgasse. Ich habe heute auch ein bisschen Clips aufgeräumt. Jetzt hast du einen Grund dafür, Gottgett. Falls du mich nochmal raiden möchtest, dass du einen repräsentativen Clip bekommst. Oh, 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 oh. Okay. Ich kann dieser, was sagt diese Bambi so schön? Ich kann dieser Piep-Show nicht widerstehen. Was ich aber eher machen würde, statt da reinzugucken, kann man die Kugel da nicht reinstecken? Na gut. Rotesequenz Nummer 3. Eine kleine Öffnung in der Wand. Skarabiosa, was ist das? Er passt perfekt in die Hand. Deine? Okay. Na, das war ja Glück. Ich weiß, wie die passieren, Gottgett. Da geht's nicht weiter. Weil das passiert mir manchmal auch, wenn ich auf dem Handy Twitch schaue und ich will irgendwie das Fenster maximieren, dann ist der Clip-Button immer so nah neben dem Kommentar oder neben dem Voll-Full-Screen-Button. Da drückt man den immer automatisch. Da werden immer die Clips gemacht. Das haben mir auch schon viele im Chat erzählt, dass das häufiger passiert am Handy, dass man außersehen den Clip-Button drückt, weil der neben den anderen Symbolen ist. Moment, hat sich das Labyrinth verändert seit dem letzten Mal? Wir haben doch das letzte Mal hier einen Helm gefunden. Ist das randomisiert? Der Weg ist bloß. Ich habe das letzte Mal doch einen Helm gefunden. Da ist der Helm. Wir haben den Helm gefunden. Ja, ja, am Handy. Also ich drücke da manchmal auch außersehen drauf. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört haben könnte. Das ist auf dem Boden. Ich gucke jetzt, gucke ich in fremde Löcher noch rein? Aber das war doch das Todloch, oder? Das war das Loch des Todes. War das die Peak-Show? Ich will es wissen. Peter will es wissen. Neulich beim Augenarzt. Ah, jetzt ist sein Blick geschärft. Nur auf Nummer sicher gehen. Hättest du den mal beim Zuschauen getragen? Was meinst du? Da ist der Abgrund. Er hat sich auf einen Punkt fokussiert, genau. Schauen Sie auf die kleine Spitze, die Sie da hinten auf sich zukommen, sehen. Ja, so haben wir wenigstens das Böse abgewendet. Eigentlich ist das ja das gute Ende, wenn wir das machen hier, weil dann passiert ja nicht mehr, dass der Mordrit aus der Hölle zurückkommt. Eigentlich das beste Ende haben wir schon durchgespielt. Wir können eigentlich aufhören. Okay, das war's. Ja, was ist denn hier für ein vertrauenerweckender Kopf? Eine in Stein gemeißelte Bestie. Geh mal kurz zurück, weil ich glaube, da komme ich ungefähr fast auf den Startbildschirm zurück. Wenn ich jetzt ganz zurückgehe. Danke, Doktor. Ein Schwert. Wir bewaffnen uns wie ein mittelalterlicher Ritter hier. Und killen Mordrit mit dem Schwert. Da ist noch ein Schwert. Komm, beidhändig. Power Stance. Das muss ein harter Kampf gewesen sein. Die Leichen sind über den ganzen Gang verteilt. Mach hier Schwert-Akimbo. Das ist wahrscheinlich anders bei Schwertern. Kein Loch, in das ich reinschauen muss hier. No more Peak Show. Jetzt bin ich, glaube ich, einmal im Kreis gegangen irgendwann. Genau. Hier steht hier nur für Angestellte. Habe ich irgendwas übersehen? Oder nach vorne? Mal die Fisse. Die Öffnung, wo die Spitze rauskam, muss ich da vielleicht eine Kugel einsetzen? Oder ich habe ja auch so ein Amulett gefunden. Hier ging es jetzt nicht weiter, das ging nur nach unten. Sam? Sam? Erde an Sam? Geht zum Ausgang. Ne, hier geht es nur runter. Da bin ich gerade gelaufen. Ich gehe nochmal zu dem... Ah, hier ist noch eine Todesöffnung. Eine weitere Peak Show. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Jetzt nicht laden. Das wäre noch die Höhe, wenn ich mich schon wieder vertue mit den Speicherständen hier. Na, gucken. Vielleicht sollte ich einmal durchleuchten. Was haben wir denn? Wir haben einen Talisman, wir haben einen Helm und wir haben ein Schwert. Er passt perfekt in die Hand. Das stammt vermutlich aus der... Ein schweres, geschmiedetes Schwert. Stopf das Loch. Na, komm. No risk, no fun. Oh, oh. Goodbye. Oh, das hat sogar Widerhaken. Ganz gemein. Das hat weh. Wir haben rausziehen. Ich denke, wir haben alles, mit dem wir uns verteidigen können. Schwert, Talisman und Helm. Ich meine, ich hätte noch ein Schild erwartet, aber er sagt, ja, der Talisman passt auch perfekt in die Hand. Das ist jetzt, was she said, oder wie? Ähm, hier habe ich das Gefühl, ist der Hund begraben. Damit mache ich Mordred, der alte Hund. Kann ich das irgendwie zusammenfügen, alles? Nee. Ich meine, ich war jetzt überall. Ich meine, wir haben den Abgrund noch, über den wir nicht rüberkamen. Das war hier unten. Spanner. Und hier habe ich den Helm gefunden. Die Pommesbixer antworten auch perfekt in die Augenhülle. Er bräuchte aber zwei für. Das ist für das dritte Auge. Das ist eine Sackgasse. Falls ich einen Hotspot übersehe, das könnt ihr mir gerne sagen. So, da habe ich den Talisman gefunden. Hier geht's... Da geht's nicht weiter. Weiter. Da geht's nicht weiter. Da oben auch nicht? Hier auch nicht? Alright. Aber es muss ja hier unten... Hier unten muss es ja zu Ende gehen. Bei dem Drachen. Hier. Also nicht bei dem Drachen, sondern bei dem Bestiengesicht. Muss irgendwas sein. Da ist noch ein... Oh, hier. Ah, Siegelstein. Oh. Nee, ich habe nicht gespeichert. Ich werde zerrückt. Ich habe etwas in der Ferne gehört. Okay. Also wenn jetzt irgendwie ich von der Wand zerrückt worden wäre, da wäre es meine eigene Schuld gewesen. Ich drücke doch nicht einfach so, ohne zu speichern. Normalerweise irgendwelche Steine. Ab in die Höhle. Höhle. Höhle? Höhle? Ich weiß nicht so genau. Eins von beiden. Es lässt sich nicht öffnen. Es hat kein Schloss. Äh, wenigstens sieht es nicht nach Schieberätsel aus, oder? Das war aber tatsächlich hinter dem Gesicht, ne? Da passt das Amulett aber wunderbar rein hier. Das Tor zur Hölle wird geöffnet. Und ich bin schuld. Spenden, Ständer. Da fehlt etwas. Ja, das haben wir hier. Ich zeige euch nochmal, was da fehlt. Das haben wir nämlich im Tagebuch gesehen. Ja, das hat nämlich der, äh, William, hat es skizziert. Da kommt die, die Black Mirror Kugel drauf. Okay, da sind mehrere Knöpfe hier. Ist es schlau, die jetzt einfach zu drücken? Moment. Nee, ist nicht schlau zu drücken. Erstmal speichern wieder. Kann ja sein, dass sie in einer gewissen Reihenfolge gedrückt werden müssen. Nee, come on. Knöpfe. Ja, Halle. Äh. Alles, alles einmal drücken hier. Ich schaue ihn, versuche ich mir erst mal anzuschauen. Nee. Haben die eine Runen, die Knöpfe? Oder muss ich die einfach nur alle drücken? Bitte lass es kein Reihenfolgerätsel sein. Ich habe keine Lust, durch die Räume zu gehen und mir zu gucken, wo eventuell schon ein Licht angegangen ist. Nein, da komme ich nicht dran so, ne? Da muss ich das Schwert für benutzen. Ne? Da kommst du da doch so dran. Ich werde versuchen, auf die andere... Nein! Schluss nicht! Oh, shit. Ah! Ich habe doch gesagt, nimm das Schwert. Idiot. So ein Idiot. Mit Ansage. Mit Ansage ins Loch gesprungen. Ah. Every day I'm peeking. So, da machen wir erst mal... Tschüss. Machen wir erst mal die anderen. Viel Spaß noch beim Sterben, Gottkind. Vielen Dank für deinen Raid. Bis bald, bei dir oder bei mir, ne? Mal gucken, ob ich darauf komme, ja. Wir machen erst mal die, die etwas einfacher sind. Da ist übrigens das Tor der Hölle hier. Was steht denn da bei dir? Was hast du denn hinter Gottkind geschrieben? Achso. Das ist in Mode. I see. Ich kann schon mal langsam mir einen Gedanken machen. Hier ist ein Brett. Kann ich das Brett nicht nehmen, um über die Europa zu kommen? Nimm das Brett mit. Dödel. Johnny Depp, nimm Brett Pitt mit. Yo. Danke für die Bits. Und für die Zowölfe. Aber Johnny Depp soll Brett Pitt mitnehmen hier. Schlaf gut. Brett over Pitt. Sehr gut, Doktor. Yeah. Hier bin ich jetzt nicht gekommen. Das war der Eingang hier. Sieht das gefährlich aus hier? Die Wurzeln. Die Bäume sind mit ihren Wurzeln sogar bis hier eingedrungen. Ah, ich wollte mir ein Stück Wurzel mitnehmen, damit ich vielleicht da mit dem... Das könnte ich ja mit dem Schwert abtrennen, aber nö. War das Licht nicht mal an? Meinst du das Licht hier oben? Das weiß ich gar nicht. Der Weg ist blockiert. Die Wurzeln sind aber nicht mehr aktiv, ne? Ich hab doch gesagt, heute gewinnt noch einer. Was ist denn da los? Warum? Die Slot Machine ist, glaub ich, rigged. Aber wenn ihr gewinnt, dann, ne? Habt ihr ja gesehen, dann gewinnt ihr irgendwie das 36-fache oder sogar mehr. Kerzenhalter, der ist da... Wui, 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 wui. Einen Moment, der ist neu. Eine große Kerze. Die neuen Pforten mit Johnny Depp, ne? Ja. Ah, der ist auch nicht... Der ist auch nicht übel. Hab ich mein Feuerzeug noch? Ja. Okay. Okay. Warum ist das noch aktiv? Nimm sie, genau. Nimm die Kerze mit. Schlag die Kerze ab. Steck sie in den Helm. Okay. Aber vielleicht müssen die einfach nur angezündet werden. Vielleicht gibt es noch mehr Kerzen hier. Weil in den Räumen, wo die Peaks Show war, muss ich vielleicht Kerzen anzünden, statt Knöpfe zu drücken. Das ist dann deren Licht. Jetzt ist gedrückt. Die andere Peaks Show war, glaube ich, hier. Aber hier ist keine Kerze. Das heißt... Das heißt... Fehlt nur noch das hier. Speichern wir eben. Ah, hast du gespoilert? Muss mal grad schauen. Warte, bei der Kerze... Was soll ich mir noch was anschauen? Gerade auch noch nicht fertig mit untersuchen. Ich hab's gelöst sogar schon. Und ich weiß es nicht. Was? Das ist der Drache. Ja. Das Drachensymbol. Es ist eines der Lichter. Reicht das schon? Ja. Es fehlt doch noch das Licht. Jetzt weiß ich nicht, was du meinst oder so. Ich geh jetzt noch mal zu dem... Genau, es fehlt ja noch das Licht über dem Abgrund. Das hier. Das speichere ich noch mal, bevor ich hier noch mal in die Tiefe falle. Äh, Dr. 8-Bit hat sich gerade verabschiedet, ne? Hau rein! Schlaf gut! Ich kann jetzt nicht aufhören. Also jetzt sind wir kurz vorm Ende. Glaub ich irgendwie. Okay. Warum zur Hölle brauchst du das nicht hier mit? Ah. Warum hat er das getan? Warum schmeißt du das Schwerter runter? Das ist doch... Müllentsorgung. No shit. Das waren die Opfergaben. Das waren die Opfergaben. Yes! Ja, wir müssen... Wir müssen ja jemanden wieder... ...erwecken. Und dann muss das ein bisschen komplizierter sein. Da gibt es Regeln einzuhalten. Wenn jemand nach... ...800 Jahren oder so wiedererweckt wird. So, ist es auf? Ich dachte, hier geht jetzt eine Tür auf. Ja, dann müssen wir hier in Ammon die Hand auflegen. Oder fehlt noch ein Loch? Ein Licht. Hier habe ich das bedient. Die, die fehlen noch hier. Die habe ich noch nicht gedrückt. Ja, also es ist manchmal etwas weird. Das Witzigste ist manchmal, manchmal sagt Samuel selber, ich habe einen Plan. Ich habe eine Idee. Das ist so absurd, dass du als Spieler gar nicht draufkommst, was er für eine Idee hat. Und dann kommst du erst drauf, indem du dich einfach durchklickst. Ein bisschen komisch. So, ist jetzt... Hier, Tor zur Hölle. Mach doch nicht auf. Oder ist der Fahrstuhl jetzt hier fertig? Nische. Okay. Okay. Das muss die Karte des Labyrinths sein. Ja, da ist der Durchgang, genau. Gibt es einen Hinweis, in welcher Reihen folge ich die? Okay, das hätte mir nur vorher geholfen. Jetzt... Ich habe es jetzt im Kopf irgendwie. Hier ist der Eingang, das ist die Nische. Hier ist der... Ausgang zur Hölle. Und fehlt noch ein Licht. Wait. Wait. Wait, 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 wait. Wait. Ich glaube, ich habe noch ein Licht vergessen. Ich muss einmal noch... Einmal eine Runde... Genau. Ich gehe einmal noch durch. Das ist ja relativ symmetrisch hier. Kann ich jetzt weiter nach unten gehen hier? Das geht wahrscheinlich. Da war ich noch nicht. War das eine Peak-Show? Nee, ist... Okay, das war es noch nicht. Das ist auch kein Licht. Kann ich auch nicht mehr anschauen. Okay, dann gehe ich jetzt einmal... Hier. Die sind an. Dann gehe ich jetzt immer so zickzack hier durch. bis zum Ende und dann gehe ich rechts rechts den Gang ab. Also ich bin ja jetzt... Ich bin jetzt... hier, glaube ich. Wenn ich jetzt einen hochgehe, müsste ich im... bei der Nische sein. Exakt. Ich weiß nicht, was du meinst, Shadow, mit... wo ich recht gehabt hatte. Ich habe es schon wieder, ne? Ich rede ja viel, wenn der Tag... der Stream lang ist. Nach... äh... Wir sind fast bei sechs Stunden jetzt. Und ist hier noch was? Zuerst muss ich das finden, weswegen... Weiß ich gerade nicht mehr. Hier ist ja noch ein Knopf. Also ich habe ja gerade mit der Kerze gedacht. Die Kerze ist noch ein Licht. die ich angezündet habe. Hier ist an. Ich tasse die wieder aus. Kann ich die denn wieder ausmachen? Okay, dann... Ich gucke mir noch mal die Karte an. Auf der Karte ein Hinweis ist, wie die Lichter zu brennen haben. Kann man hier was erkennen? Der Drache sieht aus wie... Ah, ja. Der Drache sieht aus wie der Drache. Jetzt ist die Frage. Es gibt ja einen Screen, wo der Drache auf dem Wappen war. Ist das denn jetzt wieder aktiv? Wo war das? Das war in der Mitte irgendwo. Wo war das Wappen? Links, glaube ich. Hier. Nee. Rein dem Bildschirm hier irgendwo was. Nee. Da muss ich aufpassen. Dann sage ich jetzt nicht mehr... Dann mach mich da. Ich muss jetzt in einer anderen Frequenz sprechen, Forexos. Wenn ich das so mache, dann denke ich immer an die Skeksis aus. Der dunkle Kristall. Die haben das immer gemacht. Hm. Okay, Kerze. Ich kann noch was mit der Kerze machen. Offensichtlich. Wir schauen uns mal die... Ah, wir schauen uns das an. Dann sehen wir, wie das Licht leuchten muss. Okay. 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 Wie merke ich mir das jetzt? Wie merke ich mir das jetzt? Könnt ihr mir das... Ich würde mal durchzählen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. Dann 2. Oh, wie hast du durchgezählt, Shadow? Für mich ist das 2, 3, 4 und 8. Von oben nach unten. Wie hast du das gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann fangen wir hier an. Dann machen wir es nach deinem Schema, ja. Dann fange ich ganz links oben an. Ich mache die erstmal wieder alle aus hier. Ich sehe. Ich muss erstmal wieder alles ausmachen übrigens, damit ich nicht verwirrt werde. Das sind 3. Also das ist... Das wäre ja die 3. Ne, das ist die 4. Die müssen an sein, ne? Beide oder... Das sieht aus. Das wäre ja 2. 4, 6, 7... Moment, ne, Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss es mir nochmal anschauen. Ah, das ist eine gute Idee, Slash, die du gerade machst. Da hast du jetzt hier minus, plus, plus. Plus, minus, minus. Minus, plus, plus. Ja, minus, plus, minus. Das ist gut. Wenn das jetzt im Chat stehen bleibt, dann kriege ich das hin. Das heißt, die der Mitte muss aus. Das ist... An. Das muss an. Das ist ja die obere Reihe. Der andere muss aus. Beide an? Wahrscheinlich, ne? Der ganze Raum muss erhellt sein. Da sieht man die, äh, Methodika hier. Ja, Minimap. Aus. Moment, das ist... Oh, ich hab mich vertan, ne? Das ist minus. Plus. Plus. Moment mal. Zählt denn, zählt denn der letzte Gang nicht dazu? Du hast jetzt 3x3 genommen. Genau. Da haben wir uns gerade vertan. Wir haben ja einen 4x4-Raster. Also, äh... Das sind die Wände. 1, 2, 3, 4. Das sind die Wände, ne? Oder was bedeutet das? Das ist ein Raum. Das ist ein Raum. Genau, das ist ein Raum, weil hier... Die Blöcke müssen an sein. Das heißt, Block... Äh, genau. Dann war das ja eigentlich richtig. Dann muss ich das mal eben kurz gucken. Dann fangen wir mal hier an. Das heißt, der Block muss... Der muss... An sein. Bei dem... Der muss auch an sein. Äh... Der ist aus. Es gibt mehr als 3 Lichter. Da gibt's keine. Das ist... Ähm... Ist das der erste Block hier? Der muss aus sein, glaube ich. Der Block. Weil das der... Bin ich hier... Bin ich hier... In welcher Reihe bin ich denn jetzt? Äh, ich bin jetzt gerade völlig raus. Ich hab mich zu sehr ablenken lassen, gerade. Im Prinzip wissen ja wir... Wissen wir ja, wie es ist. Also... Äh... Der muss gar nicht an sein hier. Der muss komplett aus sein. Das... Da schau ich jetzt erstmal drum. Ich mach das jetzt mal so. Genau, wir sind jetzt in der obersten Reihe. Der muss komplett aus sein hier. Der da drunter... Muss an sein. Also, dieser hier. Das Licht ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Ja, ist an. Okay. Äh... Und der da drunter muss aus sein. Da gibt's kein Licht. Außer hier vielleicht. Aus. Genau. Der muss aus sein. Und der daneben geht's... Ach... Der daneben... Das, genau wie ihr gerade sagt, das... Sagt, dass es genau umgekehrt sein muss. Okay. Und... An. Dann sind wir in der... Letzten Reihe da drüber. Der... Komplett aus. Ich guck mal gerade hier. Komplett aus ist er. Der da drüber... Komplett an. Dann sind wir wieder in der ersten Reihe. Der gehört noch zu dem. Das geht ja um diesen hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Der muss an. Der muss auch an. Okay. Jetzt die letzte Reihe. Oder? Moment. Der ist an. Genau. Der da drunter muss aus. Die beiden müssen jetzt aus sein. Die letzten beiden. So aus. Und jetzt... Hoffentlich... Der letzte. Der ist auch noch an. Jetzt, wenn wir das Glück haben... Öffnet sich das... Tor zur Hölle. Schauen. Joomisa. Joomisa. Yes. Vielen Dank für die Hilfe. Die Zeichnung von Slash hat sehr geholfen. Jetzt noch gerade. The Black Mirror. Da ist er. Das schwarze Tor zur Hölle. Oder aus der Hölle. Dankeschön. Jetzt ohne euch. Ich hätte es vielleicht doch noch geschafft. Aber so ging es schneller. So. Wie ich würde mal sagen... Das ist ein guter Punkt zum Speichern. Und den Rest machen wir dann nächste Woche. Okay. Dann sind wir soweit. Dann machen wir jetzt den Cliffhanger. Bis das nächste Mal. Nein, war noch Spaß. Ich bin jetzt noch zu Ende. Ich bin jetzt noch zu Ende. Tor 3. Und... Und... Kein... Ach mein Gott, ich kann auf dieser verkackten Tastatur nicht tippen, ey. Kein Song. Hier we go. Er lebt noch. Da ist der Altar, den wir gesehen haben im Traum. Mit dem Mordrett-Licht. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Der siebte, neunte, achte, erste, zwölfte Kreis der Hölle. Schluck. Ich glaube, wir müssen uns selber opfern. Ich glaube, das überleben wir nicht. Hier kommen die Dolche hoffentlich gleich rein, oder? Äh, die Schlüssel. Äh, was haben wir denn hier? Rot. Rot. Da ist warm, kann es nicht der letzte Kreis sein. Da ist ein Dante-Experte dabei. Sehr schön. Woher weiß er das denn auf einmal? So smart wirkte er die ganze Zeit gar nicht. Woher weiß er denn, dass das Vorpal ist? Na gut. Da gehört doch noch was hin. Müssen wir Blut opfern? Vorpal. Ein uralter... Ich meinst, es steht drauf. Made in Vorpal. Vorpal ist das, äh, ist das Taiwan der Hölle. Ja, nach meiner Theorie ist er besessen. Genau, das kann natürlich sein, dass es seine, seine besessene Seite weiß. Also das sind doch genau die Farben hier, die die Schlüssel haben, ne? Das ist rot. Da müssen die hier rein. Rotenköpfe verheißen auch nichts Gutes. Ich sehe da weder grün noch blau. Das stimmt natürlich auch. Ja, ich habe jetzt nur gelb und, äh, rot hier gesehen. Da oben, das könnte vielleicht noch grün sein. Aber das ist... Ja, weiß. Aber blau fehlt definitiv irgendwie. Ich schaue das mal um. Wo wir den Dolch einsetzen können. Oder wir nehmen unseren rechtmäßigen Platz hier oben ein. Weil das geht auf jeden Fall runter hier. Was soll ich da vielleicht so machen? Ich glaube fast, da muss Blut in den... ...in die Öffnung rein. Ja. Da. Unten, wo die Totenköpfe sind. Hat es geleuchtet, als ich nicht zugeschaut habe? Ja. Da wollte ich es reinstecken. Oder habe ich einen Hotspot übersehen? Dann kann ich... Ich finde schon Shadow. Hat geleuchtet, als ich versucht habe, den Dolch hier reinzustecken oder den Schlüssel. Leuchtet nicht. Leuchtet mir nicht auf. Genau, hier wird alles mit Blut aufgefüllt. Denn... Oh, Moment, 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 Moment. Moment, 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 Moment Springen einfach. Wir geben auf. Wir opfern uns jetzt für die gute Sache. Alter, es gibt ja echt nicht viel. Ausgänge gibt es natürlich auch keine. Und er kann auch nicht von der Plattform springen. Also muss es irgendwas... ...altar sein. Das kann ich nicht im Altar benutzen. Das ist Quatsch. Mit mir selber. Tatsächlich mit mir selber benutzen. Das erste Mal, dass es geht. Und er selber leuchtet auch nicht auf. Ja. Genau, Slash. Das war's. So. Passen jetzt die Dolche gleich da rein? Die Schlüssel müssen ja noch für irgendwas benutzt werden. So, das Familienblut wurde vergossen. Was kommt als nächstes? Ja, in die Öffnung passen natürlich die Schlüssel rein. Ich würde sagen, das ist blau hier. Oder? Das ist weiß. Und das ist ja doch, so machen wir das. Das ist auf jeden Fall gelb. Es ist auf jeden Fall... Ja, es ist auf jeden Fall grün. Wait a minute. Richtig, richtig sicher bin ich jetzt nicht. Ne, das ist das hier. Das ist der Schlüssel. Das passt so nicht. Tot. Oder passt das doch? Das ist die falsche Worte. Klata. Murata. Denkst du nicht? Zodokare busadire im Koraxo Zodere. Mato Rebe, Mato Rebi. Wachs da Zobra we. Maliore wachs da Zobra. Das ist gut, wahr? Maliore im Ibute. Amena vei busadire. Amena wachs Zodokare. Klingt aber richtig. Guck mal, ob das der richtige Spruch war. Hätte er bei den Schlüsseln nicht ein gutes Gefühl gehabt. Willkommen to the New World Order. Williams Tod war nur der Anfang eines erwachenden Fluches. Ich hätte es spüren sollen. Es gibt keinen Abkommen unseres Blutes, der den Black Mirror durch seine Taten wieder öffnen würde. Er wird für immer geschlossen bleiben. Wie Marcus es gewollt hatte. Niemand wird je wieder in der Lage sein, fünf Seelen zu besitzen. Der Fluch ist gebrochen. Eines bleibt noch zu tun. Es gibt noch einen lebenden Gordon. Für Teil 2. So endet meine Geschichte. Ich habe immer befürchtet, dass mich die Vergangenheit wieder einholen und ihren Schatten über mich werfen könnte. Meine Seele ist verloren durch Sünden, die sich nicht ungeschehen machen lassen. Das Böse hat viele Gesichter, viele Formen. Ich weiß jetzt, dass die Vergangenheit ein verzerrtes Spiegelbild meiner Seele ist. Es gibt keinen Richter, der ein Urteil fällen könnte. Es gibt nur mich. Aus der Sache kommen wir nicht mehr raus. Ah, William! Ja, sind wir gestorben wie William auch. Aber war das jetzt das richtige Ende? Irgendwie nicht, ne? Weil Gibt es noch ein anderes Ende? Ich glaube nämlich, ich habe mich bei den Ich glaube, ich habe mich bei den Schlüsseln vertan. Kann es sein? Das ist das einzige Ende. Okay, dann brauche ich nicht noch mal spielen. Das war jetzt so abrupt, dass ich ins Menü zurückgeschmissen wurde, als ob das jetzt eine Todessequenz war, wo ich noch was anderes machen kann. Aber mir war ja von vornherein klar, ich komme wahrscheinlich nicht gut aus der Sache raus. Okay, das war ja am Ende noch mal ein richtiger Endspurt gemacht. Vielen Dank fürs Helfen gerade noch. Ich habe mir schon gedacht, dass er da nicht gut rauskommt, ne? Und er hat ja gesagt, es gibt noch einen lebenden Gordon, den man wahrscheinlich im zweiten Teil kennenlernt. Bis zum nächsten Mal.